Hallo und herzlich willkommen zum ersten Science Day an der Universität Tübingen. Wissenschaft ist eine Triebfeder des Fortschritts. Sie hilft uns, unsere Gesundheit zu schützen, unsere Umwelt besser zu verstehen, unsere digitale Zukunft zu gestalten und vieles mehr. Wissenschaft kann also Großes für die Gesellschaft leisten, aber ebenso wichtig ist, dass sie sich dabei auch aktiv mit der Gesellschaft austauscht. Sie muss auf die Menschen zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Eben dieser Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, dieses Teilen von Wissen, ist ein zentraler Pfeiler der Tübinger Exzellenzstrategie. Und genau da wollen wir heute auch mit unserem Science Day ansetzen. Schön, dass Sie mit dabei sind. In den folgenden Stunden möchten wir Sie einladen, gemeinsam mit uns in die Welt der Tübinger Forschung einzutauchen. Neben spannenden Vorträgen aus unseren drei Exzellenzclustern freuen wir uns auf Einblicke in das Museum der Universität und auf die erste Verleihung des Tübinger Preises für Wissenschaftskommunikation. Wir wollen Ihnen Beispiele dafür zeigen, was unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in Tübingen umtreibt und in welche Richtung Ihre Forschung geht. Aber wir wollen auch erfahren, was Sie zu Hause dazu denken, welche Fragen und Kommentare Sie haben, was Sie dabei beschäftigt. Deshalb die herzliche Einladung an Sie alle, stellen Sie uns Ihre Fragen und diskutieren Sie mit. Dazu können Sie entweder direkt in unseren YouTube-Chat schreiben oder uns gerne auch eine E-Mail schicken, nämlich an veranstaltung-at-uni-tübingen.de. Während aller Vorträge, die Sie heute sehen werden, hält unser Team ein Auge auf den Chat und ein anderes auf das E-Mail-Postfach und unsere Moderatorinnen und Moderatoren vor Ort werden versuchen, so viele von ihren Fragen wie möglich an die Vortragenden weiterzuspielen. Der erste Exzellenzcluster, in den wir heute eintauchen, ist der Cluster Image-Guided and Functionally Instructed Tumor Therapies oder kurz IFIT. Dahinter steckt der einzige onkologische Exzellenzcluster Deutschlands. Und seine Forscherinnen und Forscher haben ein klares Ziel. Sie wollen ein umfassendes Verständnis der biologischen Prozesse in Tumore gewinnen und aufbauend darauf innovative und nachhaltige Krebstherapien entwickeln. Es geht also darum, das Leben und die Lebensqualität von Menschen mit Tumorerkrankungen dauerhaft zu verbessern. Unter anderem forschen unsere Expertinnen und Experten aktuell auch an einem Corona-Impfstoff, der speziell für Menschen mit Krebserkrankungen und Immunschwäche konzipiert ist. Die Forschung dieses Clusters ist auch deswegen so besonders wichtig, weil bislang verfügbare Krebstherapien sich oft als nicht dauerhaft wirksam erweisen. Moderne Medikamente können zwar dabei helfen, auch fortgeschrittene Tumorerkrankungen einzudämmen, aber sehr häufig entwickeln sich Resistenzen. Die Tumore beginnen trotz der Therapie erneut zu wachsen. Für eine nachhaltige Behandlung ist es deshalb ganz wegweisend, ein genaues Bild der hinterliegenden Prozesse zu bekommen. Warum werden Tumore häufig gegen Therapien, die ihn ja eigentlich zur Leibe rücken sollen, resistent? Und welche Ansatzpunkte gibt es, um dem zielgerichtet entgegenzuwirken? Bei der Beantwortung dieser Fragen spielen moderne, bildgebende Verfahren eine ganz zentrale Rolle. Unsere Forscherinnen und Forscher arbeiten mit innovativen, bildbasierten Analysen, mit denen sie herausfinden können, wie genau die Tumore reagieren, wenn sie durch Krebstherapien unter Stress gesetzt werden. Auf diese Weise wird es möglich, Schwachstellen in den Tumoren zu finden, die dann wiederum Angriffspunkte für neue Medikamente sein können. Eben dazu arbeiten im iFit-Cluster Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlichster Spezialbereiche zusammen. Sie entwickeln neue und nachhaltige Krebstherapien, die bildgebungsgesteuert auf die einzelnen Patientinnen und Patienten zugeschnitten werden können. Hinzu kommen innovative Immuntherapien, die das körpereigene Abwehrsystem gegen die Tumorzellen aktivieren und die Behandlung weiter unterstützen. Um einige Eindrücke aus dem Cluster zu bekommen, haben wir einen kurzen Film vorbereitet. Schauen wir mal rein. Deine Eindrücke Deine Eindrücke Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ganz tolle und spannende Einblicke. Bevor es losgeht, nochmals der Hinweis auf unseren Chat. Also nutzen Sie wirklich diese Möglichkeit. Gehen Sie unten in den Chat hinein, posten Sie Ihre Fragen. Wir freuen uns wirklich über alles, was Sie uns an Fragen dort stellen können und werden versuchen, das direkt weiterzuleiten an alle Vortragenden. Und für weitere Einblicke zu diesem Exzellenzcluster und die ersten spannenden Vorträge des Science Days schalten wir genau jetzt rüber in den Tübinger Kupferbau, wo Antje Karbe auf uns wartet. Hallo Antje, seid ihr startklar? Hallo Michael, ja, wir sind so gut wie startklar. Wir treffen gerade die letzten Vorbereitungen. Vielen Dank und ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer. Hier im Hörsaal des Kupferbaus der Universität, aber auch zu Hause vor unserem Livestream, von wo auch immer Sie uns zusehen. Ich freue mich, dass Sie uns alle beehren zu unserer ersten Veranstaltung. Wir machen hier den Auftakt. Mein Name ist Antje Karbe und hier erwarten Sie drei Kurzverträge aus unserem medizinischen Exzellenzcluster iFit. Das steht für Image-Guided and Functionally Instructed Tumor Therapies oder auf Deutsch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen hier zusammen daran, neue Krebstherapien zu entwickeln, diese zu verbessern und auch immer individueller auf den Patienten anzupassen. Dieses Ziel eint auch unsere drei Rednerinnen und Redner hier, die aber gleichzeitig für drei verschiedene Forschungsschwerpunkte stehen, die sich in dem Cluster zusammengefunden haben. Und ich darf sie Ihnen in aller Kürze vorstellen. Die erste Sprecherin ist Frau Professorin Bettina Weigelin. Sie ist Professorin für präklinische Bildgebung des Immunsystems, kommt also aus dem Bereich Bildgebung, wo es immer darum geht, Prozesse im Körper sichtbar zu machen und hier speziell Intumoren und Antumoren. Frau Weigelin arbeitet mit hochmodernen Mikroskopietechniken, mit denen sich Vorgänge in Zellen sogar in Echtzeit beobachten lassen. Also was passiert, wenn Immunzellen auf Krebszellen treffen und sie wird heute über T-Zellen sprechen. Das sind körpereigene Zellen unseres Immunsystems und wie sich diese gegen Krebs einsetzen lassen. Unsere zweite Sprecherin wird Dr. Judith Feucht sein. Sie ist Ärztin an der Tübinger Kinderklinik und forscht schwerpunktmäßig im Bereich Immuntherapien. Bei Immuntherapien geht es genau um diese T-Zellen, die sollen aktiviert werden und angeregt werden. Die Krebszellen in unserem Körper anzugreifen und Frau Feucht spricht vor allem über genetisch veränderte T-Zellen. Die sind, wenn man so will, nochmal aufgerüstet, um Tumore noch besser zu entdecken, die vielleicht sonst für das Immunsystem unsichtbar bleiben würden. Und unser dritter Redner ist Professor Josef Leibold. Er ist Juniorprofessor für funktionelle Immunogenomik und steht für den Bereich molekulare Tumortherapien. Denn Tumore muss man sich eigentlich als Netzwerke vorstellen, die durchaus komplex sind und aus mehr bestehen als Tumorzellen. Es gibt Blutgefäße, lymphatische Gefäße und viele Bestandteile. Und die große Forschungsfrage ist, wie spielen diese Bestandteile zusammen, wie kommunizieren sie untereinander und vor allem, wo haben sie ihre Schwachstellen. Also wo kann ich ansetzen, um neue Medikamente oder Therapien zu entwickeln. Herr Leibold spricht außerdem darüber, dass Tumore ja leider immer wieder Wege finden, sich Therapien ganz zu entziehen oder resistent zu werden und welche Strategien die Wissenschaft erforscht, um genau hier dagegen zu arbeiten. So, jetzt soll es gleich losgehen. Wir hören jetzt die drei Vorträge am Stück. Im Anschluss dürfen Sie uns gerne Ihre Fragen stellen, entweder online in unserem Chat oder unter der E-Mail-Adresse, die Sie im Live-Chat eingeblendet sehen, veranstaltungen.uni-tübingen.de und die Zuschauer hier im Raum gerne über die Karten, die wir ausgelegt haben oder auch bei Handzeichen. Ich sammle das dann und dann machen wir das gebündelt am Schluss. Jetzt wünsche ich allen viel Vergnügen und bitte Frau Weiglin. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank für die nette Einführung und ich freue mich heute hier zu sein und den ersten kleinen Vortrag halten zu dürfen über meine Forschungsthemen. Und im Alfit-Cluster, das haben wir gerade eben schon gehört, beschäftigen wir uns in einem Schwerpunkt damit, zu visualisieren, wie Therapien wirken. Und mein Schwerpunkt dabei ist das Immunsystem und wie T-Zellen die Tumor angreifen oder warum sie es eben manchmal nicht tun. Und ich hoffe, Ihnen da zeigen zu können, warum es so sinnvoll ist, sich auf zellulärer Ebene mal anzuschauen, was da wirklich passiert, um dann die Therapie möglichst verbessern zu können. Und zuallererst möchte ich Ihnen hier dann die zytotoxischen T-Zellen vorstellen. Das sind so die Hauptakteure meines heutigen Vortrags. Zytotoxische T-Zellen, Sie sehen hier eine Zelle, ich deute das mal hier aus, diese kleine runde Zelle, die greift hier eine Körperzelle nach der anderen an und tötet sie. Also Sie sehen, dass die Zellen so zusammen schrumpeln und kleine Stücke verlieren. Manchmal dauert es länger, dann bewegt sich diese Zelle sehr lange auf der Oberfläche und manchmal geht es ganz schnell, wie gerade die letzten beiden und dann hier dauert es wieder etwas länger. Aber am Ende sind diese Zellen erfolgreich und diese eine T-Zelle hier hat es jetzt geschafft, sieben Tumorzellen innerhalb von elf Stunden zu töten. Und wir haben uns gefragt, warum funktioniert das im Patienten halt so oft nicht? Werden die Zellen irgendwann müde? Gibt es so eine Art Erschöpfung? Und wenn wir das machen, dann sehen wir, nee, also innerhalb von den 48 Stunden, die wir diese Zellen hier beobachten, tötet eigentlich eine so eine T-Zelle ziemlich konstant alle eineinhalb Stunden eine Tumorzelle. Also in diesem idealisierten Zellkulturmodell funktioniert das wunderbar. Wie machen die T-Zellen das? T-Zellen tragen auf ihrer Oberfläche einen Rezeptor, einen T-Zell-Rezeptor und der ist in der Lage, Peptide zu erkennen, die auf allen Oberflächen unserer Zellen exprimiert werden. Und die T-Zelle weiß, was zu uns gehört und greift dann diese Zellen nicht an und sie weiß eben auch, wenn sie auf ein Peptid trifft, dass sie nicht kennt, dass das eventuell eine virusinfizierte Zelle ist oder eine Tumorzelle, die mutierte Peptide auf ihrer Oberfläche trägt. Und diese Zellen erkennt die T-Zelle und schüttet dann zytotoxische Vesikel aus. Und in diesen zytotoxischen Vesikeln sind verschiedene toxische Moleküle, die unter anderem Löcher in die Zellmembran machen. Und so kann die T-Zelle im direkten Kontakt zu einer Tumorzelle eben zum Beispiel ganz gezielt diese einzelne Zelle abtöten. Ja, und zusammen mit dem, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, dieser erstaunlichen Eigenschaft, wirklich eine Zelle nach der anderen abzutöten, macht das diese Zellen natürlich zu einem sehr attraktiven Zielzelle in der Immuntherapie. Denn genau das wäre es, was wir für die Krebsbekämpfung ja brauchen, eine spezifische, gezielte Tötung von den Tumorzellen. Und ein Feld der Immuntherapie fokussiert sich darauf, diese Zellen direkt aus dem Tumor oder aus dem Blut von Patienten zu isolieren und sie dann in der Zellkultur nochmal ein bisschen zu modifizieren und besser zu machen, stärker zu machen oder dafür zu sorgen, dass sie die richtigen Rezeptoren auf ihrer Oberfläche tragen, um Tumorzellen auch wirklich ganz spezifisch zu erkennen. Denn genau das ist ein wichtiger Punkt, der, wenn wir Krebs kriegen, nicht mehr funktioniert. Wenn wir das geschafft haben, dann vermehren wir diese Zellen auch in der Zellkultur in vitro. Und da gibt es verschiedene Ansätze und wir werden später auch noch ein bisschen mehr über den Ansatz der KT-Zellen hören. Danach werden die Zellen wieder zurück in den Patienten gegeben normalerweise und wir haben ganz erstaunliche Ergebnisse gesehen in klinischen Studien. Also es gibt Beispiele, wirklich Tumore, große Tumore oder viele Metastasen regelrecht dahin schmelzen und verschwinden. Wir sehen komplette Tumorremissionen und es gibt Patienten, wo man eigentlich von Heilung sprechen möchte, weil dieser Effekt so lange anhält, dass man Hoffnung hat, dass der Tumor vielleicht auch wirklich nie wiederkommt. Das wissen wir natürlich erst in vielen Jahren, aber teilweise waren diese Effekte wirklich erstaunlich. Das Problem ist aber teilweise. In einigen Patienten funktioniert es wunderbar, in einigen Tumorarten funktioniert es wunderbar, aber in viel zu vielen Situationen funktioniert es eben nicht. Und die Frage, die vielleicht die zentrale Frage ist in der Immuntherapieforschung, im Moment ist, warum? Woher kommt diese Heterogenität? Warum funktioniert es manchmal? Warum funktioniert es manchmal nicht? Und was wir in unserer Gruppe machen, ist, dass wir 3D-Modelle generieren, die vielleicht in der Zellkultur schon uns ein bisschen ein realistischeres Bild geben von dem, was die T-Zelle zu leisten hat. Was man klassischerweise macht, das sehen Sie hier auf diesem Bild, vielleicht kann ich auch den Morse selber nehmen, dass die, einen Moment, jetzt, was Sie hier sehen ist, dass man die Tumorzellen mit den T-Zellen in einer Zellkulturschale zusammen mischt und dann sinken die T-Zellen auf die Tumorzellen und töten sie halt, weil Sie haben ja auch nicht keine, also Sie liegen da auf den Tumorzellen drauf, was sollen Sie auch sonst machen? Und das ist das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und wenn wir allerdings diesen Essay etwas verändern und einfach den T-Zellen eine 3D-Matrix geben, dann sehen Sie hier, die T-Zellen liegen jetzt etwas weiter oberhalb und müssen jetzt so wie im richtigen Tumor erst mal den Tumor finden. Und wenn Sie, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, und wenn Sie die Tumorzellen gefunden haben, dann haben Sie auch eine Wahl, ob Sie da jetzt bleiben und die töten oder ob Sie vielleicht auch wieder zur nächsten Tumorzelle laufen oder in das Kollagen-Gel gehen. Und wenn wir da jetzt uns die gleichen Filme, die ich Ihnen eben gezeigt habe, anschauen in diesem Essay und auch jetzt mit richtigen Tumorzellen, hier sehen Sie zum Beispiel eine Zelle, das ist eine Prostatakrebszelle aus der Maus, dann sehen Sie jetzt, dass es etwas anders aussieht. Also die T-Zelle, die kommt immer noch und interagiert mit der Tumorzelle, aber dann geht sie einfach wieder weg, bevor die Tumorzelle tot ist. Und das ist das gleiche System. Also auch hier sind wir sicher, dass diese Tumorzellen auf der Oberfläche die richtigen Peptide tragen, dass alle T-Zellen die Tumorzelle erkennen, aber es kommt eine nach der anderen und am Ende hier teilt sich die Tumorzelle sogar in zwei. Das nochmal ganz stark verdeutlicht, dass die Tumorzelle hier nicht beeindruckt ist von dem, was die T-Zellen da versuchen. Das sehen wir nicht nur in den Mausmodellen, nicht nur im Menschen, nicht nur bei Prostatakrebs, sondern eigentlich über viele verschiedene Krebsarten und Modelle hinweg. Die meisten T-Zell-Tumorzell-Kontakte sind in diesen realistischeren Modellen gar nicht so effizient, wie wir eigentlich immer lange dachten, sondern die meisten T-Zell-Tumorzell-Interaktionen, die passieren, führen gar nicht dazu, dass die Tumorzelle stirbt. Das hier, das ist der Großteil der Kontakte, die nicht zum Tod führt. Die Frage ist jetzt, ist da ein Fehler in unserem Modell? Erkennen unsere T-Zellen die Tumorzellen vielleicht gar nicht oder sind die Tumorzellen einfach nur sehr resistent? Und diese Frage können wir beantworten, indem wir unsere Tumorzellen mit einem Sensor ausstatten, der Calcium-Mist. Calcium befindet sich außerhalb der Zelle, aber wenn die T-Zellen Löcher in die Membran machen, dann kommt dieses Calcium in die Zelle hinein und unsere Zelle leuchtet kurz auf. Und jetzt sehen Sie wieder den gleichen Film, so umkreist hier, sehen Sie die T-Zelle, das ist die Tumorzelle, der Zellkern der Zelle ist grün und dieses leichte Lila im Hintergrund ist dieser Calcium-Reporter. Die T-Zelle interagiert jetzt und Sie sehen hin und wieder leuchtet die Tumorzelle auf. Und das zeigt uns, dass die T-Zelle tatsächlich wiederholt immer wieder attackiert, zuschlägt, Löcher in die Membran macht. Aber Sie sehen eben auch, dass es nur ein paar Minuten dauert und dann ist dieses Signal wieder weg. Also die Krebszellen sind sehr effizient darin, innerhalb von Minuten teilweise diesen Schaden, den die T-Zelle macht, auch einfach wieder zu reparieren und die Tumorzelle lebt weiter. Und wenn Tumorzellen sterben, dann sehen wir, dass das meistens folgendermaßen abläuft. Wir sehen, dass mehrere T-Zellen beteiligt sind. Also hier haben wir die erste T-Zelle, hier hat die zweite einmal zugeschlagen, dann nochmal die erste. Dann kommt jetzt gleich noch eine dritte hinzu, aber zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich auch schon fast zu spät. Sie sehen, die Tumorzelle, die rundet sich schon wieder ab, wird ganz klein und zerfällt dann in kleine Stücke und leuchtet noch ein letztes Mal auf, weil wenn sie stirbt, kommt auch wieder Calcium in die Zelle und sie fängt nochmal zu leuchten und verliert hier lauter Partikel. Also diese Tumorzelle ist nun definitiv tot. Und genau das sehen wir, wenn wir uns ganz viele solcher Interaktionen anschauen, dass es in den seltensten Fällen in diesen realistischen Essays T-Zelle gegen Tumorzelle dazu kommt, dass wir eine Serienkiller Super-T-Zelle haben. In den meisten Fällen braucht es mindestens zwei und teilweise sieben, acht, neun T-Zellen, die alle nacheinander einmal auf diese Tumorzelle draufhauen, bevor die dann tatsächlich auch stirbt. Bevor ich jetzt dazu komme, was das für Konsequenzen hat für die Therapieansätze, die wir entwickeln, haben wir noch ein Problem. Egal wie viel Mühe wir uns geben, diese realistischen Essays in der Zellkultur zu entwerfen, wir können nie das komplexe Tumor-Mikromilieu wirklich abbilden. Also es fehlen die anderen Immunzellen, es fehlt diese komplexe 3D-Architektur, die wir in einem Tumor haben. Dafür brauchen wir dann doch wieder ein Mausmodell, um zu validieren, dass das, was wir in der Zellkulturschale gesehen haben, auch wirklich in der Realität stattfindet. Das ist ein wichtiger Schritt, um dann besser vorhersagen zu können, ob diese Schlussfolgerung, die wir ziehen, eine Relevanz haben für Therapien wirklich im Menschen. Und was wir machen, Sie sehen hier also einen Tumor, der wächst auf dem Rücken einer Maus. Die Tumore sind sehr klein, das ist so ungefähr einen Millimeter groß und diese Mäuse mit dem Tumor behandeln wir mit einem T-Zell-Transfer, ganz wie man das im Patienten machen würde. Wir isolieren T-Zellen, wir aktivieren und expandieren sie in der Zellkulturschale und dann transferieren wir sie in die Maus. Und da verwenden wir dann eine Mikroskopie-Methode, die wir in der Tumor dann sehen Sie, dass der Kontrolltumor wächst und größer wird, während die T-Zellen in der Maus, die die Therapie erhalten hat, den Tumor eigentlich ganz gut in Schach halten. Sie können den nicht komplett eliminieren, aber zumindest wächst er deutlich langsamer. Wenn wir jetzt mal einen Schritt wieder zurückgehen an Tag 6, das ist so der Tag nach Transfer, an dem die T-Zellen am aktivsten sind und hineinzoomen ein bisschen in den Tumor, dann sehen wir folgendes Bild. Wir sehen hier die Grenzfläche zwischen Tumor und Gewebe. Grün sind Kollagenfasern, im Blau sehen wir Blutgefäße und die roten Objekte, das sind die Zellkerne der Tumorzellen, die sich hier so langsam in das Gewebe vorarbeiten und zwischen diesen Kollagenfasern entlang in das gesunde Gewebe hinein metastasieren. Wenn wir uns anschauen, wie die T-Zellen verteilt sind in diesem Tumor, dann sehen Sie, wie die T-Zellen verteilt sind. Wir haben Bereiche im Tumor, in denen wenig T-Zellen vorhanden sind und wir auch wenig tote Tumorzellen sehen. Dann gibt es die Randbereiche, da haben wir deutlich mehr T-Zellen, aber auch nicht genügend. Auch hier sehen wir kaum tote Tumorzellen. Und dann gibt es die Bereiche, in denen die T-Zellen sich akkumulieren, das ist hier rund um den Tumor, drumherum, und die Tumorzellen auch sehr effizient angreifen. Wir sehen sehr viele tote Tumorzellen. Das war für uns tatsächlich überraschend. Man könnte es ein bisschen vorhersagen, viele T-Zellen, vier Killing natürlich, aber werden es genügend T-Zellen sein? Das wussten wir natürlich nicht. Und außerdem wussten wir vorher, dass gerade diese metastasierenden Tumorzellen, die in das Gewebe reinwandern, besonders resistent sind gegen Chemotherapie, gegen Bestrahlung, gegen viele verschiedene Therapien. Also wenn ich hätte wetten müssen, dann hätte ich, glaube ich, nicht für die T-Zellen gewettet, dass gerade die das schaffen, diese Tumorzellen anzugreifen. Aber das scheint sehr effizient zu funktionieren, was gute Nachrichten sind. Und wenn wir uns angucken, wieder reingezoomt, wie das genau funktioniert, dann sehen Sie jetzt hier in Gelb grünlich die T-Zellen, in Rot die Kerne der Tumorzellen und hier unten dieser Bereich, da sehen Sie lauter kaputte Tumorzellen, die schon in kleine Stücke zerfallen sind und hier oben sind die Tumorzellkerne noch relativ intakt und Sie sehen, dass genau das Gleiche passiert, wie das, was wir in unseren In-vitro-3D-Modellen gesehen haben. Die T-Zellen, die laufen vorbei. Wir sehen jetzt nicht, wie sie zuschlagen, aber sie tun es, denn es kommt eine T-Zelle nach der anderen und dann fangen diese Tumorzellen an zu sterben. Also wir können hier also tatsächlich validieren, dass es mehr als eine T-Zelle braucht und ein Teamwork und das dann aber auch tatsächlich in gewissen Tumorarealen wirklich sehr effizient zum Absterben der Tumorzellen führt. Und daraus können wir jetzt eben aus diesen Visualisierungen und dem, was wir sehen, Konzepte erstellen. Also es war eben neu, dass Einzelkontakte so extremst selten wirklich zum Tod führen. Es scheint so zu sein, dass es einen gewissen Schwellenwert gibt an Schaden, den die T-Zellen in der Tumorzelle ausrichten müssen, damit die Apoptose, also der Zelltod, eingeleitet wird und dass das hauptsächlich dann passiert, wenn in kurzer Abfolge mehr als eine T-Zelle vorbeikommt, jeder einmal draufschlägt und die Tumorzelle dazwischen einfach nicht genügend Zeit hat, den Schaden, der entstanden ist, wieder zu reparieren, sodass dieser akkumuliert. Und als wir an diesem Punkt waren, haben wir uns gefragt, warum um alles in der Welt hat die Natur das so eingerichtet, dass es zytotoxische T-Zellen gibt, die aber eigentlich so schlecht funktionieren. Und dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Das eine ist, Tumorzellen sind Zellen unseres eigenen Körpers und sind aber so verändert, dass sie besonders, die haben gelernt, im Laufe der Zeit eben zu wachsen und resistent gegen solche Angriffe von außen zu sein. Also möglicherweise sind Tumorzellen einfach nur ganz besonders resistent und anpassungsfähig und schaffen es einfach, dadurch besonders effizient Schaden zu reparieren und den T-Zellen auszuweichen. Und die andere Möglichkeit, die wir für sehr wahrscheinlich halten ist, denn wenn man mal darüber nachdenkt, sind T-Zellen ja auch eigentlich sehr gefährlich. Wenn jetzt also wirklich eine einzelne T-Zelle in einem einzelnen Kontakt sich mal vertut und entscheidet, dass Neuronen in unserem Gehirn irgendwie gefährlich sind, dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit ein großes Problem. Autoimmunität, Autoimmunerkrankungen. Wir kennen das ja, das passiert ja durchaus. Und wir glauben, dass diese Tatsache, dass die Entscheidung, ob eine Zelle unseres Körpers stirbt, durch mehrere T-Zellen getroffen werden muss, also so eine Entscheidung im Team stattfindet, so ein bisschen wie eine demokratische Entscheidung, dass das auch dazu beiträgt, dass wir weniger Probleme haben mit Autoimmunerkrankungen und dass T-Zellen mal Fehler machen und aus Versehen die falsche Zelle angreifen. Und für die Entwicklung von Immuntherapien hat das eben eine gewisse Relevanz. Es ist immer gut, sich von der Natur abzuschauen, wie die Natur Sachen geregelt hat. Es gibt sicherlich einen Grund, dass die Natur nicht die eine einzige super Immunzelle geschaffen hat, die alles regelt, sondern auch Immunzellen arbeiten im Team, also hier zytotoxische T-Zellen miteinander, aber auch in Austausch mit anderen Immunzellen. Und für die Therapie überlegen wir nun eben, das auszunutzen und eher Immunzellteams zu designen. Außerdem, wir hören gleich nochmal darüber, ist es wichtig und wir haben uns sehr darauf fokussiert in den letzten Jahren, die richtigen Rezeptoren auf die T-Zellen zu bringen, damit sie Tumorzellen erkennen. Das ist auch ohne Zweifel immer noch total wichtig. Weil das ist der erste Schritt. Die T-Zellen müssen die Tumorzellen erkennen und zwar auch spezifisch. Aber wir können auch jetzt schon mal darüber nachdenken, selbst wenn wir diese perfekt erkennende T-Zelle haben, muss sie auch immer noch in ausreichender Menge in den Tumor kommen, um dort als Team funktionieren zu können. Und das andere ist, wir können in Kombinationstherapien vielleicht auch ein bisschen helfen und unseren T-Zellen das Töten erleichtern, indem wir die Tumorzelle daran hindern, den Schaden so schnell wieder zu reparieren. Ja, und das war ein kleiner Einblick in die Arbeit, die wir im iFit in dem Bereich Bildgebung machen und zwar fokussiert eben auf die zelluläre Bildgebung, wo wir versuchen, wirklich mit Mikroskopie und der zellulären Auflösung in den Tumor hineinzuschauen, zu verstehen, wie Therapien wirken, warum sie es manchmal nicht tun und was wir daraus ableiten können für die Entwicklung von neuen Therapien. Und ganz kurz von Immunzellteams zu menschlichen Teams, das ist natürlich alles eine Arbeit, die kein Mensch alleine macht, sondern wir arbeiten viel in Teams, international, national und ganz wichtig, das ist meine eigene Gruppe hier am Werner Siemens Imaging Center und die auch wie Immunzellen alle zusammenarbeiten, um diese Fragestellungen zu klären und bessere Therapien zu entwickeln. Ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Weigelin. Und während wir wechseln und Frau Feucht Ihren Vortrag vorbereitet, möchte ich nochmal sagen, bitte schreiben Sie gerne Fragen auf, wenn Sie haben und geben Sie es an unsere Mitarbeiterinnen. Dann freuen wir uns auf den nächsten Vortrag. Bitte, Frau Feucht. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier einen Vortrag halten zu können und vielen Dank für die schöne Präsentation, Bettina. Auch ich werde über das Immunsystem und die Immuntherapie sprechen und zwar über Living Drugs und wie das körpereigene Immunsystem gestärkt werden kann im Kampf gegen Krebs. Living Drugs, was versteht man darunter? Ich denke, wenn wir an Medikamente denken, sehen wir klassischerweise dieses Bild und man fragt sich, wo ist hier der Aspekt des Living? Auf der anderen Seite, wenn man solche Bilder sieht mit Zellen oder solche Bilder, kann man sich schon eher vorstellen, dass da was Lebendes ist. Aber dann fragt man sich, wie kann dieses Living therapeutisch verwendet werden? Und das möchte ich Ihnen erklären, Beispiel der Chimären-Antigen-Rezeptor T-Zellen oder kurz genannt KT-Zellen. Was sind KT-Zellen? Die Begrifflichkeit baut sich auf mehreren Bestandteilen zusammen. Die T-Zellen, haben Sie jetzt schon gehört von der Bettina, sind ganz wichtige Teile unseres Immunsystems und können eigentlich mit ihrem hier gezeigten spezifischen T-Zell-Rezeptor Tumorzellen erkennen und dann abtöten. Leider sind Tumorzellen sehr schlau und sie finden immer wieder Wege, den T-Zellen zu entkommen, sodass dieses spezifische Erkennen nicht mehr möglich ist. Und deshalb gibt es Möglichkeiten, um die T-Zellen zu stärken, anhand sogenannter Antigen-Rezeptoren. Die sind hier in blau dargestellt, Sie sehen nach wie vor in grün die T-Zelle und jetzt an der Oberfläche sogenannte Antigen-Rezeptoren. Und mit diesen Antigen-Rezeptoren kann man spezifisch Strukturen auf Tumorzellen erkennen. Wenn man sich diese Struktur eines Antigen-Rezeptors näher anschaut, zeigt sich ein solcher Aufbau. Wichtig ist, dass Sie hier verstehen, dass es zum einen eine Bindestelle an die Zielstruktur gibt, zum Beispiel an ein Molekül, das auf einer Krebszelle präsentiert wird. Das ist aber nicht das Einzige. So ein Chimera-Antigen-Rezeptor hat noch eine ganz andere Funktion und zwar gibt es hier verschiedene Signalelemente, die dazu führen, dass wenn die T-Zelle an die Tumorzelle bindet, dann auch eine Aktivierung der T-Zelle stattfindet, sodass dann die T-Zelle gestärkt ist und die Tumorzelle töten kann. Und das Wort Chimera bezieht sich in dem Zusammenhang darauf, dass aus verschiedenen Bestandteilen eine neue Einheit entsteht. Und zwar kommt die Antigen-Bindestelle von dem Antikörper, in den meisten Fällen von dem Antikörper her, wie Sie hier sehen, was eben die Bindung an die Tumorzelle ermöglicht. Und dann werden noch Elemente eines T-Zelle-Rezeptors, in dem Fall in Braun dargestellt, eine Quostimulation und ein Element zur T-Zelle-Aktivierung, die sogenannte CD3-SATA-Kette, mit eingebaut, sodass dann der Chimera-Antigen-Rezeptor entsteht. Und wie das nun therapeutisch verwendet wird, zeigt sich in diesem Bild. Wenn man sich vorstellt, dass das hier ein Patient mit einem Blutkrebs zum Beispiel ist, dann werden von dem Patienten Blut entnommen und eben diese T-Zellen isoliert. Die T-Zellen werden dann genetisch verändert, sodass sie die Antigen-Rezeptoren an der Oberfläche exprimieren. Dann werden diese KT-Zellen noch in vitro kultiviert und vermehrt, sodass dann eine gewisse Anzahl an KT-Zellen dem Patienten wiederum infundiert werden. Und was dann in dem Körper des Patienten passiert, ist hier dargestellt. Also man stellt sich vor, dass diese KT-Zelle nun diese Moleküle auf der Oberfläche der Tumorzelle erkennt und daran bindet. Und dadurch entsteht eine Aktivierung der T-Zelle, sodass dann die Tumorzelle lysiert wird und abgetötet wird. Und dass das ein sogenanntes Living Truck ist, möchte ich auch mit zwei Videos zeigen. In dem ersten Video sehen Sie auch hier in grün T-Zellen und das sind T-Zellen, die noch nicht diesen spezifischen Antigen-Rezeptor exprimieren. Und im Hintergrund hier im Grau sehen Sie die Tumorzellen. Und was man nun sieht, ist, Sie sehen, die T-Zellen bewegen sich, die sind auch aktiv, aber sie interagieren nicht wirklich mit den Krebszellen, wohingegen die Krebszellen sich vermehren und deutlich an Überhand gewinnen. Die T-Zellen sehen so etwas verloren aus und im Verlauf hat man das Gefühl, so richtig gewinnen Sie den Kampf nicht gegen die Krebszellen. Wenn man jetzt aber diese T-Zellen mit dem spezifischen Antigen-Rezeptor verändert, sodass die T-Zellen diesen Antigen-Rezeptor exprimieren, zeigt sich dieses Bild. Am besten schauen Sie hier an die Stelle, da sehen Sie immer wieder, wie die Bettina Weigelin gerade gezeigt hat, dass Tumorzellen abgetötet werden. Diese Blasen, die sich hier bilden und dass die Tumorzellen in die Apoptose gehen. Sie sehen auch, dass die T-Zellen interagieren mit den Tumorzellen und auch hier an den Stellen immer wieder Krebszellen abgetötet werden. Es wird nicht jede Tumorzelle abgetötet, aber doch sieht man, dass die T-Zellen deutlich aktiver sind, dass es immer wieder zu einem Abtöten kommt und dass man auch sieht, dass im Verlauf die T-Zellen nicht Oberhand verlieren, sondern eher sich auch vermehren. Und ich denke, das Beispiel zeigt uns deutlich, warum man in dem Zusammenhang von einem sogenannten Living Drug spricht. Die T-Zelltherapie oder die Therapie mit T-Zellen hat eigentlich eine ganz lange Entwicklung hinter sich. T-Zellen wurden entdeckt im Rahmen von Knochenmarkstransplantationen, als man gesehen hat, dass residuelle T-Zellen im Knochenmarkstransplantat zu sogenannten Spender- versus Empfängerreaktionen führen können, aber auch, dass diese T-Zellen dafür sorgen können, dass restliche Tumorzellen abgetötet werden können. Und als man das gesehen hat, hat man begonnen, T-Zellen therapeutisch auszunutzen. Und im Verlauf hat man dann sehr viel gelernt über die Biologie der T-Zellen und hat gemerkt, dass es eigentlich eine ganz spezifische T-Zellpopulation benötigt, damit Tumorzellen abgetötet werden. Und so hat man Technologien entwickelt, um wirklich die spezifischen T-Zellen zu generieren, die dann effizient Tumorzellen abtöten können. Und in diesem Zusammenhang ist eben auch diese genetische Veränderung entstanden und die KT-Zellen. Und die haben so hauptsächlich um das Jahr 2010 den Eintritt in die Klinik gefunden und wurden dann sehr erfolgreich bei Leukämien und Lymphomen angewendet. Inzwischen wird es auch für andere Erkrankungen erforscht und es gibt viele klinische Studien, in deren Zusammenhang die KT-Zelltherapie evaluiert wird. Und das hat dazu geführt, zu einem großen Durchbruch dieser Zelltherapie, dass so eine Zelltherapie als Arzneimittel zugelassen wurde. Also es ist eine Zelltherapie und genetisch veränderte Zellen, die nun als Arzneimittel zur Verfügung stehen. Und die meisten der Produkte sind momentan gegen die Zielstruktur CD19 zugelassen. Das ist ein Molekül, das auf bestimmten Formen von Leukämien und Lymphomen exprimiert wird, aber es gibt inzwischen auch andere Produkte, die zugelassen sind. Und in unserer Forschung beschäftigen wir uns damit, diese Therapie besser und sicherer zu machen und auch diese Therapie für andere Erkrankungen zugänglich zu machen. Und ich möchte das abschließend noch kurz an zwei Beispielen zeigen. Zum einen habe ich mich damit beschäftigt mit dem Signalapparat dieser KT-Zellen und habe in den Bereich verschiedene Modifikationen eingeführt und diese dann getestet in präklinischen Modellen. Und in diesem Bild können Sie sehen, was da evaluiert wurde. Und zwar werden hier Mäusen, Tumorzellen injiziert und man sieht hier dann im Verlauf, wie die Tumorzellen wachsen, wie die dann stark zunehmen, wenn sie keine spezifische Therapie bekommen, sondern nur T-Zellen injiziert werden. Wenn Sie jetzt die Mitte anschauen, dann sehen Sie KT-Zellen, die momentan in der Klinik zugelassen sind. Mit diesen KT-Zellen kann man die Tumorlast senken. Sie sehen, dass die hier erstmal überall reduziert wird. Doch leider sieht man auch, dass im Verlauf sehr häufig Rezidive auftreten. Da steigt die Tumorlast wieder an. Die Modifikation, an der ich gearbeitet habe, führt dazu, dass die Tumorlast absinkt und dann komplette Remissionen auftreten. Das heißt, hier ist kein Tumor mehr nachweisbar. Und diese Art der KT-Zellen wird jetzt momentan auch in der Phase 1 in der klinischen Studie getestet und erprobt und wird hoffentlich die Therapie noch weiter verbessern. Einen anderen Bereich, in dem wir forschen, ist es, dass wir die Therapie für andere Erkrankungen austesten und das möchte ich am Beispiel der Leberfibrose zeigen. Hier haben wir Mäuse, in Mäusen eine Fettleber induziert. Das heißt, Sie sehen hier diese rötliche Darstellung, diese rötliche Struktur der Leber bedeutet eine strukturelle Veränderung, diese fibrotische Veränderung und die Leberschäden. Und wenn man nun KT-Zellen gibt, dann sieht man, dass sich das auflöst und dass sich die Leber wieder auch holt und regeneriert. Und das geht auch mit einer verbesserten Leberfunktion einher, wie man am Beispiel eines Markers im Blut, im sogenannten Albumin, sieht, was zeigt, dass nach der KT-Zelltherapie die Leberfunktion verbessert wurde. Zusammenfassend möchte ich sagen, möchte ich Ihnen nochmal die Hauptaussagen mit nach Hause geben. Immunzellen können genetisch verändert werden, damit sie verstärkt im Kampf gegen Krebs eingesetzt werden können. Und die Therapie mit KT-Zellen ist ein Beispiel, wie genetisch veränderte Immunzellen zu großen klinischen Erfolgen führen können und ist inzwischen sogar als Arzneimittel zugelassen. Es gibt verschiedene Ansätze weltweit, um diese Therapie zu verbessern und auch sie auszuweiten. Und letztlich ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich nur hier stehe, weil extrem viele Menschen natürlich an dem zusammenarbeiten und ich nur stellvertretend die Personen, für die Personen spreche. Und deshalb ist dieses Slide, diese Folie die allerwichtigste. Die ist leider zu klein, als dass da alle Menschen aufgeführt werden könnten, die mir bei der Arbeit helfen. Zum einen möchte ich ganz herzlich dem Michelle Sederlen danken. Das ist einer der Pioniere der KT-Zell-Therapie und ich habe in seinem Labor mein Postdoc gemacht und von ihm über KT-Zellen lernen dürfen. Ich möchte mich bei meiner Kollegin und Freundin Jay bedanken, der Kooperation mit dem Labor von Scott Lau in New York und insbesondere mit der Corinna. Und hier in Tübingen möchte ich mich einerseits bei dem Josef Leibold bedanken. Sie dürfen gleich noch von ihm seinen Vortrag hören. Wir haben sehr viel bisher zusammengearbeitet und arbeiten auch weiterhin sehr viel zusammen. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Labor bedanken. Ich bin sehr froh über so viele motivierte Mitarbeiter. Es macht unglaublich viel Spaß. Und natürlich ganz herzlich bei dem iFit, dem Exzellenzcluster und den Sprechern, den Professoren Zendern, Pichler und Ramensee. Ich möchte mich auch in der Kinderklinik, bei den ärztlichen Direktoren, den Professoren Hand-Gretinger und Lang bedanken und natürlich bei meinen Förderungen und bei Ihnen fürs Zuhören, vorbeikommen oder einschalten. Danke. Und wir danken auch ganz herzlich für die wirklich spannenden Einblicke und bitten jetzt Herrn Leibold. Ja, auch von mir Herzliches Willkommen. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier meine Forschung präsentieren zu dürfen. Ich spreche heute über zielgerichtete Therapien, die genau in die mutierten Signalwege in den Tumorzellen eingreifen sollen und dabei auch über Resistenzmechanismen und wie wir die umgehen, indem wir noch schlauere Therapien anwenden. Zu Beginn meines Vortrags habe ich leider keine guten Nachrichten, denn einer der größten Risikofaktoren Krebs zu entwickeln, ist etwas, nach dem viele von uns streben, nämlich ein hohes Alter, Lebensalter zu erreichen. Und das sieht man hier verdeutlicht. Hier ist das Lebensalter aufgetragen und hier das Risiko, an einer der folgenden Krebsarten zu erkranken. Und wie man sieht, steigt das mit dem steigenden Lebensalter auch das Risiko dramatisch an. Und ein Grund, warum das so ist, ist, dass wir im Laufe unseres Lebens nahezu jede Zelle im Körper immer wieder Fehler akquiriert, das heißt Mutationen auf DNA-Ebene, die dann schlussendlich dazu führen, dass ein Tumorsuppressor-Gen, also ein Gen, das die Tumorentstehung verhindert, verloren geht oder dass ein Onkogen, ein Gen, das die Tumorentstehung fördert, angeschalten wird. Und hier sieht man noch mal, wie solche Mutationen in Zellen in der Speiseröhre über das Lebensalter ansteigen. Wer jetzt denkt, na gut, dann muss ich ja keinen gesunden Lebensstil mehr führen, weil irgendwann erwischt es einen ja dann doch. Dem sei gesagt, Alter ist ein nicht beeinflussbarer Risikofaktor. Es gibt natürlich aber auch beeinflussbare Risikofaktoren. Und hier ist an erster Stelle, und das ist jetzt leider nicht so richtig zu sehen, das Rauchen zu nennen. Hier auf der Seite sieht man die Anzahl der Mutationen in Nichtrauchern und auf der Seite sieht man die Anzahl der Mutationen in Zellen in der Lunge von Rauchern. Und da sieht man, dass das natürlich hier deutlich höher ist und dementsprechend Rauchern ein viel größeres Risiko haben, an einem Tumor zu erkranken. Warum passiert es jetzt nicht noch häufiger, nachdem wir doch von quasi Geburt an immer mehr Mutationen einsammeln über die Lebensjahre? Nun, das liegt daran, dass wir zellinterne und zellexterne Kontrollmechanismen im Körper haben. An den zellinternen Mechanismen ist zu nennen, dass eine Zelle sehr wohl merkt, wenn sie zum Beispiel so ein Onkogen angeschaltet hat. Das führt dazu, dass die Zelle Möglichkeiten hat, damit umzugehen. Sie könnte zum Beispiel in die Apoptose, den kontrollierten Zelltod, gehen. Oder sie kann in in zelluläre Seneszenz gehen. Das ist ein Status, den man vielleicht mit so einem dauerhaften Winterschlaf vergleichen kann. Das heißt, die Zellen teilen sich nicht mehr. Sie bleiben nach wie vor im Körper vorhanden. Aber, und sie signalisieren ihren Nachbarzellen, dass mit ihnen was nicht stimmt. Und dann gibt es zellexterne Kontrollmechanismen. Und davon, da haben wir schon sehr viel von meinen zwei Vorrednerinnen gehört. Da ist natürlich das Immunsystem oder die Immunzellen an vorderster Front zu nennen. Das heißt, T-Zellen, natürliche Killerzellen, patrouillieren durch den Körper, suchen nach Zellen, denen es nicht gut geht, weil sie entartet sind, weil sie virusinfiziert sind und räumen die dann schlussendlich ab. Hier sieht man beispielhaft einen Tumor dargestellt. Und da ist natürlich so, dass die Immunzellen immer wieder mit den Tumorzellen interagieren, wie wir auch schon gesehen haben. Aber es ist ein sehr komplexes System. Die Immunzellen agieren auch untereinander, interagieren auch untereinander. Und die Tumorzellen kommunizieren auch untereinander. Um das Ganze noch zu verkomplizieren, kommen auch diese oder gibt es auch Interaktionen zwischen diesen zellinternen Kontrollmechanismen und zellexternen Kontrollmechanismen, wie hier zum Beispiel in der zellulären Seneszenz, worauf ich nachher noch kurz genauer eingehen werde. Nun, wenn es dann zu einer Tumorentstehung kommt, dann ist das Lungenkrebs oder der Lungenkrebs die häufigste krebsassoziierte Todesursache. Weltweit sterben nahezu 1,8 Millionen Menschen an dieser Erkrankung. Und wenn man sich dann diese Onkogene, die in diesem Tumor vorhanden sind, anschaut, dann sieht man, dass es ganz viele verschiedene gibt. Aber es gibt welche, die sind häufiger als andere und an vorderster Front ist hier das KRAS zum Beispiel zu nennen. Nun schauen wir uns mal so einen Signalweg in einer normalen Zelle an. Da ist es im Normalfall so, dass hier von zellextern Information kommt, dass die Zelle sich teilen soll. Die Information wird dann in die Zelle übertragen und es kommt zu einer Aktivierung von so einem Signalweg, wie hier KRAS, RAF, MAC, ERC, das dann schlussendlich dazu führt, dass die Zelle sich teilt. Dieser Signalweg ist in nahezu allen Zellen vorhanden, aber er ist noch sehr selten aktiv. Also im Normalfall passiert das nicht so oft, dass tatsächlich dieses Signal kommt und die Zelle sich teilt. Wenn es dann aber zu einer Mutation kommt, wie hier zum Beispiel in KRAS oder auch in anderen Mitgliedern dieses Signalwegs, RAF, dann führt es dazu, dass die Zelle plötzlich unabhängig ist von diesen externen Mechanismen. Das heißt, ihr ist eigentlich egal, ob von extern das Signal kommt oder nicht, sondern es führt dazu, dass die Zelle nahezu andauernd das Signal bekommt, sich zu teilen. Dieser Signalweg ist hier immer aktiv und es kommt zu einer unkontrollierten Zellteilung, schlussendlich zur Tumorentstehung. Nun gibt es zwischenzeitlich sehr gute Medikamente, die genau in diese mutierten Signalwege eingreifen. Hier sind zum Beispiel die RAF-Inhibitoren zu nennen, die spezifisch in einer Mutation wirken, wenn eben dieses, wenn einer dieser Signalwege hier aktiviert wird oder krankhaft aktiviert wird. Und dass die Medikamente auch gut wirken, will ich Ihnen hier an einem Beispiel zeigen. Das sind jetzt keine so sonderlich schönen Bilder, aber man sieht hier einen Patienten mit einem schwarzen Hautkrebs, ganz viele Tumormanifestationen unter der Haut überall und dieser Tumor hat eben eine BRAF-Mutation. Nun wird dieser Patient mit einem BRAF-Inhibitor behandelt und 15 Wochen später sieht der Patient so aus. Nahezu alle Tumormanifestationen sind weg. Der Patient hat deutlich an Gewicht wieder zugenommen, sieht deutlich gesünder, deutlich besser aus und man könnte sagen, naja, das funktioniert doch gut, der ist eventuell geheilt. Nun muss man aber so ein Signalweg natürlich als nichts isoliertes anschauen, sondern es gibt ganz viele Signalwege, die parallel verlaufen und das kann man sich vielleicht so vorstellen wie ein kompliziertes U-Bahn-System von einer Großstadt. Hier exemplarisch das U-Bahn-System von New York gezeigt. Wenn es jetzt hier in New York zu einer Störung an einem Knotenpunkt wie zum Beispiel den Bryant Park kommt, dann sorgt das natürlich zunächst mal für Chaos. Züge bleiben in den Tunneln stecken, die Leute kommen zu spät zur Arbeit, kommen vielleicht gar nicht zur Arbeit und es ist erst mal ein großes Problem. Aber sowas spricht sich in New York immer sehr schnell rum. Nach kurzer Zeit wissen die New Yorker in Bryant Park komme ich nicht weiter und nehmen dann einfach andere Linien, die sie dann von Uptown nach Downtown oder die andere Richtung bringen. Und im Endeffekt kann man sich genauso auch eine Tumorzelle vorstellen. Zunächst sorgt dieser BRAF-Inhibitor für großes Chaos in den Tumorzellen. Dieser Signalweg, der da mutiert ist und immer aktiv, der wird gebraucht für das Überleben der Zelle. Das heißt, zunächst sterben viele Zellen ab, aber die Tumorzellen sind schlau und merken irgendwann, dass das eben nicht zum Erfolg führt und versuchen dann Umgehungssignalwege anzuschalten und das ganze Problem so zu entgehen. Und deshalb sieht man, dass nur acht Wochen nach diesem Bild der Tumor in seiner initialen Form wieder zurückgekommen ist und es dem Patienten entsprechend wieder deutlich schlechter geht. Wenn man das jetzt auf unseren Signalweg überträgt, dann ist es so, dass wenn man also einen MEG-Inhibitor oder BRAF-Inhibitor nimmt, der für so einen mutierten Signalweg in Frage kommt, dann initial führt es zum Erfolg, aber der Tumor findet dann eben Umgehungssignalwege in der Nachbarschaft, die dann zum selben Ziel führen, nämlich dass schlussendlich der Zellzyklus wieder angeregt wird und die Zelle wieder anfängt, sich zu teilen. Wenn man jetzt aber als Wissenschaftler über viele Jahre an solchen Dingen geforscht hat, dann weiß man natürlich auch, welche Signalwege da dann eine Rolle spielen in diesen Resistenzmechanismen und man kann sich überlegen, wie kann man strategisch günstig eine Kombination auswählen, die dann dazu führt, dass dieser Signalweg auch mit in Betracht gezogen wird und man trotzdem wieder ein Ansprechend bekommt. Und deshalb haben wir versucht, eine Kombinationstherapie aus Tramentinib, das hier oben ansetzt, den Pathway und hier unten mit CDK4-6-Inhibitor, Palbo-Cyclib zu kombinieren, um dann zu versuchen, nicht nur den initial mutierten Signalweg, sondern auch diese Umgehungs- und Resistenz-Signalwege in Betracht zu ziehen. Und das haben wir in K-RAS oder K-RAS mutierten Lungenkarzinomzerlinien gemacht. Wir haben gesehen, dass diese Kombinationstherapie synergistisch wirkt. Also hier haben wir die Einzeltherapien in höheren Dosierungen jeweils und man sieht, dass selbst niedrige Dosierungen von der Kombinationstherapie besser wirken als die hohen Dosierungen von den Einzeltherapien. Wir haben dann weiter untersucht und haben gesehen, dass diese Tumorzellen mit der Kombinationstherapie in diesen Winterschlaf versetzt werden, also in die zelluläre Seneszenz gehen. Und das ist ein Status der Zelle, wo zum einen, was ich schon erwähnt hatte, die Zellteilung gestoppt wird und zwar permanent gestoppt wird und zusätzlich die Zellen anfangen, Zytokine und Chemokine, also Botenstoffe auszusenden, die dazu führen, dass Immunzellen auf sie aufmerksam werden und schlussendlich im Idealfall diese Seneszente, diese Zelle im Winterschlaf abtöten. Wir haben das dann auch, was auch schon erwähnt wurde, in einem Mausmodell ausprobiert, weil die Mausmodelle sind sehr viel aussagekräftiger, was dann auch die Übertragbarkeit der Ergebnisse in die Klinik anbelangt. Wir haben also in den Mäusen Lungenkrebs induziert und sie dann entweder mit den Einzeltherapien oder der Kombinationstherapie behandelt und hier sieht man, dass die Mäuse, die mit der Kombinationstherapie behandelt wurden, deutlich länger leben als die Mäuse, die mit den Einzeltherapien oder sogar nur mit der Trägersubstanz behandelt wurden. Zusätzlich haben wir gesehen, dass es tatsächlich zu einer effektiven Infiltration von natürlichen Killerzellen in diese Tumore kommt, aber auch nur dann, wenn wir die Kombinationstherapie anwenden. Und diese Killerzellen sind nicht nur vorhanden, sondern die sind auch aktiv, was man dann an verschiedenen Oberflächenmarkern gesehen haben. Und zu guter Letzt wollte man dann sehen, ob diese Killerzellen, diese natürlichen Killerzellen, diese seneszenten Zellen, also die Tumorzellen im Winterschlaf abräumen können. Das heißt, wir haben jetzt wieder im Reagenzglas die Tumorzellen mit der Kombination behandelt und dann diese natürlichen Killerzellen mit dazugegeben. Und ganz ohne Videos bin ich auch nicht ausgekommen. Nachdem meine Vorrednerinnen so tolle Videos gezeigt haben, wollte ich da natürlich nichts nachstehen und hier sieht man die Tumorzellen in grün und die natürlichen Killerzellen in rot. Hier auf der linken Seite die Trägersubstanz und hier rechts die Kombinationstherapie. Und was man hier links jetzt sieht, ist, dass die natürlichen Killerzellen eigentlich sich nicht groß für die Tumorzellen interessieren, wenn die unbehandelt sind. Sobald wir aber die Kombinationstherapie anwenden, dann sind die NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen sehr aktiv, gehen den Tumorzellen hinterher und schlussendlich führt es dazu, dass die Tumorzellen tatsächlich abgetötet werden. So, was würde ich gerne oder was sollen Sie mit nach Hause nehmen? Im Endeffekt ist wichtig zu wissen, dass Tumore sehr gut da drin sind, zielgerichteten Therapien auszuweichen und Resistenzmechanismen zu entwickeln. Dementsprechend muss man als Forscher in dem Bereich neue Kombinationstherapien anwenden, um eben diese Resistenzentwicklung vorherzusehen und zu umgehen. Die ideale Therapie gegen Tumore hat nicht nur eine hemmende Wirkung auf die Tumorzellen, sondern führt auch zu einer Aktivierung des Immunsystems. Wir haben von den Vorrednerinnen gehört, wie wichtig das ist, dass dieses Immunsystem die Tumorzellen erkennt und mit abräumt und wir sind jetzt dabei, diese Kombinationstherapien dann auch in der Klinik anzuwenden. Und zu guter Letzt ist mir wichtig zu sagen, dass Wissenschaft immer Teamarbeit ist. Auch wenn jetzt ich hier stehe und die Ergebnisse präsentiere, so ist das dann doch immer ein großes Team, das zusammenarbeitet und die entsprechenden Ergebnisse generiert. Und deshalb, Entschuldigung, ist mir ganz wichtig, jetzt hier den entsprechenden Leuten zu danken. Zum einen dem Scott Lowe, bei dem ich zuletzt jetzt fünf Jahre als Postdoc in New York war und unter anderem an diesem Problem gearbeitet habe. An meinen Kollegen Markus Ruschetti, Matthew Bott und Carlo-Johan Zahnov und den anderen Mitgliedern des Low Labs, dann ganz wichtig, der Judith Feucht möchte ich gerne herzlich danken, weil wir schon über viele Jahre jetzt erfolgreich zusammengearbeitet haben und das auch hoffentlich weiterhin tun, den Leuten in ihrem Labor, dann meinem eigenen Labor, das ich jetzt hier aufbaue. Ich bin auch sehr froh und glücklich, dass ich so motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden habe, die mit mir an der wissenschaftlich arbeiten wollen und zu guter Letzt den Leuten vom iFit, zuerst mal dem Sprecher Lars Zender, der nicht nur der Sprecher des iFits ist, sondern auch mein Mentor in der Klinik und bei dem ich, bevor ich nach New York gegangen bin, auch im Labor war, Bernd Pichler, Hans-Georg Rammensee und allen anderen, die beim iFit eine richtige Rolle spielen. Und dann Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit. Jawohl, herzlichen Dank. Es sind einige Fragen im Chat und wir haben noch ein paar Minuten für den Livestream. Frau Weigelin, warum töten sich T-Zellen nicht selbst und ich bündle jetzt, warum könnte man die irgendwie so steuern, dass sie sich um eine Tumorzelle ansammeln und diese dann im Team bekämpfen? Wenn Sie es möglichst kurz beantworten können. Die T-Zellen töten sich schon mal nicht gegenseitig, weil sie eben nicht die richtigen Peptide auf der Oberfläche präsentieren, die von den anderen T-Zellen dann erkannt werden würden. Und die Idee, die T-Zellen zu akkumulieren rund um eine Tumorzelle, die ist tatsächlich gut und es gibt auch verschiedene Ansätze, das zu realisieren. Und das ist zum Beispiel die bispezifischen Antikörper zu nennen. Das ist also ein Molekül, das auf der einen Seite an die T-Zelle bindet und auf der anderen Seite an die Tumorzelle zum Beispiel. Und eigentlich war die Idee, mit diesem Molekül T-Zellen gegen Tumorzellen zu richten. Was man aber auch sieht, ist, dass das die Kontaktzeit zwischen T-Zelle und Tumorzelle verlängert. Und dadurch kommt es dann dazu, dass die T-Zellen tatsächlich sich da ansammeln, wenn eine nach der anderen vorbeikommt und da dann länger verweilt. Wunderbar, danke. Frau Feucht, welche Stimulation brauchen die T-Zellen, um ihre Vermehrung anzuregen? Und zweite Frage, die Zellen in ihren Videoaufnahmen, sind die fluoreszierend oder wurden die im Nachhinein eingefärbt? Danke für die Fragen. Also zum einen, ich gehe erst auf die zweite Frage ein, die sind fluoreszierend, also schon von Beginn an sind so, es sind von der Maus grün quasi gekommen und dann verändert worden. Und zur zweiten Frage, wie sich die T-Zellen vermehren und das ist bei T-Zellen oder auch genetisch veränderten T-Zellen, den K-T-Zellen ähnlich. Es gibt sogenannte Zytokine und Chemokine, die sind Bodenstoffe, die auch im Körper vor sind und daraufhin reagieren die K-T-Zellen und können sich dadurch vermehren. Es ist quasi ein Signal, Signalwege, die da angeschaltet werden, die sie benötigen, um dann sich an sich zu vermehren und zu wachsen. Und dann ist es so, jetzt am Beispiel, wenn Sie den Tumor erkennen oder eben ein Oberflächenantigen, dann ist das auch ein Trigger, um die K-T-Zelle oder die T-Zellen zu aktivieren. Da gibt es intrinsisch Signalwege, die angeschaltet werden. Es gibt auch Signalwege, die die Aktivierung dann wieder etwas hemmen. Das, was die Bettina Weigeling auch angesprochen hat, dass keine Autoimmunität entsteht. Aber so wird es quasi intrinsisch reguliert. Jawohl, danke. Wir haben jetzt noch fünf Minuten für die Live-Stream. Herr Leibold, wie stimulieren Ihre Medikamente die Killerzellen? Und die zweite Frage, wenn wir es noch schaffen, wirken diese Immuntherapien auch bei Hirntumoren, Stichwort Blut-Hirn-Schranke? Ja, auch sehr gute, sehr spezifische Fragen. Zum einen muss man sagen, dass die Medikamente selbst relativ wenig Auswirkungen auf die NK-Zellen haben. Was tatsächlich die NK-Zellen dann schlussendlich aktiviert, sind die Botenstoffe, die von diesen Zellen im Winterschlaf ausgesandt werden. Also die Zytokine und Chemokine, die produziert werden von klassischerweise von diesen seneszenten Zellen. Das sind die, die da eine wichtige Rolle spielen. Wir haben da ganz spezifisch TNF-Alpha gefunden als einen Marker, der da eine wichtige Rolle spielt. Dann zu der weiteren Frage, ob diese Therapie auch bei Hirnmetastasen angewandt werden kann. Ja, die kann auch bei Hirnmetastasen angewandt werden. Grundsätzlich auf jeden Fall. Die ist momentan aber noch nicht klinisch zugelassen, diese spezifische Kombinationstherapie. Die Einzeltherapien sind zugelassen, je nach Tumorentität. Der CDK-4-Inhibitor im Brustkrebs und der MEK-Inhibitor zum Beispiel unter anderem auch Lungenkrebs, aber die Kombination ist bisher nicht zugelassen klinisch. Diesen wollen wir eventuell versuchen zu erreichen. Wunderbar, wir schaffen noch eine Frage. Frau Weigelin, wie viele Tumorzellen haben die Melanome, wenn sie circa einen Millimeter groß sind und wie weit ist es schon fortgeschritten beim Einsatz für Patienten? Also im Prinzip zielt die Frage auf den Größenvergleich, den kleinen Tumoren, die wir uns in der Maus anschauen und den doch durchaus größeren Metastasen und Tumoren im Menschen. Genau, das ist natürlich ein Punkt, den wir auch viel diskutieren oder auch viel diskutiert wird. Die Tumore in der Maus sind sicherlich kleiner. Am Ende haben wir ungefähr eine Größe im Durchmesser von so drei, vier Millimetern und das entspricht durchaus auch der Größe von kleinen Metastasen im Patienten, die Therapien gerne mal überleben und sich verstecken in verschiedenen Organen und ja letztendlich auch vom Immunsystem erkannt werden müssen. Das zweite ist, dass wir, wenn wir uns diesen Tumor anschauen in der Maus, obwohl er klein ist, hat er all diese Bereiche, die wir in den großen Tumoren im Patienten auch sehen. Diesen Randbereich, wo die T-Zellen sich akkumulieren, dann diese Interface, also diese Grenzfläche zwischen Tumor und Gewebe, wo wir noch die T-Zellen sehen, wie sie in den Tumor reingehen, aber auch nicht mehr so aktiv sind und dann haben auch unsere klitzekleinen Maustumore diesen Bereich im Zentrum des Tumors, wo sie einfach nicht hingehen. Und das ist auch im Patienten ein bekanntes Problem, einfach nur in größer. Aber diese verschiedenen Bereiche der T-Zellaktivität können wir selbst in diesen sehr kleinen Maustumoren sehr gut abbilden. Die genaue Zellzahl, das weiß ich nicht. Nein, es war wunderbar, ganz herzlichen Dank. Eine letzte Frage an Herrn Leibold. Könnte man die T-Zellen auch so genetisch manipulieren, dass sie bei Autoimmunerkrankungen die eigenen Strukturen dann nicht mal als gefährlich einstufen? An mich? Das ging an Herrn Leibold oder an wen Sie möchten. Ich kann vielleicht etwas dazu sagen, weil ich... Ich stelle Ihre Expertise, ich will nicht an Sie weiter. Aber gerne doch. Ich hoffe, der, der die Fragestellende ist einverstanden. Also es können die verschiedenen Immunpopulationen verwendet werden, um genetisch zu verändern. Und nun gibt es Zellen, die schon eher immunsuppressiv sind. Und die werden im Rahmen der KT-Zelltherapie auch eingesetzt, oder der KT-Therapie, wo man dann versucht, mit einer Immunpopulation, die eben immunsuppressive und damit hemmende, immunhemmende Signale sezerniert, verwendet, um so einen chimären Antigenrezeptor zu exprimieren. Also es gibt auch verschiedene Möglichkeiten in dem Bereich der Autoimmunerkrankungen mit der Therapie zu arbeiten. Wunderbar. Herzlichen Dank. Ich höre immer noch nichts aus dem Hauptstudio. Gut, dann stelle ich auch noch die nächste Frage. Genau, die Frage war nochmal, wie patientennah sind diese Therapien? Also wie weit ist das schon fortgeschritten, dass die in klinischen Versuchen eingesetzt werden? Oder direkt in der Praxis? An alle drei? Ist es in Ordnung, wenn ich kurz den Anfang mache? Die KT-Zelltherapie, das habe ich auch erwähnt, ist inzwischen schon fortgeschritten in der Klinik. Aber man muss sagen, für spezifische Erkrankungen, wo es eben auch teilweise jetzt als Arzneimittel zugelassen ist. Und dann gibt es sehr viele klinische Studien, wo neue Formen der KT-Zellen oder die KT-Zellen in anderen Tumorentitäten oder Krankheitsentitäten erforscht werden. Jawohl. Sind unsere Zuschauer im Livestream noch dabei? Also ich gehe jetzt mal auch über zu Fragen hier aus dem Publikum. Diese Frage geht auch an Frau Weigelin. Wie kann man diese Immunzellteams im Patienten beeinflussen? Beziehungsweise worin unterscheiden sich die neuen Therapien? Jetzt wollen wir bei diesem Vortrag wieder zurück ins Studio schalten. Es geht noch spannend weiter, auch hier bei uns mit neuen Themen. Und vor allen Dingen, denke ich, haben wir jetzt schon einen ganz spannenden Einstieg gefunden in unseren Science Day. Und auch unser zweiter Exzellenzcluster steht im Dienste der Gesundheit. Controlling Microbes to Fight Infections, oder kurz Zympfi, ist ein Exzellenzcluster, bei dem sich alles darum dreht, wie Mikroben, also winzig kleine Lebewesen wie Bakterien, Viren und Pilze, uns dabei helfen können, Infektionen zu bekämpfen. Unser menschlicher Körper ist von Millionen dieser Mikroorganismen bevölkert. Sie leben in mikrobiellen Gemeinschaften, sogenannten Mikrobiomen, auf unserer Haut, in unserer Nase oder auch in unserem Darm. Viele dieser Mikroben sind für unsere Gesundheit wichtig, aber manche machen uns auch krank. Die Krankheitserreger hat man in den vergangenen Jahrzehnten oft mit Breitbandantibiotika bekämpft. Aber inzwischen ist klar, dass dadurch nicht nur Antibiotikaresistenzen entstehen können, sondern auch in vielen Fällen die betroffenen Mikrobiome als Ganzes geschädigt werden. Und wenn das geschieht, wenn also das natürliche Gleichgewicht unserer körpereigenen Mikrobiome aus der Balance gerät, dann kann das ein Einfallstor für Infektionen sein. Die Forscherinnen und Forscher des Exzellenzclusters Zymphi setzen deshalb genau bei diesen Mikrobiomen an, um eine neue Strategie zur Bekämpfung von Infektionen zu entwickeln. Sie wollen die Mikrobiome und deren innere Mechanismen besser verstehen. Denn je mehr wir über diese Mikrobiome wissen, desto besser können wir sie uns auch aktiv zunutze machen. Es geht also darum, neue und zielgerichtete Wirkstoffe zu entwickeln, mit denen wir Mikroben so steuern können, dass sie uns helfen, Infektionen zu bekämpfen und unsere Gesundheit zu schützen. Besonders interessant sind dabei natürlich Bakterien, die ihre gefährlichen Artgenossen in Schach halten können. Ein Beispiel dafür ist Daphylococcus fluctunensis, ein unserer Nase lebendes Bakterium, das dem Tübinger Forscherinnen und Forscher, das sie gefunden haben und wo sie ein körpereigenes Antibiotikum extrahieren konnten, das sogenannte Lugtonin. Bei alledem ist die Mikrobiomforschung ein immer noch sehr junges und neues Feld. Und wir beginnen gerade erst, die mikrobiellen Mechanismen genauer zu verstehen. Werfen wir doch mal einen genaueren Blick in einige der Räume und Labore, in denen diese wichtige Forschung vorangetrieben wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, auch hier ganz spannende Einblicke. Und um mehr zu erfahren, schalten wir jetzt in den Pfleghofsaal zu Karl Guido Reikhock. Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer, zunächst mal hier im Pfleghofsaal und dann natürlich auch diejenigen, die uns im Livestream folgen. Bereits vorab möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass Sie uns Fragen stellen können, und zwar sowohl diejenigen, die hier im Saal sind. Also es gibt Karten, die haben Sie auf Ihren Stühlen gefunden. Da können Sie Ihre Fragen kurz notieren. Die werden dann später eingesammelt und ich bekomme die dann. Und diejenigen, die uns auf YouTube folgen können, bitte die Chatfunktion nutzen oder Sie schreiben uns eine E-Mail an veranstaltungen.at.unitübingen.de. Ja, in den reichen Industrieländern haben wir uns über Jahrzehnte daran gewöhnt, dass Infektionen eigentlich keine große Rolle mehr spielen bei Krankheitsgeschehen. Wir haben alle seit Jahrzehnten sauberes Wasser, wenn wir den Hahn aufdrehen. Es gibt eine sehr gute Lebensmittelkontrolle in den Industriestaaten. Es gibt Impfungen und es gab lange Jahrzehnte auch sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Antibiotika, sodass also Infektionskrankheiten für uns eigentlich den Schrecken verloren hatten. Und dann kam Corona und seitdem sind Infektionskrankheiten wieder in aller Munde. Antibiotika-Forschung, Resistenzen und die Rolle des Mikrobioms, das sind die Themen hier und heute. Forscherinnen und Forscher der Universität Tübingen beschäftigen sich ja schon seit Jahrzehnten, ich hätte jetzt fast gesagt seit Jahrhunderten mit Infektionskrankheiten. Und das tun wir auch heute immer noch. Meine Gäste hier im Pfleghofssaal der Universität sind einmal Professorin Heike Brötz-Oesterheld und Professor Andreas Peschel. Die beiden sind Sprecherin und Sprecher des Exzellenzclusters ZIMFI, also Controlling Microbes to Fight Infections, der 2019 eingerichtet wurde. Ich möchte die beiden ganz kurz vorstellen. Heike Brötz-Oesterheld stammt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Sie hat an der Uni Bonn studiert, so wie ich übrigens auch. Sie war danach sehr lange und sehr erfolgreich als Forscherin tätig in der Industrie, ging dann an die Universität Düsseldorf und sie ist seit 2014 hier an der Universität Tübingen und hat den Lehrstuhl für mikrobielle Wirkstoffe. Andreas Peschel stammt, wenn ich richtig informiert bin, aus Hagen in Nordrhein-Westfalen. Er hat in Bochum und hier in Tübingen studiert. Sie sehen also ein Studium in Tübingen bringt einen weiter. Er war nach der Promotion zunächst am Forschungszentrum Borstel in Schleswig-Holstein, wenn ich das richtig sehe, hat danach eine Zeit lang an der Universität Utrecht in den Niederlanden geforscht und er ist seit 2001 hier Professor in Tübingen und er ist der Inhaber des Lehrstuhls für Infektionsbiologie. Und ich glaube, Herr Professor Peschel beginnt. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Schönen guten Tag. Ich bin richtig glücklich und froh, dass ich die Chance habe, mal nicht vor Kollegen zu sprechen, sondern vor denjenigen, die unsere Forschung finanzieren, nämlich Sie als Steuerzahler zahlen all das, was wir hier machen und ich hoffe, ich kann Ihnen zeigen und bestätigen, dass das sinnvoll angelegtes Geld ist und dass das, was wir tun, nicht nur Elfenbeinturm ist. Wir stehen ja im Verdacht oft, wir Wissenschaftler gerade oben auf der Morgenstelle in diesen Hochhäusern da im Elfenbeinturm zu sitzen. Das hat sich geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir machen immer mehr relevante Forschung, Forschung, die für uns alle wichtig ist und das findet ja auch seinen Ausdruck darin, dass Tübingen eine Exzellenzuniversität geworden ist, eine von elf in Deutschland mit drei Exzellenzclustern und einen Exzellenzcluster bekommt man nur dann bewilligt, wenn das, was man tut, wichtig ist, state of the art, relevant und wichtig. Und das ist das, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Kann ich das Bild bekommen auf dem Beamer? Das Cluster heißt Kontrolle von Mikroorganismen zur Bekämpfung von Infektionen. Also Mikroorganismen würden wir alle sehr gerne kontrollieren. Wir alle wissen, wie wichtig die Infektionen für uns geworden sind und wie weit die Natur hier in uns hineinreicht und uns selbst auch in unserer Gesundheit, in unserem Leben sehr stark beeinflussen kann. Genau das ist das Thema unseres Exzellenzclusters. Ich weiß nicht, ob die, die auf YouTube dabei sind, es vielleicht sehen, oder? Muss ich irgendwas tun? Ah, kommt. So, hier sind wir. Uni Tübingen mit dem Exzellenzcluster Controlling Microbes to Fight Infections, CMFI. Und ja, wir alle denken bei der Natur an etwas, was außerhalb von uns ist, was wir auch gut behandeln müssen, denn wenn wir die Natur schlecht behandeln, behandelt sie uns auch schlecht. Das erleben wir ja gerade mit der Corona-Pandemie, aber in vieler anderer Hinsicht ist das auch wahr. Also die Natur reicht in uns Menschen hinein, denn wir sind nicht alleine, wir Menschen. Wir leben zusammen mit ganz vielen Mikroorganismen, die man zusammen das Mikrobiom nennt. Es sind mehr Mikroorganismen, als wir Körperzellen haben. Die leben vor allem im Darm, aber auch auf der Haut, auf unseren Schleimhäuten und gemeinsam bilden wir das, was wir einen Meta-Organismus nennen. Diese Mikroorganismen sind also sehr willkommene Teile unseres Körpers. Wir brauchen sie auch, um richtig zu funktionieren. Unser Körper braucht diese Mikroorganismen, weil ein gesundes Mikrobiom, wenn es die richtige Zusammensetzung hat, essentielle Nährstoffe bildet, Vitamine und andere Moleküle und weil unser Immunsystem den Kontakt zu diesen Mikroorganismen braucht, als Sparring-Partner, als Trainer, um die richtige Balance zwischen Toleranz und Inflammation aufzubauen. Ja, jetzt kann aber auch die Zusammensetzung des Mikrobioms gestört sein, aus verschiedensten Gründen. Und dann sprechen wir von Dysbiose, Dysbiosis, und das kann ganz viele chronische Erkrankungen mitsteuern, von neurologischen bis zu Krebserkrankungen, von metabolischen bis zu Infektionskrankheiten kann das reichen, die bei einem gestörten Mikrobiom durch die Mikroorganismen dann ausgelöst werden. Und ganz besonders eben auch sind es Infektionskrankheiten, die hier entstehen können, weil unser Mikrobiom hier auch als Versteck dienen kann für Infektionserreger und zwar für die wichtigsten bakteriellen Infektionserreger. Die Frage ist also für uns und für viele andere Kollegen, und das untersuchen wir auch in unserem Exzellenzcluster, was ist eigentlich ein gesundes Mikrobiom, woran erkennen wir das und woran erkennen wir vor allem ein gestörtes Mikrobiom, was können wir tun, müssen wir tun, um dann solchen Erkrankungen vorzubeugen. Und das klingt einfach, aber es ist eine ganz schwierige Frage. Viele, viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt forschen an diesen Fragen und wahrscheinlich ist ein gesundes Mikrobiom für jeden von uns unterschiedlich, individuell sehr verschieden und deshalb ist das auch eine ganz komplexe Frage, die man auch mit ganz komplexen Antworten beantworten muss. Was wir vor allem erreichen wollen, ist eben, wie wir das Mikrobiom so steuern können, dass es für einen bestimmten Menschen wieder eine korrekte Funktion übernimmt. Das wird uns noch viele Jahre beschäftigen und ist ein ganz großes, spannendes Thema für uns Menschen. Ja, es führt uns zur Frage der Infektionskrankheiten. Herr Reiköck hat es ja schon angesprochen. Letztlich haben Infektionen die Geschichte der Menschheit ganz stark geprägt, so wie wir heute sind, die Pest, dann die Diphtherie, die inzwischen verschwunden ist, weil wir effektive Impfungen haben inzwischen, aber ganz früher ganz, ganz viele Menschen das Leben gekostet hat, noch vor 60 Jahren etwa. Und dann Aids ist eine der Pandemien der Neuzeit gewesen, wahrscheinlich die wichtigste bis vor anderthalb Jahren und jetzt müssen wir uns eben mit diesen Viren auseinandersetzen, die letztlich auch aus der Umwelt kommen und durch unser Mikrobiom auch mit beeinflusst werden. Uns geht es ja ganz besonders um bakterielle Mikroorganismen, bakterielle Infektionen und viele dieser todbringenden Infektionen sind von Bakterien ausgelöst worden. Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte der Medizin. Wahrscheinlich hat keine Disziplin so stark die Lebenserwartung und auch die Lebensbedingungen von uns Menschen so gesteuert wie die Infektionsforschung und die Mikrobiologie. Man hat irgendwann erkannt, dass Hygiene wichtig ist. Die ersten Impfungen sind vor fast 200 Jahren eingeführt worden, gegen die Pocken zunächst mal. Man hat die Infektionserreger detektieren können, wir können dadurch heute Diagnostik betreiben und dann gab es irgendwann die Entdeckung der Antibiotika. Das waren die Game Changer gegen bakterielle Infektionen. Die Lebenserwartung ist enorm in die Höhe gegangen. Wir hoffen, dass wir hier oben bleiben, aber wir sind nicht so sicher, dass das tatsächlich der Fall ist. Covid-19 ist so ein Warnschuss gewesen, aber es ist vermutlich nur die erste Welle von mehreren Pandemien, die auf uns zukommen. Die nächste Welle, die ist schon erkennbar. Frau Bors-Oesterheld wird das gleich berichten. Die Antibiotika-Resistenz machen uns riesige Probleme. Wir haben kaum noch neue Antibiotika. Die existierenden sind immer weniger wirksam, weil immer mehr Bakterien resistent werden dagegen. Und hier sind die Vorhersagen für die nächsten Jahrzehnte. Es könnten dramatische Todesraten auftreten durch Bakterien, die resistent sind gegen Antibiotika. Hier sind so ein paar Beispiele genannt. Ich mache das jetzt nicht im Detail. Man spricht von den Escape-Bakterien. Das ist eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Bakterien. Der erste Buchstabe im Namen, der wurde hier zu Escape zusammengefasst. Sie sehen hier in Deutschland die Zahlen auf deutschen Intensivstationen. Die sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Man kann extrapolieren, wo wir hinkommen. Und wir wissen, dass in vielen anderen Ländern, da brauchen Sie schon nur nach Italien, Portugal oder Griechenland zu schauen, da sind das ganz, ganz dramatische Zahlen, die ganz viele Menschen schon das Leben kostet. In Deutschland sind wir immer noch, und gerade in Tübingen, wo wir ein gutes Hygieneinstitut haben, haben wir eine gute Situation, aber wir müssen wachsam sein und aus dem Urlaub kann man schon Dinge mitbringen, die man nicht gerne hat hier. Also wir haben bis zu 50 Prozent Mortalität, wenn solche antibiotikaresistente Erreger auftreten. Und im Moment rechnen wir 700.000 Tote weltweit. Und in den nächsten Jahrzehnten eben kann sich das potenzieren. Ich will besonders diesen einen Erreger hier herausgreifen, weil wir daran sehr stark forschen. Staphylococcus aureus und die antibiotikaresistente Variante heißt MRSA. Sie sehen, das ist einer der am wichtigsten verbreiteten, am stärksten verbreiteten antibiotikaresistenten Erreger. Wir sind gewohnt, wenn wir an Infektionen denken, anzunehmen, dass die Erreger von außen kommen und wir uns nur irgendwie davor schützen müssen, dass sie kommen. Bei Covid-19 ist das tatsächlich der Fall. Wir können uns durch die Masken hier und jetzt auch durch Impfungen davor schützen, dass sie unseren Körper überhaupt besiedeln können. Das ist bei den bakteriellen Infektionen, bei all diesen Escape-Erregern fundamental anders. Denn die Bakterien, die kommen hier nicht irgendwie von außen, sondern sie sind schon in der Regel da. In unserem Mikrobiom leben sie bei vielen von uns unerkannt und warten auf eine Chance, eine Infektion auszulösen. Also im Grunde müssen wir hier schauen und hier auch Prävention betreiben in der Zukunft, weil es hier immer schwieriger wird, weil wir immer weniger verfügbare Antibiotika haben. Also Prävention, Detektion, ob wir kolonisiert sind durch solche resistenten Erreger und dann Wege finden, um diese Bakterien loszuwerden, bevor sie eine Infektion machen können. Vor allem beim Risikopatienten. Durch das, was wir Präzisionsprobiotika nennen, also gutartige Bakterien, die die Erreger eliminieren können, durch spezifische Wirkstoffe, die ganz gezielt und engmaschig das Mikrobiom erhalten, aber die Erreger eliminieren. Und Impfungen sind im Grunde ein großes Thema. Was gegen das Virus wunderbar funktioniert hat, hat seit Jahrzehnten nicht gegen diese Escape-Erreger funktioniert. Aus verschiedenen Gründen, die ich gar nicht genau ansprechen kann, ist es für diese Bakterien erheblich schwieriger, bislang eine effektive Impfung zu finden. Nur ganz kurz zu dem Staph Aureus. Das Mikrobiom, das der hier besiedelt, ist das der Nase. Jeder Dritte von uns trägt die in der Nase und weil wir gelegentlich die Nase anfassen oder sogar darin bohren und dann anderen Menschen die Hände schütteln oder im Bus irgendwo einen Griff anfassen, sind die so leicht zu übertragen und kommen dann ganz leicht auch in offene Wunden, Katheter, Lungenentzündungen ausgelöst werden. Also es ist einer der häufigsten schweren Erreger von Bakterieninfektionen, Blutvergiftung zum Beispiel und MRSA ist eben der Erregertyp hier. Ja, und das ist das, was meine Arbeitsgruppe besonders bearbeitet hier in Tübingen. Wir versuchen, diesen Staph Aureus in seiner Ganzheit, in seiner Ökologie auch zu verstehen, wie er mit dem Mikrobiom der Nase zusammenlebt, mit den vielen gutartigen Bakterien, auch welche gutartigen Bakterien wir als Probiotika nutzen könnten, um den Staph Aureus da rauszukicken. Und das ist tatsächlich möglich. Natürlich muss ich sagen, wir arbeiten auch an möglichen Impfstoffen und auch an neuen Antibiotika, um das Problem anzugehen, von den Grundlagen zur Anwendung. Und ganz kurz ein Beispiel, auf der Oberfläche, das ist so eine angeschnittene Staphylokokkenzelle, Bakterienzelle, haben die Bakterien ein Molekül, das aus solchen Zuckereinheiten besteht und das nennt man Teichonsäuren. Wir haben herausgefunden, dass das ein ganz wichtiges Antigen sein kann für künftige Impfstoffe. Und wir wissen genau jetzt, welches Epitop wir angreifen müssen, um solche Impfstoffe und Antikörper entwickeln zu können und hoffen damit, das Problem, das wir seit Jahrzehnten nicht lösen konnten, besser angehen zu können. Und diese Teichonsäuren haben noch eine andere wichtige Funktion, sie sind nämlich der Erkennungsstruktur für die Viren, die Bakterien angreifen. Die nennt man Bakteriophagen, sind sehr spezifisch für bestimmte Bakterien, können diese Bakterien einerseits umbringen, manchmal aber auch nicht und dann übertragen diese Bakteriophagen Resistenzgene. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich die Antibiotikaresistenzen so schnell und effektiv ausbreiten, weil die Bakteriophagen sie von einem Bakterium zum anderen übertragen. Auch das haben wir herausgefunden in letzter Zeit. Und wir hoffen, dass die Möglichkeiten, die wir hier bekommen, uns vielleicht ein bisschen dazu beitragen, zu verhindern, dass sich die Resistenzen so schnell ausbreiten können. Und noch ein Punkt, den Frau Brutz-Oesterheld gleich noch im Detail beschreiben wird. Im Mikrobiom der Nase gibt es eben nette Bakterien, die antimikrobielle Wirkstoffe bilden. Das sind die sogenannten Bakteriozine. Und wenn man die richtigen hat, dann können die eben einen Erreger wie den Stoff Aureus einfach platt machen, während sie die anderen gutartigen Bakterien intakt lassen. Und wir haben ein neues Antibiotikum gefunden, das wir Lugtonin genannt haben, das genau diesen Zweck erfüllt. Und das sind alles nur ein paar Beispiele von Themen, die wir von den Grundlagen in die Anwendung bis zum Patienten hier erforschen, in Tübingen, im Rahmen unseres Exzellenzclusters, das ganz interdisziplinär aufgestellt ist. Also von der Informatik bis in die Ethik der Medizin haben wir alle wichtigen Gruppen dabei, um von den Grundlagen bis in die klinische Forschung solche Dinge zu erarbeiten. Und an dem Punkt zeige ich Ihnen noch die vielen Kollegen hier in Tübingen, die eng zusammenarbeiten, die Sie mit Ihren Steuergeldern finanzieren netterweise und Frau Rötz-Österheld wird Ihnen jetzt im zweiten Teil erzählen, was wir in Hinsicht auf neue Antibiotika erforschen. Heike, bitte. Ich komme mal zu deinem Vortrag über. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich möchte jetzt den Fokus zum einen ein bisschen mehr in Richtung Antibiotika richten und außerdem auch das Cluster ein kleines bisschen darstellen im Gesamtkontext an der Universität Tübingen. Herr Peschel hat es schon gesagt und wir alle wissen es, Covid-19 hat uns im Griff gehabt in den letzten anderthalb Jahren, mehr als uns lieb war. Und wir freuen uns alle sehr auf unsere Impfung, über unsere Impfung und auf unsere dann hoffentlich wiederkehrende Normalität. Normalität, ein Jahr Covid hat uns 2,5 Millionen Menschenleben gekostet. Mittlerweile sind es mehr. Wir haben ja auch schon mehr als ein Jahr hinter uns. Wenn Sie das nun in den Kontext stellen dessen, was Ihnen jetzt Herr Peschel gerade an Zahlen gezeigt hat, die führende Wissenschaftler ausgerechnet haben, die eine Konstellation 2050, wenn man die multiresistenten Bakterien hochrechnet. Da rechnet man, dass wir 10 Millionen Todesfälle pro Jahr zu verzeichnen haben werden. Heute sind wir schon bei 700.000. Und es ist nicht ein Erreger, mit dem wir es da zu tun haben. Man kann es ganz getrost eine Multipandemie nennen. Die Erreger sind die Escape-Erreger und hinter jedem dieser Buchstaben verbirgt sich eine unterschiedliche Bakterienart, eine Spezies. Und der Vorname hier, der zeigt auch immer an, dass es eine unterschiedliche Gattung ist. Wenn man sich einmal vorstellt, der gesamte genetische Pool auf unserem Planeten und man stellt sich das als eine große Uhr vor, dann sind wir unten. Wir alle, wir Wirbeltiere. Wir sind so eine kleine Scheibe. Und die Bakterien, die haben den ganzen anderen Raum. Und ja, alle diese, also wir sehen, wir decken hier ein großes Spektrum ab. Und es ist auch klar, dass man das nicht mit einer einzigen Therapie wird erschlagen können. Weder mit einem einzigen Wirkstoff, noch mit irgendeiner anderen Strategie. Auch nicht mit einem Impfstoff. Gegen viele von diesen wurden Impfstoffe sogar schon versucht. Und sie waren nicht erfolgreich. Sie erbreiten sich zum Teil über, es gibt diese Erreger, es gibt auch noch weitere, Mycobacterium tuberculosis ist ein ganz wichtiger, Neisseria gonorrhoeae ist ein ganz wichtiger, gegen die wir kaum noch Therapiemöglichkeiten haben. Wenn man das alles gemeinsam betrachtet, haben wir über Ertragungen über den Luftweg, über den Wasserweg, über den, über Oberflächen, wo diese Bakterien Akinetobacter teilweise für Wochen persistieren können, über sexuellen Kontakt. So, und wir kommen, geht mit dieser ganzen Wand, kommt diese antibiotikaresistente Schar von Bakterienspezies gemeinsam auf uns zu. Und es ist allerhöchste Zeit, dass wir aufwachen und dass wir gemeinsam überlegen, mit welchen Strategien wir mit dieser Konstellation umgehen möchten. Mechanismen der Antibiotikaresistenz. Wie wird überhaupt ein solches Antibiotikum resistent? Wenn wir uns eine Bakterienzelle vorstellen, so soll dieser grüne Smiley den Angriffsort des Antibiotikums repräsentieren. Wir sagen im Fachjargon, das ist das Target, das ist das Zielmolekül. Wenn das Antibiotikum in die Zelle eindringt, dann wird dieses Target gehemmt. Es kann nicht mehr arbeiten, es ist essentiell für das Überleben des Bakteriums. Das Bakterium stirbt und das Antibiotikum wirkt. Nun kann sich dieses Target aber verändern und das Bakterium lebt weiter, obwohl das Antibiotikum da ist. Das ist eine Art von Resistenzmutation der Angriffsstelle. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Bakterium Strategien entwickelt, das Antibiotikum zwar aufzunehmen, aber zu zerstören oder es seine Oberfläche so zu modifizieren, dass weniger rein kann oder sehr effiziente Pumpen anzuschalten, die das Antibiotikum wieder ausschleusen. Jede stabile Resistenz sitzt irgendwo auf diesem Bakterienchromosom und hier sehen wir, dieser Balken soll mal repräsentieren, das ist das Gen, was für unser Target kodiert und wenn sich das durch eine Mutation verändert, dann kann man das auch sehen. Das heißt, jede stabile Resistenz ist genetisch manifestiert und dieses veränderte Gen, das kann dann auch in irgendeiner Form weitergegeben werden. Zum Beispiel, wenn sich diese veränderte Zelle einfach vermehrt, von Mutter zur Tochter. Aus 1 macht 2, aus 2 macht 4, aus 4 macht 8. Das nennt man, das ist der vertikale Gentransfer innerhalb eines Klons einer Linie von der Mutter zur Tochter. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass es mobile Elemente gibt, die die Bakterien von zwischeneinander hin und her reichen können, auch über Artgrenzen hinweg. Und die sitzen oft auf solchen Strukturen hier und ich möchte hier zeigen, also da sitzen zwei nebeneinander. Ganz oft sind mehrere Resistenzgene gekoppelt zusammen auf solchen Transferplasmiden und so verbreiten sich die Antibiotikaresistenzen. Das nennt man horizontalen Gentransfer. Das heißt, was wir in einem Erreger züchten, kann übermorgen in einer ganz anderen Spezies auftauchen. Die Phagen, die Herr Peschel erwähnte, die Viren, die Bakterien befallen, die sind sehr effiziente Shuttle, auch diese Resistenzelemente zu übertragen. Selbst wenn wir in einer idealen Welt schaffen würden, alle Bakterien auszurotten, die diese Resistenzgene hätten, hätten wir immer noch die Phagen, die die Kopien der Resistenzgene alle in sich tragen. Das ist kein Weg. Was ist ein Weg? Ein Weg ist einzusehen und wirklich endlich zu beginnen, danach zu leben, dass diese Antibiotika Lebensretter für uns sind und sehr, sehr wichtig und dass wir sie auch mit sehr viel Vorsicht anwenden müssen. Denn was treibt denn die Verbreitung von Antibiotikaresistenz? Wir können nicht verhindern, dass Resistenzen entstehen, Mutationen entstehen zufällig, die entstehen in der Bakterienpopulation. Wir selektieren aber durch sehr häufigen Antibiotika-Einsatz die mutierten Keime heraus. Und wenn wir sehr viel Antibiotika einsetzen, dann selektieren wir sie alle. Wenn wir Antibiotika in der Tiermast einsetzen, dann selektieren wir Antibiotikaresistenz. Bis 2006 war es erlaubt, Antibiotika als Wachstumsförderer einzusetzen in subtherapeutischen Mengen, also niedriger, als sie eigentlich wirken, aber schön, um Resistenzen auszulösen, ins Futter zu mischen, damit die Tiere einfach ein bisschen fetter werden und man sich ein bisschen mehr Profit erarbeiten kann. Das ist in der EU seit 2006 verboten. Es ist aber immer noch erlaubt, natürlich, dass man ein erkranktes Tier behandelt. Und das soll auch so bleiben. Allerdings ist es immer noch so, wenn wir Riesenbestände haben von gemeinsamen, in engen Massenhaltungen gehaltenen Tieren, wenn sie ein erkranktes Tier haben, behandeln sie den ganzen Bestand. Das muss sich ändern. Mangelnde Hygiene führt zur Übertragung und über unsere Globalisierung trägt dazu bei. Das heißt, wir können zwar nicht die Entstehung von Resistenz verhindern, wir können aber ihre Ausbreitung verhindern. Und das ist wirklich ein Prinzip. Wir nennen das One Health. Wir leben auf einem Planeten, Menschen und Tier. Da ist die Politik gefragt, da sind wir alle gefragt, da ist jeder von uns gefragt, seinen Beitrag zu leisten, Antibiotika als schützenswerte, limitierte Rohstoffe und Ressourcen zu verstehen. Denn viele der Antibiotika sind tatsächlich Naturstoffe. Und man kann nicht einfach neue suchen, wenn die anderen nicht mehr wirken. In einem Zeitraum, wo sehr viele Antibiotika gefunden worden sind, das waren die 40er bis 60er Jahre, das nennt man das goldene Zeitalter der Antibiotika. Allerdings hat sich dann gezeigt, dass das Zeitalter nur von kurzer Dauer war, weil es gab ein großes Loch dazwischen, wo zwar in den bekannten Klassen verändert wurde, aber keine neuen Klassen gefunden worden sind. Und seit diesen beiden im Jahr 2000 und 2003 sind auch keine neuen breit wirksamen Klassen mehr gefunden worden. Resistenzen entwickeln sich immer weiter. Was wir jetzt haben, ist steigende Zahlen von Resistenzen dieser SK-Pathogene. Aus verschiedenen Gründen, was zu breit wäre jetzt zu diskutieren, sind fast alle pharmazeutischen Firmen, große Pharmakonzerne aus der Antibiotika-Forschung ausgestiegen. Das ist sehr, sehr komplex, warum das so ist. Schwierigkeiten, neue Substanzen zu finden, keine lukrativen Möglichkeiten, Antibiotika zu vermarkten. Wenn Sie einen neuen Wirkstoff finden, dann kommt der aufs Regal. Der ist dann ein Lebensretter, der ist ein Reserveantibiotikum. 800 Millionen Euro kostet die Entwicklung eines solchen Medikaments. Wir haben nur noch eine große Big Pharma Firma, die Antibiotika-Forschung betreibt. Ja, was können wir beitragen? Sehr viel der Antibiotika-Arbeiten laufen in den Universitäten derzeit, laufen in kleinen Biotech-Unternehmen und wir können hier tatsächlich unseren Beitrag leisten. Wir haben neben unserem Cluster, auf das ich gleich kommen werde, auch noch einen zweiten Großforschungsverbund, den wir Antibiotik Cell Map genannt haben. Unsere Funktion und Aufgabe ist es, neues Wissen zu schaffen zu Antibiotika, aber auch, was ich gerade hier mache, aufzuklären und auch wirklich zur Verantwortung aufzurufen. Forschungsmäßig arbeiten wir auf der einen Seite an der Erforschung der Wirkmechanismen von bekannten Antibiotika, von neuen Wirkstoffen. Wie wirken sie genau? Wo sind die Achillesfersen von multiresistenten Keimen? Wie kann man diese noch erreichen? Und wir arbeiten, oder das war das rechte hier, was ich gerade sagte, das linke, das sind die Naturstoffproduzenten. Wie können wir die Produzenten, die natürliche Antibiotika herstellen, dazu bringen, noch solche herzustellen, die wir heute noch nicht herstellen können? Unser Cluster fokussiert sich dann auf gewisse Alternativen. Also nicht die klassischen Antibiotika, die häufig aus Bodenbakterien gewonnen worden sind, sondern wir schauen in das Mikrobiom, so wie es Herr Peschel gesagt hat. Und hier das Beispiel vom Lugtonin, was ich jetzt aufgreifen würde. Gerne, da geht es darum, wir haben ein Projekt gehabt, wo sich die Frage gestellt wurde, warum tragen 30% der Menschen diesen Staphylococcus aureus in der Nase und die anderen 70% nicht? Das heißt, was unterscheiden die einen von den anderen? Und was bewirkt die Kolonisierungsresistenz der 70%, die keine S-Aureus-Träger sind? Da wurde eine Studie gemacht mit sehr vielen hospitalisierten Patienten, von denen gab es das Material hier in Tübingen und man hat auch wiedergefunden und bestätigt, ja, 32% davon, über alle genommen, tragen tatsächlich S-Aureus. Aber wenn man schaut, wenn man Patienten herauspickt, die alle auch Träger sind, eines anderen Staphylococcus, nämlich des Staphylococcus luktonensis, dann sah man, dass unter den Luktonensis-Trägern nur noch 6% S-Aureus-Träger waren. Das bedeutet, irgendetwas muss Luktonensis-Träger resistenter machen gegen die Besiedlung von Staphylococcus aureus. So als würde Staphylococcus luktonensis irgendetwas sein oder ausscheiden oder machen, was nicht zuträglich ist für Staphylococcus aureus. Und so war es genau. Also es wurde das Antibiotikum gefunden im CMFI-Team, das Luktonin genannt wurde nach seinem Produzenten. Und mittlerweile wissen wir sehr viel mehr darüber. Wir wissen, es hat eine neue chemische Struktur. Es ist nicht kreuzresistent zu bekannten Antibiotika. Das heißt, es wirkt auch gegen multiresistente Keime. Selber im Labor haben wir es bis heute nicht geschafft, resistente Keime zu züchten. Das liegt an seinem Wirkmechanismus. Es macht nämlich den Energiehaushalt der Zielbakterien Kaputt. Also es transportiert Ionen hin und her und gleicht die Potenziale aus, die über der Zellhülle liegen. Und damit hat das Bakterium keine Energie mehr. Das ist aber ein Mechanismus, der nicht leicht wegmutieren kann. Im Tierversuch war es sehr wirksam. Es schützt in den Nasen, schützt die Nasen von Ratten gegen Kolonisierung mit Staphylococcus aureus. Und ganz toll, es wird ja selbst von den kommensalen Bakterien in der Nase produziert. Und es ist synergistisch, es wirkt zusammen, positiv zusammen mit anderen Wirkstoffen, die dort auch vorkommen. Und auch mit Molekülen unseres eigenen Abwehrsystems. Neben dem Cluster haben wir auch noch das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, wo wir sehr aktiv sind. Tübingen ist da ein ganz starker Standort. Es gibt sieben Standorte in Deutschland. Die meisten Standorte sind mehrere Orte beteiligt, um einen Standort zu bilden. Und Tübingen ist ein Solo-Standort, einer der wenigen, obwohl unsere Universität jetzt nicht die größte Universität in Deutschland ist. Das zeigt, wie stark eigentlich die Infektionsforschung hier in Tübingen ist. In verschiedenen translationalen Einheiten, die Sie hier geschrieben sehen, sind wir tätig. Auch die Virologie ist aktiv. Hier am Standort nicht nur die CURWAG-Studie, die ja durch die Presse gegangen ist, ist in Tübingen gestartet und erst mal primär initiiert und anfangs durchgeführt worden. Dazu muss man übrigens sagen, dass die gesamte RNA-Technologie, also auch die Grundlagen für BioNTech und Moderna im Prinzip Forschung aus der Uni Tübingen sind. Also hier stammen die Grundlagen her. Aber es gibt auch gleich noch zwei laufende Studien. Das eine, da geht es um eine Peptid-Vakzine, die eine besonders gute T-Zellantwort auslöst und die geeignet ist für Patientengruppen, zum Beispiel Tumor-Patienten, die nicht gut Antikörper bilden können. Oder wir untersuchen auch noch eine polyvalente Vakzine, die, wenn sollte das eine Zielmolekül wegmutieren, immer noch gegen die anderen beiden gut wirken wird. Malaria-Impfstudien laufen auch, also es soll nur kurz ein Schlaglicht sein, damit Sie sehen, wir sind in einem großen Verbund aufgestellt. CMSi ist ein ganz zentraler Baustein. Es gibt noch mehr darum, wir werden unterstützt durch sehr gute allgemeine Infrastrukturen der Universität Tübingen technischer Natur. Das ist eine strategische Profilbildung und ich möchte Ihnen hiermit einfach für Interesse danken, nicht nur und wir beide, sondern im Rahmen all unserer Kollegen in der molekularen Infektionsforschung in Tübingen. Wir arbeiten im Labor, aber wir transferieren unsere Ergebnisse auch dann direkt zum Patienten. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank an unsere beiden Referenten. Jetzt muss ich fragen, Sie hatten die Gelegenheit, was aufzuschreiben. Gibt es jemand, der eine Frage hier aus dem Saal hat, der was aufs Kärtchen geschrieben hat? Ansonsten haben wir noch einen Moment Zeit, bis es eingesammelt ist. Es gab aus dem Chat verschiedene Fragen, die hier uns eingereicht worden sind und die erste würde ich Ihnen gerne stellen. Sie müssen einfach überlegen, wer von Ihnen beiden die dann beantwortet. Und zwar, wie erfährt man, ob man potenziell gefährliche Bakterien in persönlichen Mikrobiomen hat? Ja, wenn Sie in ein gutes Krankenhaus kommen, zum Beispiel in Tübingen, ins Uniklinikum, aber auch ganz viele andere, dann wird in Ihrer Nase geschaut, ob Sie ein MRSA-Träger sind. Das wird untersucht und wenn ja, dann gibt es Möglichkeiten, um die Bakterien loszuwerden. Das ist schon mal gut, aber für all die anderen, wir haben ja von diesen Escaper-Regeln gesprochen, wird das in der Regel nicht gemacht. Weil selbst wenn man es weiß, hat man keine Möglichkeit, um die richtig loszuwerden. Das ist, es ist sehr, sehr unbefriedigend und zeigt, wie viel wir noch erforschen müssen und Möglichkeiten entwickeln müssen, um damit umzugehen. Aber wir können im Moment nichts Gescheites dagegen machen. Punkt. Vielen Dank. Die nächste Frage aus dem Chat ist, man liest häufig, welch großen Einfluss eine gesunde Lebensweise, Klammer auf Ernährung, Sport, auf unser Mikrobiom hat. Kann eine gesunde Lebensweise das Risiko für eine Infektion verringern? Schwierige Frage. Wie gesagt, wir wissen gar nicht genau, was ein gesundes Mikrobiom ist. Gefährlich ist es eben aus unserer Perspektive, wenn es um Infektionskrankheiten geht, wenn wir antibiotikaresistente Erreger mit uns rumtragen. Und das hat eventuell schon was mit unserer Ernährung zu tun. Das, was wir aus der Landwirtschaft bekommen, und Heike Brotz hat da die Tiermast angesprochen, ist in der Regel die Quelle von dieser Resistenzgene. Und tja, je gesünder wir uns ernähren, je mehr wir vielleicht auch auf Fleisch achten, das nicht unbedingt mit den größten Antibiotikamengen hergestellt wurde, desto geringer eventuell das Risiko. Aber es gibt keine Zahlen dazu. Ich kann Ihnen nicht mal versprechen, dass Sie mit sehr viel Bio-Lebensmitteln auch weniger Resistenzen aufnehmen. Ein zweiter Aspekt in der Frage war ja Sport, also sagen wir mal Bewegung, also auch dahingehend eine gesunde Lebensweise. Gibt es da Hinweise, dass es da eine Wechselwirkung zwischen also viel Bewegung und Mikrobiom gibt oder ist das ganz abseitig? Mir ist keine Arbeit dazu bekannt, muss ich sagen. Also ich glaube, dass grundsätzlich ist es immer so, dass wenn Sie sich gut und gesund, also wenn Sie sich ausgewogen ernähren, jetzt denke ich einfach mal auf die Nahrungsmittelkomponenten, und wenn Sie sich bewegen, wenn Sie viel an der frischen Luft sind und wenn Sie eine gesamte gute Konstitution haben, dann sind Sie grundsätzlich gut aufgestellt. Und man muss sagen, diese Erreger, die ich erwähnt habe, das ist jetzt kein Pesterreger. Also da kommt kein Erreger angeflogen und in drei Tagen sind Sie tot. Das sind Erreger. Also die Personen, die 30 Prozent, die Staphylococcus aureus-Träger sind, die sind nicht krank, überhaupt nicht. Und die sind auch nicht krank, wenn Sie einen multiresistenten Staphylococcus aureus-Träger raustragen. Deswegen bezeichnet man diese Keimer als opportunistische Pathogene. Die sind opportun, die suchen eine Gelegenheit, eine Infektion zu setzen, wenn der Patient immungeschwächt wird. Und jetzt können Sie natürlich wieder durch Ihre gesundes Lebenweise auch Ihr Immunsystem stärken. Also insofern muss man da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Dennoch, man muss es sich eher vorstellen, man sitzt auf einer tickenden Zeitbombe. Aber es macht auch keinen Sinn, dass Sie sich jetzt mit Antibiotika vollstopfen, weil Sie diesen einen Keim jetzt einmal loswerden wollen. Dann kriegen Sie vielleicht in drei Wochen wieder irgendwo einen Keim her und wir haben schon wieder ein Antibiotikum verbrannt. Also wir müssen insgesamt sehen, wie wir durch diese Konstellation kommen. Wir haben noch fünf Minuten etwa, dann müssen wir abgeben ans Schloss. Hier kommt jetzt eine Frage, die hier aus dem Publikum gestellt wurde. Und zwar haben die meisten Menschen eher ein gestörtes oder eher ein gesundes Mikrobiom. Schwierige Frage. Wie gesagt, wir wissen gar nicht genau, wie ein gesundes auszusehen hat und das ist eben auch individuell sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich müsste jeder von uns herausfinden, was ein optimales Mikrobiom ist und das werden wir erst in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, durch Forschung genau verstehen. Okay, die nächste Frage ist, inwieweit können wir heute schon unser eigenes Mikrobiom zur Abwehr von Krankheitserregern nutzen? Können Sie Mikrobiom sozusagen triggern? Können Sie Mikrobiom heute schon so einstellen, dass es tatsächlich genutzt wird für die Krankheitsabwehr oder ist das wirklich noch eine Zukunftsvision? Wir können auch sehr wenig machen, muss man sagen. Wir können das Mikrobiom stören und zerstören mit Breitbandantibiotika, die gibt man ja auch nur, wenn es unbedingt nötig ist. Und wenn es nicht nötig ist, dann zerstört man unser Mikrobiom mit all den negativen Konsequenzen. Es gibt so ein paar Dinge, die sich schon bewährt haben, die uns Hoffnung machen. Zum Beispiel gibt es eine Reihe von Erkrankungen, die auch auf Antibiotikagabe zurückzuführen sind. Da kann man durch Stuhltransplantation, das ist ein gesundes Mikrobiom von einem gesunden Menschen, einbringen. Und das hat sich sehr, sehr bewährt bei einer Reihe von Erkrankungen, um Erkrankungen zu verhindern und Menschen wieder gesund zu machen. Dieses Prinzip, das hoffen wir auch auf andere Erkrankungen, andere Bereiche übertragen zu können. Wir müssen halt auch einfach vielmehr die Wechselwirkung innerhalb des Mikrobioms auch metabolisch untersuchen. Das ist auch ein Standbein in unserem Cluster. Denn man weiß zum Beispiel, wenn jetzt Fettleib-G-Patienten lange auf eine oder länger auf eine vier Wochen auf eine Diät gesetzt werden, dann ändert sich ganz klar das Mikrobiom und dann etablieren sich auch Mikroorganismen, die eher dazu führen, dass man schlanker bleibt. Also das ist jetzt nur ein Beispiel für eine metabolische Konstellation. Wenn wir es erstmal richtig verstanden haben, dann wissen wir vielleicht auch, wie man ein Mikrobiom beeinflussen kann, sodass sich bestimmte Infektionserreger nicht mehr so gut halten können. Aber das ist Zukunftsmusik. Die nächste Frage dreht sich auch wieder ums Mikrobiom und den Einsatz von Antibiotika. Also wir haben jetzt über, Antibiotika sind ja bekannt, Sie haben gerade eben die Stuhltransplantation angesprochen, Sie haben gerade Diäten angesprochen. Was haben wir sonst noch für Tools sozusagen medizinisch in der Hand, wenn ein Mensch krank wird und das sozusagen eine bakterielle Infektion ist? Was sonst kann man tun? Also ich möchte auch noch mal sagen, es ist ja nicht so, dass Antibiotika jetzt zu verteufeln wären. Natürlich haben Sie einen negativen Effekt auf das Mikrobiom, den man vor 15 Jahren einfach ignoriert hat. Da hat man gesagt, na gut, da gibt es einen Durchfall und der geht ja dann auch wieder nach der Antibiotikatherapie weg. Und ich finde, man muss das auch immer noch so sehen. Antibiotika sind immer noch Lifesaver. Antibiotikaeinsatz hat unsere Lebenserwartung um 10 Jahre plus erhöht, wenn wir das verlieren würden. Allerdings ist es wahrscheinlich nicht so gut. Früher hat man möglichst breit therapieren wollen, weil man nicht anders wusste. Man, der Patient wurde krank, man wollte auf jeden Fall sicher gehen, dass das Antibiotikum wirkt und das sollte möglichst alle Spezies auf einmal erschlagen. Parallel läuft ja auch viel Forschung in Bezug auf zielgerichtete Diagnostik, sodass man sehr schnell auch den Infektionskeim identifizieren kann und parallel müssen Wirkstoffe gefunden werden, die viel mehr als Präzisionsinstrumente eingesetzt werden können, nur gegen diese eine Spezies zum Beispiel. So, es ist 17 Uhr 13. Ich glaube, eine Frage schaffen wir noch. Und zwar, eine Frage bezieht sich auf die sogenannten Escape-Bakterien, die Sie beide angesprochen haben. Und zwar, wie wahrscheinlich ist es, dass es gegen die anderen Escape-Bakterien, also außer Staphylococcus aureus, würde ich jetzt mal vermuten, ebenfalls wirksame natürliche Stoffe, also sowas wie Lugtonin gibt. Wie wahrscheinlich ist das? Also es gibt es sicherlich, weil bei keinem von diesen fünf Erregern ist es so, dass alle Menschen die tragen. Das ist immer nur ein bestimmter Prozentsatz. Bei Staphylococcus aureus sind es 30 Prozent. Ich weiß es nicht auswendig bei den anderen, aber es reicht von ein wenigen Prozent bis zu 30, 40, 50 Prozent. Und all die anderen, die diese Bakterien nicht haben, wissen, dass das Mikrobiom in seiner Zusammensetzung das steuern kann und verhindert, dass bei diesen Menschen diese Erreger dort vorkommen. Welche Mechanismen das sind, das ist nur in Ansätzen verstanden, wird bei uns und bei einigen anderen Gruppen auf der Welt erforscht. Und ich bin sicher, wir haben sogar einiges in der Pipeline, was noch nicht publiziert ist, dass es eine Reihe von ähnlichen Wirkstoffen gibt. Wunderbar, dann danke ich unseren beiden Referenten, der Referentin und dem Referenten, die heute da waren. Ich danke Ihnen, dass Sie heute so uns so interessiert verfolgt haben. Wir geben jetzt zurück an das Zentralstudio im Zentrum für Medienkompetenz, wo Michael Pelzer wieder auf uns wartet. Ja, vielen herzlichen Dank und willkommen zurück bei uns im Studio. Bislang haben wir zwei Exzellenzcluster mit innovativen Blick in die Zukunft kennengelernt. Doch auch den wichtigen Blick zurück in die Vergangenheit pflegen wir hier in Tübingen ganz intensiv. Und da spielt das Museum der Universität eine ganz besondere Rolle. Die rund 70 Sammlungen des Museums umfassen zahlreiche außergewöhnliche Exponate, die sich nicht nur durch ihr Alter, sondern auch durch ihre große Vielfalt und Bedeutung auszeichnen. Unter anderem beherbergt unser Museum als einziges universitäres Museum weltweit Ausstellungsstücke aus gleich zwei unterschiedlichen UNESCO-Weltkulturerbestätten. Und ganz nebenbei steht das Museum der Universität Tübingen seit kurzem sogar im Guinness Buch der Rekorde. Unter den Exponaten sind beispielsweise 40.000 Jahre alte Kunstwerke, die zu den ältesten figürlichen Kunstwerken der Menschheit gehören. Oder auch das älteste Riesenfass der Welt aus dem Jahr 1549. Zudem finden sie im Museum europaweit einzigartige altegyptische Objekte und eine der außergewöhnlichsten und umfangreichsten Universitätssammlungen zur klassischen Archäologie. All das und vieles mehr für nachfolgende Generationen zu bewahren und für die Forschung bereit zu halten und auch für die Öffentlichkeit zugänglich und erfahrbar zu machen, das gehört zu den zentralen Anliegen des Museums. Haben Sie Lust bekommen, einen Blick hineinzuwerfen? Wir haben ein paar Impressionen für Sie vorbereitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Rebecca, wie ist die Atmosphäre in diesem wirklich traditionsreichen Saal? Hallo Michael, die Atmosphäre im Rittersaal ist super. Wir freuen uns auf den Vortrag und fühlen uns in der Gegenwart von Artemis und Apollo äußerst wohl. Lieber Herr Professor Seidel, liebe Frau Dr. Uggenner, liebes Publikum vor Ort und liebes Publikum am Bildschirm. Es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend im Rahmen des Tübingen Science Day im Rittersaal des Museums der Universität Tübingen begrüßen zu dürfen. Wir widmen uns heute einem höchst aktuellen Thema, bei dem es unter anderem um die Herkunft, den Entzug und die Besitzverhältnisse von Kunst- und Kulturgütern gehen wird. Schön, dass Sie zugeschaltet sind. Schön, dass Sie hier sind. Liebes Publikum online, ich möchte Sie hiermit auch herzlich dazu einladen, unseren RednerInnen Ihre Fragen zu stellen. Dafür haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie Ihre Fragen direkt in den YouTube-Chat schreiben. Zum anderen können Sie uns Ihre Frage ins Studio schicken. Die E-Mail-Adresse sehen Sie unten eingeblendet und sie lautet veranstaltungen-at-uni-tuebingen.de Jetzt freue ich mich sehr, Ihnen unsere beiden RednerInnen vorstellen zu dürfen, die in Kürze zu Mut zur Recherche, das Museum der Universität Tübingen und sein Umgang mit prekären Provenienzen sprechen werden. Zum einen Herr Prof. Ernst Seidel. Herr Seidel ist seit 2008 Direktor des Museums der Universität Tübingen und seit 2016 gleichzeitig Lehrstuhlinhaber am Kunsthistorischen Institut. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem Universitätssammlungen als Ressource für Forschung und Lehre und die Sammlungsforschung. Auch neben seiner regulären Posten ist Herr Seidel sehr aktiv. So ist er beispielsweise Gründungs- und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Universitätssammlungen am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik der Humboldt-Universität Berlin, sitzt im wissenschaftlichen Kuratorium der Gerniker-Gesellschaft in Karlsruhe, ist im Vorstand der Tübinger Kunstgeschichtlichen Gesellschaft und im Beirat der von ihm mitbegründeten Freunde des MUT Gesellschaft zur Förderung des Museums der Universität Tübingen. Danke, lieber Herr Seidel, dass Sie heute hier sind und Ihre Expertise mit uns teilen werden. Zudem freue ich mich sehr, Ihnen Frau Dr. Fabienne Uggenar vorstellen zu dürfen. Frau Uggenar ist seit August 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum der Universität Tübingen. Ihre Schwerpunkte umfassen Sammlungs- und Provenienzforschung sowie die Drittmittelakquise. Frau Uggenar wurde im Jahr 2011 mit einer Untersuchung über abseitige Ästhetiken der Vormoderne im Fach Kunstgeschichte hier in Tübingen promoviert. Am Deutschen Museum in München war sie an verschiedenen Digitalisierungsprojekten beteiligt. Zuletzt als Teamleiterin im Projekt Deutsches Museum Digital. Ihr zweites Buch, ein Bestandskatalog zur Porträtgemäldesammlung des Deutschen Museums, erhielt den Publikationspreis dieses Museums. Schön, dass Sie hier sind und uns heute von Ihrer Forschung berichten werden. Vielen Dank. Und jetzt dürfen Sie gerne nach vorne kommen. Liebe Frau Hahn, herzlichen Dank für die überaus opulente Einführung, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Reigen des Science Day unsere Projekte oder unsere Ansätze, die relativ jung sind, zur Provenienzrecherche hier vorstellen zu können. Wobei ich gleich sagen muss, ich freue mich unglaublich, Sie haben das gerade schon erwähnt, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, die Fabienne Huguenin ist seit August letzten Jahres erst bei uns am MUT. Ich darf vielleicht gleich sagen, sie hat schon einen Drittmittelantrag erstellt, der ist genehmigt worden. Und die Stelle, die wir da eingeworben haben, ist auch schon besetzt. Und das innerhalb eines, nicht mal eines ganzen Jahres. Also Sie wissen, Sie merken, wir legen ein bisschen los. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Ihnen wenigstens die Grundlagen unserer Provenienzarbeit vorstellen können. Ich würde gerne nur eine kurze Einführung machen für Sie, was es eigentlich bedeutet, mit universitären Sammlungen zu arbeiten. Weil das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Sie denken immer als erstes an genuine Museen, große Landesmuseen und so weiter. Aber die universitären Sammlungen sind eigentlich aus dieser Perspektive ein sehr, sehr unbeackertes Feld. Und deswegen würde ich für Sie gerne heute zunächst einmal grundsätzlich ganz kurz zur Bedeutung der Unisammlung sprechen und über das MUT und die Herausforderung. Das MUT existiert ja erst seit 14 Jahren, genau. Und dann würde die Frau Bernd-Ügner unsere Provenienzforschungsansätze Ihnen erläutern. Auch die Forschungsperspektiven, die sehr unterschiedlich sind. Natürlich, nach so kurzer Zeit können wir Ihnen keine Rückgabeergebnisse, was man vielleicht politisch gerne erwarten würde oder gerne sehen würde, liefern, aber dann doch in einige Richtungen mit Ihnen das Ganze betrachten. Und dann würde ich gerne mit Ihnen nach der Diskussion, wozu ich Sie auch noch mal herzlich einlade, in das Museum gehen, um anhand von einigen Objekten einige Provenienz oder einige Ebenen der Provenienzproblematik anzusprechen. Das wäre vielleicht ganz gut. Zunächst aber zur Bedeutung der Universitätssammlung. Wir haben natürlich die Quellen der Forschung. Wir haben sie als Lehrmittel wiederentdeckt bei einigen Sammlungen. Manche Sammlungen, das ist vollkommen klar, wie die Archäologien, die nutzen Sie immer. Das ist völlig logisch. Aber es gibt auch Sammlungen, die im Keller liegen oder auf dem Dachboden ruhen. Bei Lehrstuhlwechsel und so weiter fallen Sie komplett aus der Perspektive. Und die wieder neu zu entdecken, deren Potenziale zu wecken, aber vielleicht auch deren Problematiken aufzudecken und zu erhellen. Das ist sehr, sehr wichtig. Qualifizierungsmöglichkeiten haben wir eingerichtet durch das MUSA-Masterprofil beispielsweise. Es gibt sozusagen, die Unisammlung bieten sich natürlich an mit den vielen Superlativen, die wir haben, um als Transfermedium auch zu dienen und die öffentliche Resonanz zu steigern und natürlich, wenn man so viele Sammlungen hat wie Tübingen, dass wir auch politisch gesehen werden, zum Beispiel in der Wissenschaftslandschaft des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. Das MUT gibt es erst seit 2006. Es war eine Initiative von drei Fachwissenschaftlern, und die haben einfach eine Ausstellung gemacht, die hieß 38 Dinge. Und das war eine kleine Ausstellung im kleinen Senat der Neuen Aula, glaube ich nur zwei Wochen oder so etwas. Und das Interessante an der Ausstellung war, es war keine fachspezifische Ausstellung, sondern man hat aus allen Bereichen, Fakultäten, Einzelobjekte zusammengeholt, um einfach mal das Panorama aufzumachen, was wir hier eigentlich alles zu bieten haben. So 2012 gab es dann auch eine verwaltungsrechtliche Ersatzung für das MUT und heute sind wir die Dachorganisation von 70 wissenschaftlichen Sammlungen, eine zentrale Einrichtung der Universität. Wir haben die meisten wissenschaftlichen Sammlungen an einer deutschen Universität. Das liegt daran, dass in Tübingen, weil es zu klein und unwichtig ist, nichts kaputt gegangen ist im Krieg, dass wir die älteste naturwissenschaftliche Fakultät haben, dass wir unglaublich ausdifferenzierte Archäologien haben, natürlich auch die Palio-Fächer und so weiter, also sehr stark ausdifferenzierte, sammlungsorientierte Fächer. Und wir haben unglaublich wichtige Einzelstücke in Tübingen. Ich lese das jetzt nicht alles vor, das können Sie ja parallel, sehen Sie das ja hier. Dieses Bild haben wir immer auf unserem Sammlungsbooklet. Das ist das Bild der ersten Ausstellung von Anke Thehesen, die eineinhalb Jahre das MUT geleitet hat. Das war ein Wandschränkchen in der Ausstellung auf zu, der Schrank in den Wissenschaften. Also Sie sehen schon eine wissenschaftsgeschichtliche Perspektive, aber auch theoretisch fokussiert. Und was man hier in einem großen Schrank sieht, sind ganz viele Schränkchen. Und das sozusagen symbolisiert ein wenig das Konzept der zentralen Einrichtung des Museums der Universität Tübingen. Unter einem großen Dach gibt es viele verschiedene Sammlungen und Konvolute. Einige Objekte, Sie kennen das natürlich alle, das Mammutpferdchen, das Wildpferd vom Vogelherd, rund 40.000 Jahre alt. Da denkt man auf jeden Fall nicht als erstes an Provenienzproblematiken, weil es ist ja auf der Schwäbischen Alb gefunden worden. Aber das werden wir nachher vielleicht in der Eiszeitabteilung noch kurz anschauen. Es gibt aber Besitz- und Eigentumsproblematiken, die sich mit diesen Funden seit 1931 bis heute verbinden. Auch darüber kann man sprechen. Dann haben wir, das ist eine interessante Geschichte, nur damit Sie die Bandbreite einfach sehen, wir haben hier das Teleskop Orpheus am Space Shuttle. Das ist das einzige Weltraumteleskop, das zweimal im All war am Space Shuttle und heil zur Erde zurückkam, also an diesem Arm dran. Und das ist nicht bei der NASA und auch nicht in Kasachstan, sondern auf dem Sand hier in einer Garage. Mehr sage ich nicht, wo das ist. Dann, was die Sammlungen auch ausmacht, das ist hochinteressant, dass wir durch diese Koordinierung verschiedener Fächer und verschiedener Fachsammlungen unglaubliche Perspektiven entwickeln können. Wir haben hier hinten, wenn Sie nachher vielleicht noch kurz hingehen, dieses Mondgemälde 2,20 Meter auf 2,20 Meter, ein fotorealistisches Gemälde. Eine dänische Designzeitschrift etwa in dieser Größe hat es für seinen Titel verwendet. Und dann haben wir aber auch das Teleskop dazu angeschafft, über die Erben des Malers Julius Grimm aus Australien. Oder wir haben Mondmeteoriten in der mineralogischen Sammlung und so verschiedene andere Sachen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Sammlungen. Da können wir sozusagen immer ein Konvolut entwickeln von verschiedenen Themenschwerpunkten. Ein anderes Beispiel ist Klaus Jönsons Elektroneninterferenz-Originalfotografin von 1959, 60. Im Jahr 2000 durch eine britische Zeitschrift weltweit zum schönsten physikalischen Experiment der Menschheit gewählt. Also archimedische Schraube, Newton, Foucault's Pendel und solche Dinge wurden alle auf die Plätze verwiesen. Und Klaus Jönsson, der auch hier immer wieder zu Gast ist bei uns bei Veranstaltungen, hat dieses wunderschöne Experiment hier im Nanometer-Bereich, sehen Sie, durchgeführt und bewiesen, dass das Elektron sowohl Teilchen als auch Welleneigenschaften gleichzeitig besitzt. Wir können das nachher noch klären physikalisch, wenn Sie möchten, aber ich springe jetzt doch nochmal weiter. Die Herausforderungen, die wir sozusagen vor uns sehen, das ist natürlich vollkommen klar. Es gibt unterschiedliche Fachsammlungen, die zu Fächern natürlich orientiert sind. Und wir sind keine Astrophysiker, wir sind keine HNO-Mediziner, wir sind keine Musikwissenschaftler und so weiter. Und wir müssen als zentrale Einrichtung mit den Fachkollegen eben zusammenarbeiten. Und diese Sammlungen, weil sie eben so lange im Schatten standen, sind kaum inventarisiert. Es ist sehr unterschiedlich von Fach zu Fach. Dann gibt es die Pro-Situationen, die sind katastrophal. Es gibt auch welche, die sind nahezu ideal, das ist auch richtig. Und es gibt aber auch katastrophale. Dann gibt es zu wenig Räume dafür, das ist sowieso bei uns ein großes Problem. Und dann gibt es natürlich, wenn Sie die Fachwissenschaftler nicht einbinden im Interesse für diese Sammlungen, dann haben Sie es ganz schwer. Weil ich kann nicht in eine Klinik eindringen und sagen, ich mache jetzt mit Ihrer Sammlung etwas. Und bei, wie soll ich sagen, Provenienzforschungsfragen, die ja ohnehin etwas vielleicht problematisch gesehen werden, weil man doch in die auch unangenehmen Seiten der Geschichte sozusagen ein Schlaglicht wirft und so weiter, ist es auch nicht unbedingt einfacher. Also da gibt es auch Kompetenzproblematiken. Und wir haben natürlich, seit wir sehr stark nach außen gehen, immer mehr Anfragen, Leihanfragen. British Museum, Eiszeitfiguren, jetzt Musée de L'Orme beispielsweise in Paris und so weiter. Das muss alles bearbeitet werden und das wird mehr, was ich auch möchte. So, dann übergebe ich an Fabienne Uggenay, dann kommen wir jetzt mal richtig zum Thema. Und ja, ich freue mich quasi auch auf dein Wort. Vielen Dank, lieber Ernst. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend hier in den Rittersaal und an alle, die an den Bildschirmen dabei sind. Provenienzforschung. Da steckt das lateinische Wort proveniere drin für Herkommen, Hervorkommen. Das heißt, wir schauen nach der Herkunft von Kulturgütern. Und dabei schauen wir auf die Abfolge der Besitz- und Eigentumswechsel. Die Zielsetzung bei uns ist die Erstellung einer Objektbiografie. Das heißt, wir interessieren uns nicht so sehr für das Objekt in seiner Funktion in einer Gesellschaft oder wie es entwickelt wurde, sondern wir wollen wirklich das einzelne individuelle Objekt von seiner Herstellung bis zu seiner Ankunft bei uns in der Sammlung nochmal anschauen. Das heißt, es ist eine Translokationsforschung. Es geht um Kulturgutverlagerung mit allen Formen und Folgen, die es hat. Wir hatten jetzt schon mehrfach die Begriffe BesitzerInnen und EigentümerInnen gehört. Wir suchen hier nach den Nachweisen dafür. Besitzer, BesitzerInnen haben ein Objekt vielleicht in der Sammlung, aber die EigentümerInnen haben durchaus noch mehr Rechte. Das heißt, man muss da auch jeweils differenzieren. Im englischen Sprachraum gibt es da nur den Begriff Owner. Bei uns im Deutschen unterscheiden wir das. Wir schauen, ob wir Unrechts- oder Gewaltkontexte bei der Aneignung feststellen können. Das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt bei der Sache. Und da müssen wir zurückgehen bis zum Beginn der Expansion Europas im 15. Jahrhundert. Am Ende letztlich steht die Frage nach einer möglichen Restitution, nach einer Rückgabe an die Berechtigten. Das jetzt mal ganz grob. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen ins Detail, was diese Unrechtskontexte sein könnten. Zum einen wäre Kulturgut aus kolonialem Erbe. Das haben Sie sicher in letzter Zeit viel in der Presse und in Diskussionen auch mitbekommen. Genauso wie beim NS-Verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut, das auch als NS-Raubkunst immer wieder in der Presse ist. Vielleicht haben Sie den Schwabinger Kunstfund von Gurlitt verfolgt. Da konnte man jetzt 14 Werke als Raubkunst identifizieren. Darüber hinaus beschäftigt uns natürlich auch Kulturgut der sowjetischen Besatzungszone, der DDR. Wir haben es mit Objekten aus Raubgrabungen zu tun, also illegaler Antikenhandel infolge der Konflikte im Nahen Osten und anderer Krisengebiete. Da muss man aber auch sagen, dass die Objekte an Wert verlieren, für die Forschung eigentlich wertlos. Wir haben keinen Fundkontext. Also das ist wirklich ein sehr heikles Thema. Auch heikel sind natürlich menschliche Überreste. Das können welche sein aus der Kolonialzeit oder auch in anatomischen Instituten, wenn Menschen ihren Leichnam eben nicht der Forschung vermacht haben, was man ja durchaus tun kann. Das können beispielsweise Ermordete aus KZ sein und dann kann man das unter Umständen in einem anatomischen Institut finden. Das also zu den Unrechtskontexten. Und wir haben da jetzt schon bei Professor Ernst Seidel gehört, was hier die Herausforderungen sind. Wir haben ja über 70 Sammlungen und entsprechend viele Disziplinen, mehr als 130 Teilsammlungen. Also es ist eine riesen Bandbreite. Damit einhergehen die verschiedensten zeitlichen Kontexte, in die wir uns jeweils einarbeiten müssen. Und oftmals fehlen leider die Dokumente. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Es gibt Inventare, aber leider nicht immer. Sie sind verloren gegangen oder manchmal gar nicht angelegt. Wir sind hier nicht in einem klassischen Museum, wo man jedes Objekt bei Eingang sofort inventarisiert hat. Diese Sammlungen sind ganz unterschiedlich entstanden. Es kann sein, dass ein Professor, eine Professorin eine kleine Lehrsammlung angelegt hat oder geforscht hat. Und man hat das dann nicht unbedingt wie ein Museumsobjekt behandelt. Damit müssen wir dann heute umgehen. Wir sind auch bei Umzügen Dokumente verloren gegangen. Oder beim Wechsel von Zuständigen konnte es sein, dass man die Objekte gar nicht mehr so als wertvoll erachtet hat. Die sind dann teilweise auch entsorgt worden. Damit auch Dokumente. Ja, wie gehen wir jetzt vor, wenn das so kompliziert ist? Also wir gehen erst mal an die Objekte selbst. Wenn es Druckgrafiken, Gemälde sind, schauen wir gleich auf die Rückseiten. Sind Aufschriften zu finden, sind Besitzstempel zu finden. Das ist schon mal ganz hilfreich. Bei Objekten ist das oftmals nicht der Fall. Da ist nicht unbedingt etwas drauf verzeichnet. Da müssen wir dann wirklich Inventarbücher konsultieren, wenn sie denn da sind. Archive. Die verschiedensten Archive werden abgeklappert. Wir müssen schauen, wo wurden denn die Dokumente unter Umständen abgeliefert. Ich hoffe, das wurde auch immer gemacht. Ich kann es auch jedem immer nur ans Herz legen. An Archive abzugeben, das freut spätere Forscher und Forscherinnen. Da wird man fündig. Da gibt es Fündbücher. Also das ist wirklich hilfreich. Dann natürlich die Oral History, ganz wertvoll, wenn man die Chance hat, noch Kustoden, Kustodinnen zu befragen, die lange mit der Sammlung gearbeitet haben. Und das ist natürlich nicht alles publiziert. Da ist so viel Wissen noch mehr vorhanden. Und da die Gespräche zu führen, möglichst bald, das ist, glaube ich, auch ein ganz wertvoller Schatz. Und natürlich sämtliche Unterlagen, die wir finden können, wenn uns die zur Verfügung gestellt werden, das hilft sehr. Ja, und Umwege werden natürlich ständig gemacht. Wir versuchen die Umwege jetzt zum Beispiel über die Netzwerkforschung, dass wir nach Akteuren und Akteurinnen suchen, die in irgendeiner Form mit den Sammlungen in Verbindung gebracht werden können, die sich in früheren Zeiten ausgetauscht haben. Das ist ganz klar. Und das versuchen wir jetzt wieder zu rekonstruieren, um dann zu schauen, ist vielleicht in einem Brief jemand erwähnt worden und vielleicht auch unsere Objekte. Also Sie sehen, Umwege sind da sehr nützlich. Um das so ein bisschen plastischer zu machen, mal vier Beispiele, wie unterschiedlich das sein kann, wie das Spektrum aussehen kann. Die ägyptische Sammlung wurde in den 1950er Jahren angelegt, das Institut 1961 gegründet. Und da haben wir einige Provenienzketten, die wir schon kennen. Zum Beispiel gibt es hier einige Dauerleihgaben des Landesmuseums Württemberg. Diese Objekte wiederum stammen oftmals aus dem württembergischen Krongut, also waren davor dort untergebracht. Oder auch aus der Sammlung Ernst von Sieglin, dem Leifenfabrikanten aus Stuttgart. Der wiederum hatte sie aus Ägypten, er hat dort einige Ausgrabungen finanziert. Also hier lassen sich die Provenienzketten ganz gut rückverfolgen. Oder auch Lindenmuseum, da gab es Ankäufe für die Ägyptologie. Das Lindenmuseum hatte seine Bestände zum Teil aus der antiken Sammlung des Landesmuseums. Und das haben wir am Punkt davor gesehen. Da stammen die Objekte dann wiederum oftmals aus dem württembergischen Krongut. Man muss da aber auch noch immer wieder schauen, wo hat denn das württembergische Krongut die Objekte bezogen, woher kamen diese? Es gibt auch viele Verbindungen, Lindenmuseum zum königlichen Naturalienkabinett. Das ist heute das Museum für Naturkunde in Stuttgart. Also diese ganzen Verbindungen, diese Netzwerke, die muss man ganz genau auftröseln. Ein Viertel der Objekte stammt aus dem Institut für klassische Archäologie, also nicht Vorgänger, aber das gab es schon länger. Da sind einige Schenkungen enthalten, wie zum Beispiel hier die Opferkammer des Sechemnefer des Dritten, ein Geschenk des Ernst von Sieglin. Wie gesagt, die Ausgrabungen in Ägypten hat er finanziert und eigentlich gab es dort schon Bestimmungen, dass Objekte nicht aus Ägypten ausgeführt werden durften. Er hat aber hier eine Erlaubnis erwirkt und hat das abgekauft und dann 1910 nach dem Abkauf dann nach Tübingen bringen lassen und dort aufstellen lassen. Ja, der König Wilhelm II. war natürlich sehr begeistert. Das ist wirklich ein wunderbares Stück, das wir hier haben. Wirklich Glück, dass es hierher gekommen ist durch die Kontakte Sieglins mit Friedrich Noack von der klassischen Archäologie. Wilhelm II. kam dann aus Bebenhausen und hat sich das auch gleich angeschaut. Ja, und klassische Archäologie hatte ich jetzt schon genannt. Wir haben hier den ganz berühmten Waffenläufer, den Sie sicher schon kennen. Karl-Sigmund Tux vermachte nach seinem Tod seine Sammlung der Universität, darunter ein Münzschränkchen, an dem oben einige Bronzen, einige Statuetten angebracht waren und dabei eben auch den Waffenläufer. Er wiederum hatte diese Statuette von seinem Vater gehabt, von Friedrich Tux, aber wo sie dann ursprünglich herkommt, das liegt im Dunkeln. Also auch so kann es sein. Wir hoffen, dass wir trotzdem irgendwann noch weiter fündig werden. Ein drittes Beispiel aus der ethnologischen Sammlung, das ist auch ein ganz wunderbares Wertwerk, das Maori-Schnittswerk, das Pau Pau aus Neuseeland von der ersten Cook-Expedition. Es war ein Geschenk der Maori an Joseph Banks. Der hat auch eine Zeichnung anfertigen lassen von Miller kurze Zeit nach der Rückkehr und durch diese Zeichnung konnte dann Volker Harms auch später diese Identifizierung machen und hat entdeckt, ah ja, dieses Stück, das hier in Tübingen ist, das gehörte doch zu dieser ersten Expedition. Es gab ja auch ein Rückgabeangebot durch den Kustos an die Maori, aber dadurch, dass es ein Geschenk war, haben die gesagt, das darf hier verbleiben. Im Moment ist es nach Neuseeland an eine Ausstellung ausgeliehen. Also auch da sieht man hier die Kontakte, die funktionieren sehr gut. Und auch das ist ja eine Strategie, die man derzeit sehr stark verfolgt, auch mit den Herkunftsgesellschaften in Kontakt zu treten, auszutauschen, zu sprechen. Wir lernen auch sehr viel. Also auch das ist ein Teil, der dazugehört zur Provenienzforschung. Ja und zuletzt, das ist das Thema, was uns im Moment sehr stark beschäftigt, menschliche Überreste. Da haben wir das Problem, dass zum Teil kaum Angaben zu finden sind. Wenn überhaupt, sind wir schon glücklich über außereuropäisch. Da gibt es Invitabücher, aber das ist schon sehr rudimentär. Und invasive Methoden der Untersuchung können wir hier nicht vornehmen. Die Herkunftsgesellschaften wollen das oftmals nicht. Das heißt, hier müssen wir wirklich mit der Netzwerkforschung arbeiten. Aus dem Grund haben wir gesagt, wir schließen uns zusammen mit dem Lindenmuseum und mit den beiden staatlichen Museen für Naturkunde in Karlsruhe und Stuttgart. Wir kooperieren auch mit Freiburg, mit dem Uniarchiv und dem Uniseum und haben gemeinsam ein Verbundprojekt auf die Beine gestellt, das jetzt auch gefördert wird vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Wir beschäftigen uns hier mit den menschlichen Überresten aus kolonialem Erbe Afrikas vor 1919, also vor Unterzeichnung des Versailler Vertrags in wissenschaftlichen Sammlungen Baden-Württembergs. Wir gucken, was habt ihr an Dokumenten im Lindenmuseum, in den anderen Museen. Was haben wir? Also so ein bisschen die Briefe, die Kontakte, die wollen wir alle aufdröseln. Genau, jetzt übergebe ich nochmal an dich, Ernst. Ich kann es auch fertig machen. Also insgesamt ein Win-Win-Win-Win-Win-Projekt. Wir haben in allen Bereichen hier durch die gute Zusammenarbeit gewinnen wir sehr viel. Mutaufgabe vor allen Dingen ist ja erstmal die Rettung der Sammlung. Das interessiert mich natürlich auch, wenn man durch die Rettung der Sammlung Dokumente rettet, die ja für die Provenienzforschung unglaublich wertvoll ist. Es geht um Depots, konservatorisch und auch Dokumente. Dann nicht nur das Entdecken, sondern auch das Zugänglichmachen der Sammlungen als Quellen der Forschung ist sehr wichtig. Das ist auch im Moment, gerade im Zuge der Provenienzforschung, bei der Drei-Wege-Strategie ein ganz wichtiger Punkt. Transparent machen, die Dinge online stellen, damit weltweit Zugang ermöglicht wird. Entdeckung neuer Praxismodelle mit Studierenden, auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch mit dem MUSA-Profil bieten wir das an. Also Lehre ist ein großes Standbein von uns. Neue Forschungsperspektiven kriegen wir auch durch die neuen Kontexte. Wir gehen da immer rein und entwickeln Neues. Auch Provenienzforschung ist ja jetzt auch ganz virulent und ganz neu. Profilbildung der Uni natürlich. Wir haben hier ein regelrechtes Aushängeschild. Das ist glücklicherweise so. Im englischsprachigen Raum war das schon länger im Fokus, die Unisammlungen. Wir haben das jetzt glücklicherweise auch mit dem Museum Uni Tübingen und mit anderen Unisammlungen in Deutschland. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für die Identifikation mit einer Universität. Das hilft uns dann auch wiederum für die Förderung des Erbes durch die öffentliche Hand, durch das Land. Man wird sichtbar. Man kann da also wirklich besser punkten. Man hat Kontakte. Und insgesamt, wir bündeln alle musealen Kompetenzen für alle Institute, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist letztlich auch wichtig für die Provenienzforschung. Vielen Dank. Hier jetzt unsere letzte Seite mit den Kontakten. Auf Facebook können Sie uns immer folgen und werden da immer auf dem aktuellsten Stand gehalten. Danke und gebe an Sie weiter, Frau Dr. Hahn. Liebe Herr Seidel, liebe Frau Übgena, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und den tollen Vortrag zur Provenienzforschung und zu Ihrer Arbeit hier. Fragen aus dem Publikum vor Ort dürfen gerne nach vorne gegeben werden. Vielen Dank. Und wir haben auch schon eine erste Frage. Musst du das Mut schon Objekte zurückgeben? Ich kann es nicht ganz lesen. Oder ist es ein Projekt für die Zukunft? Das ist eher ein zukünftiges Projekt. Wir fangen erst an. Es gab in den 80er Jahren schon Anfragen. Auch gerade, was Kunstwerke, Buchsammlungen, Raubgut, was Nationalsozialismus aus der Zeit betrifft. Und hier wurden schon Sachen zurückgegeben. Das waren zum Teil auch Bestände aus der UB. Wir haben nicht so eine extrem, wie soll ich sagen, große Kunstsammlung. Gut, wir sind hier, wie soll ich sagen, Herzler des Pietismus. Da reicht vielleicht eine grafische Sammlung. Das ist schwarz-weiß und das genügt hier vielleicht. Das heißt also, wir sind da ein bisschen verschont worden. Aber es gab schon einzelne Anfragen. Die wurden bereits bearbeitet. Aber ansonsten, die letzten 15 Jahre, an die ich mich erinnern kann, haben wir nichts zurückgegeben. Du wüsstest auch nicht. Das ist mir im Moment auch nicht untergekommen. Es kommen langsam Anfragen. Man muss auch sagen, dass insgesamt das Thema ja jetzt ganz aktuell in die Diskussionen rückt. Provenienzforschung zur Kolonialzeit ist, denke ich mal, seit 2017 richtig stark diskutiert worden. Seit Macrons Rede in Ouagadougou. Also ich glaube, dass das jetzt erst mal anläuft. Und das hat eben auch dann Auswirkungen auf uns. Da kommt vieles. Aber im Moment ist es noch nicht so stark. Ja, spannend. Also ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass es vielleicht vor, weiß ich nicht, in den 70ern, 60ern auch schon ähnliche Bemühungen gab, herkünftig zu klären. Also man muss sagen, dass sozusagen zunächst wirklich Jahrzehnte der NS-Unrechtskontext im Fokus stand. Und der begann aber nicht in den 50er Jahren, diese Fokussierung. Das dauerte wirklich, bis man sich sozusagen, man musste erst 68 abwarten und so weiter und so fort. Und bis dann so eine Universität wie Tübingen vielleicht dann seitens von Erben aus den Vereinigten Staaten und so weiter in den Fokus geht. Das dauerte einfach. Okay. Also es ist ja hier jetzt sehr neu. Sie haben, und das fand ich persönlich sehr spannend, ein bisschen darüber gesprochen, dass ein Objekt an sich interessant ist. Also dass nicht nur, wenn wir jetzt von einem Gemälde sprechen, die Vorderseite von Interesse ist, sondern der Rahmen vielleicht, die Rückseite. Könnten Sie da noch ein bisschen was zu sagen und welche Methoden wendet man an? Also meistens werden Sie mich da mit einer Lupe sehen. Ich versuche wirklich, jede Kleinigkeit zu entdecken. Aber da geht es wirklich nur um Aufschriften, Inschriften, Inventarnummern. Also irgendwelche Zahlen, da mache ich dann Schriftvergleiche. Oder wenn ein Aufkleber ist, vielleicht ein Aufkleber, den es in einem Museum gab, der ganz spezifisch aussah, vielleicht gezackt war mit blauem Rand. Dann denke ich, ah, das könnte dort gewesen sein. So was suchen wir. Also was das Objekt an sich ist, was für ein Wert das hat. Da gucke ich gerade nicht so drauf. Ich gucke dann wirklich eher, was sagt man das Objekt über seinen ganzen Weg. Ein bisschen wie ein Paket bei der Post mit seinen Stempeln oder bei den Koffern hat man doch immer ganz stolz draufgeklebt, wo mal alles war. So ein bisschen muss man sich das vorstellen. Und bei Objekten ist es halt oftmals so, dass nie so viel draufsteht. Und deswegen brauche ich unbedingt alle Dokumente, die verfügbar sind. Alle Geschichten drumherum, alle Briefe. Das ist dann dieser Umweg, den ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Vielleicht können wir auf diese Netzwerkforschung vielleicht nachher noch mal ein bisschen eingehen. Aber jetzt noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen. Es gab in den letzten vier, sechs Semestern immer wieder Seminare. Ich erinnere zum Beispiel an Annette Michels. Ein Seminar der grafischen Sammlung, die haben sich nur die Rückseiten angeguckt von Grafiken. Also die haben gar nicht geguckt, was ist eigentlich dargestellt. Und ich finde das auch gerade aus der Perspektive der Kunstgeschichte, die seit etwa 2000 so extrem auf bildwissenschaftliche Fragestellungen fokussiert ist, finde ich das, also ich bin ja einer dieser Vertreter, die sagen, wir brauchen so etwas wie eine Objektwissenschaft. Weil das, was sozusagen im Bild ist, gehört zum Ganzen dazu. Und sozusagen nur darauf den Fokus zu richten, da kommen wir nicht so weit, wie du am Anfang das ja auch erläutert hast. Das heißt also, tatsächlich das Objekt zu lesen. Wir hatten beispielsweise Schautafeln aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dann gab es unterschiedliche Beispiele. Die einen waren komplett hervorragend erhalten und die anderen waren in einem prekären Zustand. Das kann Unterschiedliches bedeuten. Das kann bedeuten, dass die sozusagen besonders gepflegt wurden, die einen, oder dass sie überhaupt irrelevant waren, nie benutzt wurden. Die anderen können sozusagen ständig benutzt worden sein, sind dann eingerissen oder sie sind anders gelagert worden. Also sie verengen schon die Perspektive auf die Geschichte dieses Objektes. Allein durch solche Aspekte beispielsweise. Sehr spannend. Ich hatte mir eben noch überlegt, was ist, wenn ich vertuschen möchte, welche Geschichte dieses Objekt hat? Wenn ich irgendwie die Rückseite verändere? Das gibt es ja auch häufig. Also ich kann mich an einige Grafiken in der grafischen Sammlung erinnern. Da haben sie natürlich Stellen, wo radiert wurde, wo Stempel sozusagen durchgestrichen wurden. So oft durchgehext, dass sie es fast nicht mehr erkennen können. Dann haben sie Tintenflecken, dann haben sie Kaffeeflecken und so weiter. Da sehen sie, das ist da irgendwie auf dem Tisch gelegen bei jemandem und der hat das vielleicht damit gearbeitet oder das war einfach nur zur Ergötzung und so weiter und so fort. Oder sie sehen gar nichts, dann ist es wirklich immer nur in einer Mappe gelegen oder im Schrank, wie gesagt. Also dieses Objekt anzuschauen ist sozusagen der erste Schritt, aber es gibt ja wichtige weitere. Also diese Netzwerkforschung, das ist ja so eine Grundlagenforschung, die wir auch anstreben. Da kann die Fabienne Huguenahr noch was dazu sagen. Und da geht es einfach darum, dass zum Beispiel im Südwesten in Deutschland diese alten Unis, Tübingen, Heidelberg, Freiburg, und sie haben, sagen wir mal, 1910 und die kannten sich alle in ihren spezifischen Fächern. Die haben Objekte ausgetauscht und dann gingen von diesen Objekten manche nicht mehr zurück. Solche Beispiele hatten wir jetzt. Diese Molaren beispielsweise oder mit Freiburg und so weiter. Und diese Namen zu sammeln, diese Netzwerke erst zu erforschen, das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht nur zu sagen, wir gucken jetzt nur in Tübingen, weil die einzelnen Fächer, die haben auch vor 100 Jahren Tagungen gemacht oder vor noch länger. Und die kannten sich alle. Und die haben kooperiert und die haben ausgetauscht. Dubletten oder wie auch immer. Oder wo sie mehr als... Entschuldige euch. Also das ist total spannend. Aber eine komplett andere Forschungsebene, als am Objekt zu forschen. Ja, spannend. Vielen Dank. Er sagte jetzt gerade Grundlagenforschung. Das ist wirklich auch der Punkt. Wir fangen bei Provenienzforschung so oft immer von vorne an. Dann gibt es ein Projekt, zwei, drei Jahre, geht die Person weg mit dem ganzen Wissen und dann sucht man schon wieder die gleichen Personen und Akteursnetzwerke raus. Und das versuchen wir wirklich einmal für alle zu machen. Deswegen möglichst auch unsere Forschung dann online zu stellen, nachnutzbar zu machen. Und damit das schon mal da ist, das Grundgerüst. Und da müssen wir immer weiter darauf aufbauen, dass wir so Grundlagen schaffen und nicht immer in die gleichen Archive gehen, die gleichen Akten rausziehen, sondern das Bündeln. Und das ist jetzt erst mal das Ziel von diesem größeren Projekt. Also ein sehr nachhaltiges Ziel. Ja, ganz wichtig. Vielen Dank. Aus dem Publikum kam eine Frage. Wieso ist die europäische Expansion ab dem 15. Jahrhundert ein so prägnantes Datum? Warum nicht schon früher? Warum dieses Datum? Ja, gut, da haben wir ja die Entdeckung Amerikas. Da geht man in die Welt raus. Es gibt auch, also Translokationsforschung geht dann teilweise zurück bis in die Antike. Wir erforschen tatsächlich die Unrechtskontexte von Europa ausgehend. Die sind ab dem Zeitpunkt dann, wo Europa in die große Welt rausgeht, Handel treibt und dann auch anfängt, in anderen Ländern oftmals gewalttätig vorzugehen oder immer wieder gewalttätig vorzugehen, ab dem Moment. Also von daher ist das Datum ganz klar mit der Entdeckung Amerikas. In dem Zusammenhang noch eine andere Frage. Was bedeutet denn überhaupt Erwerbung aus Unrechtskontexten? Also Unrecht nach damaligen rechtlichen Standards oder Unrecht aus heutiger Sicht? Wie definieren Sie den Begriff vielleicht für sich in Ihrer Forschung? Das ist unglaublich komplex, weil dann kriegen wir nämlich auch rein die juristische Seite. Man muss aber sagen, dass mit den Washingtoner Principles wurde ganz klar gesagt, dass wir hier auch eine moralische Verpflichtung haben. Es gibt natürlich Verjährungen. Wenn man jetzt rein danach gehen würde, hätte man dann oftmals eben keine Restitution. Das funktioniert aber so nicht. Es gab einfach in der Vergangenheit zu viele Schwierigkeiten für Berechtigte, allein schon an Informationen zu kommen. Wenn nach dem Krieg, wenn jüdische Überlebende versucht haben, Infos zu bekommen, war das einfach unglaublich schwer. Jetzt daraus den Strick zu drehen zu sagen, dann ist die Zeit vergangen und es ist bei uns, das ist heutzutage nicht mehr zu verargumentieren. Deswegen gab es ja die Unterzeichnung der Washingtoner Principles, wo man sich geeinigt hat, dass man hier auch den moralischen Aspekt mit reinnimmt. Also ich mache das aus der wissenschaftlichen Seite raus und habe dann eher den moralischen Aspekt. Juristisch kann man es wieder anders sehen. Also da glaube ich, ist die sind die Geschichtswissenschaften schon sehr wichtig, dass sie da schauen, dass das gemacht wird. Das lässt sich heute sonst nicht mehr erklären. Vielen Dank, ich danke dir. Man muss vielleicht anfügen, dass der Begriff Unrechtskontext ein übergeordneter Begriff ist, der vieles enthalten kann. Es gibt ja unterschiedliche Virulenzen von Unrechtssituationen. Also wenn Sie beispielsweise die Situation der Herero in Südwestafrika betrachten, wie mit denen umgegangen ist, war das 1910 Unrecht oder aber ist es sozusagen eine grundsätzliche ethische Frage, wie man mit Menschen umgeht, was nicht nur heute seit fünf Jahren oder zehn Jahren gilt, sondern immer gilt. Oder die anderen Fragen, ich weiß es nicht, unrechtmäßige Erwerbung, in Anführungszeichen, von Kunstwerken jüdischen Besitzes, beispielsweise 1934. Hier ist es unglaublich schwer, das kann man in der Presse auch lesen, ist das Ganze auf offensiven Druck passiert, auf versteckten Druck oder rein freiwillig. Das ist unglaublich schwierig, das in manchen konkreten Beispielen nachzuweisen. Das heißt, Sie haben die gesamte Bandbreite von Unrechts, möglichen Unrechtskontexten. Und das eben zu untersuchen, ist die Herausforderung. Und das dann ja auch, man kann es relativ rasch ethisch bewerten aus der heutigen Perspektive, aber wie sozusagen tragfähig das ist, auch juristisch beispielsweise, das ist die große Frage. Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage, Zeit für eine letzte Frage, die sich vielleicht schnell leer beantworten lässt. Welches Objekt oder welche Objekte der vergessenen Sammlungen der Universität fanden Sie, Herr Seidel oder Sie, Frau Übünner, besonders interessant oder spannend? Also ich habe das am Anfang ja schon gezeigt, also als ich vor der Garage auf dem Sand stand und der mir die Geschichte von diesem Weltraumteleskop erzählt hat, dachte ich, das darf jetzt nicht wahr sein, wie kriege ich das in die Ausstellung im Rittersaal, dieses Ding. Aber wir haben es geschafft. Und, Entschuldigung, Entschuldigung, das Mondgemeinde hat eine hochinteressante Geschichte, aber auch zum Beispiel die Elektronenbeugung am Doppelspalt. Das hat mir deswegen so gut gefallen, weil ich es physikalisch verstanden habe. Spannend, vielen Dank. Vielleicht reden wir da gleich noch mehr drüber. Und bei Ihnen? Ich liebe ja immer die Geschichte von dem Mondgemälde, dass irgendwo verstaubt was, Dachboden oder Keller? Auf dem Dachboden stand, genau. Also es ist ja sehr groß und man steht ja schon davor und das ist hier im Rittersaal für die vor den Bildschirmen, das ist hier hinten zu sehen. Das sieht wirklich großartig aus. Es ist riesengroß, haben wir ja vorhin auch gesehen. Und dass das dann lange unentdeckt steht, ist schon, ja, da freut mich. Ich hoffe, dass ich auch mal sowas finde. Stimmt. Okay, dann vielen Dank an Sie. Vielen Dank in die Runde. Vielen Dank an unser Publikum online und eben auch vor Ort. Schön, dass Sie dabei waren, dass Sie Fragen gestellt haben, mit uns diskutiert haben. Und hiermit gebe ich auch schon wieder zurück an Michael in unser Hauptstudium. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und weiterhin sehr viel Spaß am Science Day. Vielen Dank. Von unserer Seite aus auch wirklich vielen herzlichen Dank an das Museum der Universität Tübingen für diese wirklich tollen Einsichten. Und damit richtet sich unser Blick auch wieder auf die Gegenwart. Und zwar auf den Tübinger Preis für Wissenschaftskommunikation. Dieser Preis ist, wie unser gesamter Science Day, Teil der Tübinger Exzellenzstrategie und wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Er ist eine besondere Auszeichnung für Forscherinnen und Forscher, die sich in herausragender Weise für die Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Dialog mit der Gesellschaft eingesetzt haben. Für die Preisverleihung und ein besonderes Grußwort schalten wir jetzt weiter zu unserem Rektor, Prof. Dr. Bernd Engler. In der Zwischenzeit können Sie natürlich weiter gerne unsere Chatfunktion nutzen. Also nutzen Sie den YouTube-Chat, nutzen Sie unsere E-Mail-Adresse, schreiben Sie uns gerne, wenn Sie weitere Fragen haben, vielleicht auch zum Preis für Wissenschaftskommunikation. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jede Interaktion und jede Frage ist herzlich willkommen. Und damit geben wir jetzt weiter an Herrn Engler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz außerordentlich, Sie heute zur ersten Verleihung des Preises für Wissenschaftskommunikation und auch zum ersten Tübinger Science Day begrüßen zu dürfen. Unserer Universität ist es ein besonderes Anliegen, der interessierten Öffentlichkeit einen Einblick in unsere Forschungstätigkeiten geben zu können. Über die Jahre haben sich hierfür bereits diverse Veranstaltungsformate etabliert, wie etwa die Sommeruniversität oder auch das Tübinger Fenster zur Forschung, aus dem sich auch das heutige Format des Science Day entwickelt hat. So haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bereits seit heute Nachmittag die Gelegenheit gehabt, hier vor Ort oder im Livestream in die Welt unserer Tübinger Forschung eintauchen und spannenden Beiträgen lauschen zu können. Sie haben Vorträge geboten bekommen zur aktuellen Krebstherapie und Tumorforschung, zur Infektions- und Antibiotika-Forschung sowie zur künstlichen Intelligenz in der medizinischen Forschung und als besonderer Bonus zum Museum der Universität und dessen Umgang mit prekären Provenienzen. Unser Science Day bietet also ein abwechslungsreiches Programm ganz im Zeichen der Exzellenz mit den drei Vorträgen zur Exzellenzinitiative und den Clustern. Exzellenz ist dabei auch die Grundlage der Verleihung der heutigen Preise, die im letzten Jahr entsprechend dem Kommunikationskonzept Sharing Knowledge, unserer universitären Exzellenzstrategie ins Leben gerufen wurden. Die Preise für Wissenschaftskommunikation sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler künftig dazu motivieren, über die Methoden und Ergebnisse ihrer Forschung in einem noch intensiveren Dialog mit der Gesellschaft zu treten und das Verständnis für die wissenschaftlichen Arbeitsweisen in einer breiten Öffentlichkeit zu verankern. Von den insgesamt 26 Nominierungen zu Forscherinnen und Forschern wissenschaftlichen Projekten und Einrichtungen können in diesem Jahr drei Personen ausgezeichnet werden. Personen, die im vergangenen Jahr besonders wirkungsvoll ihre Wissenschaft kommuniziert haben. Lieber Herr Professor Butter, liebe Frau Dr. Diekemper, lieber Herr Dr. Ranisch, seien Sie herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, teilweise in Person, teilweise digital und ich Ihnen für außerordentliches Engagement den Preis der Wissenschaftskommunikation beziehungsweise den Nachwuchspreis überreichen darf. Da wir gleich noch separate Laudationes hören werden, möchte ich hier auch gar nicht viel vorwegnehmen und nur in aller Kürze kommentieren, weswegen Sie heute diesen Preis oder die Preise für Wissenschaftskommunikation erhalten werden. Sie, lieber Herr Kollege Butter, beschäftigen Sie seit vielen Jahren intensiv mit Verschwörungstheorien. Seit April letzten Jahres erhalten Sie und Ihr Team aus Soziologie, Anthropologie, Politik, Medien und Geschichtswissenschaft für Ihre internationale Spitzenforschung sogar eine beträchtliche Förderung seitens des Europäischen Forschungsrates. Ihre Forschungs- und Lehrtätigkeit als Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte haben Sie dabei seit Längerem schon in ganz außerordentlicher Weise mit der breit angelegten Vermittlung Ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse verbunden. Von Interviews und öffentlichen Vorträgen über die Beratung von Parteien, Ministerien, der Bundeszentrale für politische Bildung bis hin zu Auftritten in den nationalen und internationalen Medien, etwa in Großbritannien, Kanada oder Korea. So haben Sie sich als einer der renommiertesten Forscher zum Verschwörungstheorien besonders auch im vergangenen Jahr als enorm gefragter Gesprächspartner etabliert. Einem Jahr, in dem im Zeichen der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien weltweit eine beträchtliche Konjunktur hatten. Besonders hervorzuheben ist hier sicherlich auch der unter Ihrer Federführung entstandene Leitfaden für Politik, Medien, NGOs und Pädagoginnen mit praktischen Hinweisen zum Umgang mit Anhängern von Verschwörungstheorien. Mit Ihrem außerordentlichen Einsatz gegen eine zerstörerische Diskursform, eine verblendete Diskursform haben Sie bei das Vertrauen in öffentlichen Institutionen gestärkt. Lieber Kollege Butter, für den diesjährigen Hauptpreis könnte ich mir keinen würdigeren Empfänger vorstellen. Das gilt auch für das Projekt Zukunft Mensch, das wir heute mit dem Nachwuchspreis auszeichnen dürfen. In dem von 2018 bis 2020 von der Volkswagen Stiftung geförderten Projekt hatten die Kulturwissenschaftlerin Dr. Julia Diekemper vom Berliner Museum für Naturkunde und der Philosoph Dr. Robert Reinisch vom Tübinger Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften dazu eingeladen, über neue Anwendungen der Gentechnologie sowie deren potenziellen Chancen und Risiken zu diskutieren. Gemeinsam konzipierten sie diverse Formate, um ethische Fragen bezüglich der Gentherapie ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Formate wie Ausstellungen, moderierte Filmabende, Unterhausdebatten, Schreibwerkstatter bis hin zu Postkartenaktionen und interaktiven Comics. Eine ganz breite Palette, die die Öffentlichkeit natürlich faszinieren konnte. Sie erörterten Fragen der Gentechnologie gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und versuchten ethisch verantwortbare Anwendungsperspektiven zu begründen. Dabei erprobten sie auch experimentelle Formen der Wissenschaftskommunikation. Auch hierfür werden wir noch nähere Einblicke erhalten. Ich freue mich sehr, dass sowohl der Haupt- als auch der Nachwuchspreis in den drei Akteuren im Feld der Wissenschaftskommission bedeutende Vertreter gefunden haben, die durch die Kommunikation ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse in so beispielhafter Weise gesellschaftliche Relevanz und Resonanz erzeugen konnten. Und dazu noch zu ganz brandaktuellen Themen. Für die Universität ist es eine große Ehre, die hochkarätige wissenschaftliche Arbeit von sehr außerordentlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit dem insgesamt auf 15.000 Euro dotierten Preis weiter fördern zu dürfen. und damit die nationale und internationale Sichtbarkeit unserer Universität weiter zu erhöhen und auch wesentliche Forschungsergebnisse in das Blickfeld der breiten Öffentlichkeit zu rücken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mir sicher, Sie sind ebenso gespannt wie ich, mehr über die genannten Personen und ihre Projekte zu erfahren. Ich möchte mich daher auch nicht länger in weiteren Ausführungen ergehen und lasse gleich die jeweiligen Laudatoren selbst zu Wort kommen. Herzlichen Dank. Ich gebe das Wort weiter an Herrn Kollegen Wiesing, der die Nachwuchspreisträger hier vorstellen wird. Herr Rektor, vielen Dank. Meine Damen und Herren, verehrter Preisträger, erlauben Sie mir in wenigen Worten die Preisträger und ihr Projekt vorzustellen. Das Projekt heißt Zukunft Mensch und es wurde von Frau Dr. Julia Diekemper vom Museum für Naturkunde in Berlin und seit kurzem vom Herrn Professor Ranisch nun an der Universität Potsdam bis vor kurzem in Tübingen gemeinsam durchgeführt und von der VW Stiftung finanziert. Zukunft Mensch zielte auf die Vermittlung der Wissensbestände, der Medizinethik. Es erprobte und evaluierte hierfür neue Formate der Wissenskommunikation und der Bürgerbeteiligung. Zukunft Mensch hat sich dabei nicht irgendeine Technologie der modernen Medizin ausgesucht, sondern wohl eine der einflussreichsten, die Genomeditierung. Insbesondere durch die sogenannte CRISPR-Cas-Technologie hat sie uns ganz neue technische Optionen eröffnet. Das unterstreicht nicht zuletzt der Nobelpreis an die beiden Erfinderinnen Jennifer Dautner und Emmanuelle Charpentier im vergangenen Jahr. Seit etwa zehn Jahren wird die CRISPR-Cas-Technologie, bildlich auch als Genschere bezeichnet, in den Laboren eingesetzt. Neben dem Versprechen auf neue Heilansätze, beispielsweise für Krebserkrankungen, verbindet sich auch eine besonders brisante Anwendung mit der Genomeditierung, die Keimbahneingriffe. Dabei wird das Erbgub von menschlichen Embryonen verändert, um beispielsweise die Weitergabe von Erbkrankheiten an Kindern zu verhindern, und zwar bevor diese geboren sind. Denkbar ist auch eine gezielte Förderung von bestimmten genetischen Eigenschaften. Visionäre sprechen hier schon vom Designerbaby oder auch von Eingriffen in die Evolution, da die Genomveränderungen an die nachfolgende Generation weitergegeben werden. Es besteht kein Zweifel, damit verbinden sich weitreichende ethische Fragen. Diese mit einer breiten Öffentlichkeit zu verhandeln, war das Anliegen von Zukunft Mensch. Was hat das Projekt durchgeführt? Lassen Sie mich einen unvollständigen Überblick geben, einiges haben wir bereits gehört. Bereits 2019 konnte Herr Rahnisch in Tübingen eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen organisieren. Dazu gehörte etwa die Deutschlandpremiere, eine Dokumentation über Genomeditierung im Kino Arsenal samt Filmgespräch, eine sogenannte Unterhausdebatte zur Ethik der Gentechnik im Rahmen des Tübinger Fensters für Forschung, sowie eine Vorlesungsreihe im Studium Generale zum Thema, unter anderem mit Beteiligung der Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Im zurückliegenden Jahr haben Frau Diekemper und Herr Rahnisch verstärkt experimentelle Formate der Wissenschaftskommunikation erprobt. So wurde im Naturkundemuseum Berlin eine Installation eingerichtet, welche die Geschichte von Lulu und Nana erzählt, den ersten durch Genomeditierung veränderten Babys der Welt. Im Februar 2020 waren zudem knapp 30 Teilnehmer verschiedenster Altersgruppen und Herkunft geladen, ihre Vision zur Zukunft der Menschheit zu entwerfen. Unter Anleitung von Herrn Rahnisch und Frau Diekemper arbeiteten sie schließlich mit einer Comiczeichnerin zusammen, um ihre Vorstellungen der guten Welt von morgen bildlich zu verarbeiten. Geplant war überdies ein interaktives Bürgerforum, flankiert von Veranstaltungen wie einem Science Slam oder unterstützenden Formaten wie Voting oder ein Bürgeranwalt. Diese hybride Veranstaltung sollte April 2020 im Saurier-Saal des Berliner Museums stattfinden und zeitgleich über YouTube übertragen werden. Doch Sie ahnen es schon, da war doch was. Jawohl, Covid-19. Nur wenige Tage vor Beginn musste das Bürgerforum aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Doch das scheint die Preisträger nur zu neuen Formaten angespornt zu haben. So haben Herr Rahnisch und Frau Diekemper binnen weniger Wochen unter anderem Online-Lesungen sowie einen interaktiven Comic entwickelt. Unter dem Titel In anderen Umständen erschien es zweimal wöchentlich zwischen April und Juni 2020. Der Comic erzählt eine semifiktionale Geschichte hinter der Geburt der chinesischen Zwillingsmädchen Lulu und Nana und führt mit Infografiken zugleich in Grundthemen der Medizinethik ein. Meine Damen und Herren, ich habe keinen Zweifel. In Format und Umsetzung ist das Projekt von Frau Diekemper und Herrn Rahnisch und ihrem Team außergewöhnlich. Das Thema ist bestens gewählt, aktuell und brisant. Und das sehe offensichtlich nicht nur ich so, sondern auch die Jury, die den Preis vergibt. Aufgrund ihrer Leistungen im Projekt Zukunftsmensch werden Frau Dr. Julia Diekemper und Herr Prof. Rahnisch mit dem Tübinger Nachwuchspreis für Wissenschaftskommunikation geehrt. Ich freue mich, ich gratuliere von Herzen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben die Laudatius vernommen und ich denke in der Tat, der Preis hat würdige Preisträger gefunden. Kreativ, eine Fülle von Formaten, die weiterentwickelt werden mussten, unter anderem auch, weil die Covid-Pandemie Ihnen das eine oder andere dann verunmöglichte an Formaten. Aber die Kreativität ist ja genau das, was natürlich auch in der Ansprache der Öffentlichkeit immer wieder gefragt ist. im Dialog, im Austausch mit der Öffentlichkeit interessante Projekte, brandaktuelle Projekte vorstellen zu dürfen. Ich darf den beiden ganz, ganz herzlich gratulieren. Frau Diekemper, Herr Rahnisch, bei Herrn Rahnisch müssen wir jetzt den Professor noch dazunehmen. Ich gratuliere ganz, ganz herzlich nach Potsdam und ich gehe davon aus, dass Sie weiterhin genau diesem Auftrag, diesem gesamtgesellschaftlichen Auftrag nachkommen, Wissenschaft in die Gesellschaft zu tragen, zu kommunizieren und damit eben auch Wissenschaft erlebbar, begreifbar zu machen. Wir hatten gerade einen kleinen Austausch. Herr Wiesing wies mich darauf hin, er hätte es doch gerne wie bei Oscar-Preisverleihungen. Der Oscar ist sozusagen ein virtueller, stellen Sie sich vor, das ist der Oscar und er wollte schlicht und einfach dabei sein, hier vorne sein und so ist es ja auch beim Oscar, bei der Preisverleihung. Ich lese die Urkunde vor, ich weiß nicht, ob nicht der Lautwarte bei der Oscar-Verleihung die Preisurkunde vorliest, weiß ich nicht, ist egal. Jetzt habe ich auch noch gerade die falsche gegriffen. Frau Dr. Julia Diekemper, erhält in Anerkennung des Projekts Zukunft Mensch, mit dem schwierige ethische Fragen ins öffentliche Bewusstsein gebracht werden, den Nachwuchspreis für Wissenschaftskommunikation der Universität Tübingen. Tübingen, den 2. Juli 2021, der Rektor. Und gleichermaßen, gleicher Text, nur mit anderem Namen und das müssen wir dann gleich ändern. Herr Professor Dr. Robert Ranisch erhält ebenfalls in Anerkennung des Projekts Zukunft Mensch mit dem schwierigen ethischen Themen ins öffentliche Bewusstsein gebracht werden, den Nachwuchspreis für Wissenschaftskommunikation der Universität Tübingen. Gleicher Ort, gleiches Datum. Wir gratulieren nochmals ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und dass es sich hier nicht um Fake News handelt, können wir beweisen. Es gibt eine wunderbare Publikation Der Mensch und seine Natur Medizinethik als öffentliches Projekt Einblicke in Zukunft Mensch Ein wunderbares Produkt, das zur Lektüre anmahnt. Und ich glaube, diese Form von Öffentlichkeit, die etwas konservativere, brauchen wir natürlich auch, um Wissenschaft zu dokumentieren. Aber natürlich, die Öffentlichkeit wurde eher durch diese anderen Formate gewonnen. Und in diesem Sinne freue ich mich, diese Preise verliehen zu haben. Also nach Potsdam, nach Berlin, seien Sie nochmal herzlich beglückwünscht. Und wir kommen nun zur Laudatio auf... Bitte? Ach! Sie sehen, ich brauche immer wieder Zuflüsterungen. Sorry. Die Vorträge von Frau Diekämper beziehungsweise Herrn Prof. Dr. Ranisch. Und wir sind schon bereits zugeschaltet aus... Potsdam nehme ich an, oder aus Berlin. Wunderbar. Ich gebe Ihnen das Wort. Und wichtig ist, dass ich immer wieder auf den richtigen Pfad der Tugend gebracht werde, sodass ich weiß, wo wir gerade im Programm sind. Der Vortrag, the floor is yours. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Prof. Engler, sehr geehrter Prof. Wiesing, liebe Gäste, liebe Zuhörenden, haben Sie ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns aufrichtig, heute hier sein zu können, wenngleich den Umständen geschuldet virtuell. Und wir schätzen uns überaus glücklich, den Nachwuchspreis für Wissenschaftskommunikation entgegennehmen zu können. Robert Ranisch und ich möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen einen Einblick, sozusagen eine Introspektive aus unserem heute prämierten Projekt zu geben in das Projekt Zukunft Mensch. Davor allerdings möchten wir unseren Dank aussprechen. Kollaborationen waren für unser Projekt zentral, sodass wir stellvertretend unseren Kolleginnen von CRISPR-Whisper, Cherie Domingo und Wolfgang Nellen, sowie den Mitarbeitenden der Forschungsstelle Ethik der Genomeditierung, sowie dem Forschungsbereich Museum und Gesellschaft im Museum für Naturkunde von Herzen danken möchten. Die Volkswagen Stiftung, wir haben es schon gehört, hat den ideellen und den finanziellen Rahmen für unsere Arbeit gestiftet und die Durchführung dieses Projekts überhaupt erst möglich gemacht. Auch dafür danken wir. Und natürlich gilt unser Dank besonders der Universität Tübingen, ihrem Rektor Prof. Dr. Engler, der Hochschulkommunikation und ihrem Leiter, Herr Dr. Reköck, sowie der Jury und allen Beteiligten an der Ausdruckung dieses Preises. Einen besonderen Dank möchten wir aber nicht zuletzt an diejenigen Menschen adressieren, die an unseren Formaten teilgenommen haben. Ohne sie wäre unser Projekt schlicht nicht geglückt. Denn die Formate, die wir erfunden haben, die waren keine Einbahnstraße der Wissenschaftskommunikation. Und was wir damit meinen, davon wollen wir heute gerne einen kleinen Einblick geben. Nachdem Prof. Wiesing bereits so viele freundliche Worte gefunden hat, wollen wir die Gelegenheit nutzen, tatsächlich aus der Binnenlogik des Projektes noch einmal Revue passieren zu lassen. Es war so, als sei die vierte Wand gefallen. So beschrieb der britische Medizinethiker Peter Mills seine Reaktion auf die Geburt von Lulu und Nana, zwei Mädchen, deren Erbgut zuvor gentechnologisch verändert worden war. Was dieses Bild aus der Welt des Theaters zum Ausdruck bringt, war die Motivation für unser Projekt Zukunft Mensch. Indem nämlich die vierte Wand im Theater fällt, hat das, was auf der Bühne stattfindet, unbindbar mit dem zu tun, was an Lebenswelt folgt. Wissenschaft und Gesellschaft begegnen sich und interagieren und verhandeln und ringen gemeinsam um die Frage, wie wollen wir leben. Es begab sich also so, dass wir vor drei Jahren einen Antrag bei der Volkswagen Stiftung eingereicht haben und die Medizinethik und das Weltwissen dieses kleinen Faches, so lautete der Titel der Förderlinie, in der Öffentlichkeit fest zu verankern. Unsere Projektidee nahm ihren Ausgang in der Frage, was wäre, wenn wir mit neuen Mitteln der Gentechnologie das Erbgut unserer Kinder verändern? Was wäre, wenn wir mit solchen sogenannten Keimbahneingriffen die Evolution der nachfolgenden Generationen aktiv steuern? Wie reagieren nicht die Forschenden in den Laboren und die Expertinnen in den Lehnstühlen, sondern die sogenannte Öffentlichkeit auf diese Option? Wenig strittig galt dabei, dass derartige Keimbahneingriffe technisch denkbar wären. Mit der seit etwa zehn Jahren angewandten und mittlerweile Nobelpreis prämierten CRISPR-Technologie ist die Veränderung aller Lebensformen möglich. Vielmehr scheint oder schienen Eingriffe in das Erbgut unserer Kinder eine rote Linie darzustellen, die nicht die Grenzen des Macht, sondern die Grenzen des Dürfbaren markiert. Dann allerdings, unser Antrag lag inzwischen bei der Stiftung. Da trat ein junger Wissenschaftler im November 2018 in einem Video auf YouTube an die Öffentlichkeit. In einem geheimen Menschenversuch hatte Hee-Jang Kui, so sein Name, das Werkzeug CRISPR genutzt, um menschliche Embryonen zu verändern. Und diese seien nun resistent gegen das AIDS-auslösende HIV-Virus. Inzwischen hätten sie sogar das Licht der Welt erblickt, die ersten gentechnisch veränderten Menschen. Die Welt stand für einen Moment Kopf. Das ist in aller Kürze der Hintergrund, vor dem wir uns mit unserem Projekt Zukunft Mensch an die Arbeit gemacht haben. Die annoncierte Geburt von Lulu und Nana fiel auf den Tag genau mit der Zusage der Volkswagen-Stiftung zusammen, unser Forschungsprojekt zu fördern. Für die Dauer von anderthalb Jahren von Februar 2019 bis Juli 2020 waren dann zugleich zwei Orte miteinander verbunden. Die Universität Tübingen und das Museum für Naturkunde. Genauer, die Forschungsstelle Ethik der Genomeditierung am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin und der Forschungsbereich Museum und Gesellschaft des Museums für Naturkunde. Die Beteiligung der Medizinethik an einem solchen Thema ist naheliegend. Die Verbindung mit dem Museum für Naturkunde aus zwei Gründen besonders fruchtbar. Die für die anhängigen Auseinandersetzungen elementaren Fragen von Natur, Natürlichkeit und Evolution erhalten im Museum einen authentischen Raum. Und die Bedeutung von Mitsprache, von Beteiligung in der museologischen Debatte wird zudem aktuell zentral diskutiert. Museen weltweit prüfen ihren Auftrag. Sie diskutieren dabei, welche gesellschaftlichen Bestimmungen ihnen zuteil wird und mit welchen Mitteln diese herzustellen ist. Kennzeichnend für diesen Prozess ist die Öffnung. Und Besuchende sollen nicht nur zur Teilnahme animiert werden, zum Drücken auf bunte Knöpfe. Stattdessen gilt es zu prüfen, mit welchem Ziel sich tatsächlich und konkret eine folgenreiche, eine nachhaltige Begegnung stiften lässt. Gerade bei unserem Thema den Folgen von Eingriffen in die menschliche Evolution ist nun die Schaffung eines informationsstiftenden und vertrauensvollen Raumes substanziell. Schließlich haben viele Menschen noch nie von dem neuen Anwendungsfeldern der Gentechnologie gehört. Und das ist auch demokratietheoretisch ein problematischer Befund. Gerade da diese Technologien aus den Laboren das Leben aller betreffen können, sollten prinzipiell alle einbezogen werden. Aber wenn die meisten nicht wissen, worum es überhaupt geht, lassen sie sich faktisch nicht einbeziehen. Und diesem Dilemma gilt es sich zu stellen, es gilt Brücken zu bauen und das heißt, in einem ersten Schritt erst einmal zu sensibilisieren. Und das war zugleich auch für uns der erste Schritt unserer Bemühungen. In den anderthalb Jahren, die uns das Projekt Zukunft Mensch beschäftigte, haben wir mit insgesamt zwölf Formaten an unterschiedlichen Orten experimentiert. Analog und digital in Tübingen und in Berlin. Und vielleicht sind Sie Zukunft Mensch sogar dabei einmal begegnet. Wir haben es gehört, einmal in Filmgesprächen, im Kino Arsenale oder in der Parlamentsdebatte im Pfleghofssaal vor etwa zwei Jahren. Wir wollten für unterschiedliche Zielgruppen Bekanntschaften mit dem Themenfeld der Gentechnologien stiften, aus denen jeweils neue Interaktionsmöglichkeiten entstehen. Entscheidend für unser Verständnis von Wissenschaftskommunikation war dabei, dass hier eine wechselseitige Beziehung entsteht. Der sogenannten Öffentlichkeit sollten nicht einfach Informationen zufließen. Vielmehr wurden Überzeugungen Hoffnungen und Befürchtungen der Teilnehmenden als Wissensressource entgegengenommen und flossen in das Projekt ein. Lassen Sie uns anhand von drei Formaten einen Einblick geben, was wir damit meinen. Eine unserer ersten Aktionen führte uns nun in das Experimentierfeld des Museums für Naturkunde in Berlin. In einem Raum, in dem Natur und Evolution sinnlich erfahrbar sind, haben wir die Frage platziert, wie es um die selbstgesteuerte Evolution der Gattung Mensch steht. In einer Videoinstallation haben wir hierfür die Besuchenden mit den gentechnisch veränderten Zwillingsmädchen Lulu und Nana bekannt gemacht. Wir haben den viel kritisierten Wissenschaftler He-Jang Kui zu Wort kommen lassen, ebenso wie den damaligen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock. Diese Aktion wollte allerdings noch mehr. Sie wollte mehr als die Geschichte der ersten gentechnisch veränderten Mädchen der Welt erzählen. Mit ihr verband sich eine Einladung an die Besucherinnen des Museums. Diese waren gefragt, Postkarten an die Zwillingsmädchen, den Wissenschaftler und den Ethikrat-Vorsitzenden zu schreiben und damit zugleich in einen fiktiven Austausch mit ihnen zu treten. Alle Schreibenden erhielten eine Dankeskarte als Antwort mit Einladung zu unseren Veranstaltungen sowie zu weiterführenden digitalen Formaten. Binnen weniger Wochen erreichten uns über 150 Postkarten. Eine Dokumentation von Haltungen und Meinungen, welche die Besuchenden des Museums mit uns teilen wollten. Das ganz Erstaunliche war hierbei die Fülle an Überzeugungen, welche diese Karten zeigten. Die Schreibenden riefen ein breites Spektrum an virulenten ethischen Themen auf, die in der Gesamtschau zentrale Wertedimensionen der Gentechnik am Menschen kartierten. Nur wenige Monate später legte der Deutsche Ethikrat seine Stellungnahme zu Keimbahneingriffen vor. Als dann zeigte sich eine der vielleicht überraschendsten Ergebnisse unserer Postkarten Aktion, nämlich eine ausgeprägte moralische Konkurrenz. Die Wertehaltungen der sogenannten Laien deckten sich mit der Analyse der Ethikexpertinnen oder, mir ist es lieber andersherum formuliert, der Fachdiskurs schien hier den Anschluss an die Überzeugungen der Öffentlichkeit gefunden zu haben, zumindest an jene Öffentlichkeit, die sich auf die Einladung von Zukunft Mensch einlief. Die gesammelten Postkarten waren nun nicht nur die Grundlage für eine qualitativ-medizinethische Analyse, sie zeichneten auch den Weg für weitere Formate von Zukunft Mensch vor. So teilten wir die Postkarten über soziale Medien wie Instagram, um einen Raum für Diskussionen zu eröffnen. Zudem wählten wir circa 50 Texte aus, die wir gemeinsam mit der Künstlerin Cherie Domingo in Kneipenpostkarten verwandelten. Die Texte der Schreibenden spendeten hier also das Material für weitere Zufallsbekanntschaften und brachten Themen der Medizinethik zurück in den öffentlichen Raum. Zugleich gingen die Karten als Werbung für unsere weiteren Formate, ein Szenario-Workshop sowie ein groß angelegtes Bürgerinnenforum im Naturkundemuseum Berlin. In der Rückschau auf die Geschichte unseres Projektes, so hat Urban Wiesing bereits hingedeutet, überlagert sich nun der geplante Höhepunkt von Zukunft Mensch mit der weltweiten Ausbreitung von SARS-CoV-2. Noch im November 2020 begrüßten wir mehrere Dutzend Teilnehmerinnen zu einem Szenario-Workshop, in dem wir gemeinsam mit Gentechnikerinnen, aber auch Künstlerinnen, mögliche Zukunft einer Menschheit von morgen entwarfen. Und dann, dann endete die Geschichte von Zukunft Mensch, vorerst zumindest. Der erste sogenannte Lockdown fiel mit unserer geplanten Abschlussveranstaltung dem Bürgerinnenforum zusammen und fortan sprachen wir in Konjunktiven. Anfang April 2020 hätten wir im Dinosauriersaal des Naturkundemuseums eine schöne Veranstaltung gehabt. Wir hätten einen Science-Slam zur Medizinethik, eine Live- Veranstaltung auf YouTube, viele Thementische und so fort. Wir hätten wunderbare Bestie begrüßt, den Ethikratsvorsitzenden, Wissenschaft im Dialog, Leopoldina, Vertreterin und von anderen Einrichtungen. Aber vor allem hätten wir ein breites Publikum empfangen, nämlich unsere kleine Öffentlichkeit, die wir über die Monate auf diesen Abend eingestimmt hatten. Wir haben den Umständen geschuldet reagiert und eine Lösung gefunden, die nicht nur der Pandemie, sondern mehr noch unserem Projekt entsprach. Mit dem Material aus den vorangegangenen Formaten konnten wir schließlich im digitalen Raum weiterarbeiten. Und so entstanden gemeinsam mit Cherie Domingo binnen weniger Wochen das Konzept für ein interaktives Comic, das auf dem Namen hörte, in anderen Umständen. Es erzählt die Geschichte über eine Freundschaft zwischen zwei Frauen in Deutschland und China, über unerfüllten Kinderwunsch und schließlich auch über die gentechnisch veränderten Zwillinge Lulu und Nana. Über die Dauer von zwei Monaten zwischen April und Juni 2020 erschienen wöchentlich Episoden in den sozialen Medien. Diese endeten jeweils mit einem Call to Action. Die Leserinnen waren aufgefordert, co-kreativ am Fortgang der Geschichte mitzuwirken. In einer zusätzlich wöchentlich erscheinenden Episode wurden Hintergrundinformationen zur Humangenetik, zur Fortpanzungsmedizin gegeben, einzelne Impulse der Betrachtenden aufgegriffen, aber vor allem auch medizinethische Themen vertieft. Das Comic verstanden wir so dezidiert als einen Beitrag zu einer narrativen Medizinethik, da es über die erzählerische und bildliche Vermittlung zur Urteilsbildung anregte. Indem es eine Lesbarkeit der aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen aus der Perspektive von Figuren anbietet, vermittelte das Comic ethisch relevante Erfahrungen. Damit sollte es den Blick auf grundlegende Prinzipien des gelungenen menschlichen Lebens freigeben. In besonderer Weise schien uns dieses Format zudem dafür geeignet, für Verletzlichkeit zu sensibilisieren. Denn der bildliche Zugang spricht Fantasie und Gefühle an und bietet den Betrachtenden die Möglichkeit, sich in die Figuren hinein zu versetzen. Dass das Comic nun übrigens auch an Schuhen als Lehrmaterial eingesetzt wird, beweist das erfreuliche Eigenleben, welches Zukunft Mensch mittlerweile erfahren hat, über das wir uns sehr, sehr freuen. Mit dem Finale des Comics war auch unser Projektlaufzeit erreicht. In einer abschließenden Broschüre haben wir die gewonnenen Ergebnisse uns aus Dialogs gebündelt, unser Comic in den Druck gebracht. Die und anderen, die sich im Studio befinden, können sich über einen Heft freuen. Virtuelle Zuhörer mögen gerne auf den sichtbaren QR-Code klicken und keine Sorge, das, was sich hier hinter diesem Code befindet, ist kein tröger Projektbericht. Es ist ein weiterer Versuch, in den Austausch zu treten, in einem Prozess von Geben und Nehmen. Was wollten wir nun also mit Zukunft Mensch erreichen? Das Beispiel der Genomeditierung fällt in den Hallraum zwischen Natur und Gesellschaft. Das verbindende Element der Aktionen, die wir Ihnen heute mitgebracht haben, knüpft genau dort an. Wir wollten Menschen dafür gewinnen, dass sie Fragen der Gentechnologie nicht als abstrakte Themen der Naturwissenschaften begreifen, sondern als etwas, das sie persönlich betrifft. An dieser Stelle kann Wissenschaftskommunikation auch keine Fingerübung sein. Ebenso wenig darf sie hier der beliebigen Dreiteilung folgen, nämlich der zwischen den Fachwissenschaften auf der einen, der Öffentlichkeit auf der anderen und den Kommunikatoren dazwischen. Die Auseinandersetzung mit dem Eingriff ins menschliche Erbgut ist zutiefst mit Werte- und Normfragen verbunden. Und die Antwort auf diese Fragen entdecken eben nicht die Forscherinnen in den Laboren. Sie fallen auch nicht vom Himmel, sondern sind Teil eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. Mit unserem Projekt wollten wir einen Beitrag zu diesem Prozess leisten und seinen Dynamiken auf die Spur kommen. Vor einem solchen Hintergrund bringt Wissenschaftskommunikation tatsächlich Wissenschaft und Gesellschaft in einem gemeinsamen und folgenreichen Lernprozess zusammen. Zukunft Mensch wollte einen Beitrag genau dazu leisten, dass dies nun mit einem so schönen Preis honoriert wird. Darüber freuen wir uns wirklich von Herzen. Vielen Dank noch einmal. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in ein großartiges Projekt. Das zeigt, dass unterschiedlichste Formate notwendig sind, um in der Öffentlichkeit zu wirken, um in die Öffentlichkeit Informationen zu tragen über das, was die Wissenschaft bewegt und nicht nur die Wissenschaft, sondern eben auch die Welt, die Gesellschaft bewegt. Und in diesem Sinn ist es natürlich auch ganz besonders wichtig, diese Unterschiedlichkeit der Formate für unterschiedliche Zielgruppen in den Blick zu nehmen. Und das haben Sie in ganz, ganz beeindruckender, in kreativer Art und Weise getan, sodass wir mit Sicherheit sagen können, dieser Nachwuchspreis hat die richtigen Adressaten gefunden. Und vor allen Dingen können wir mit Sicherheit schon jetzt sagen, dass Sie weitere Preise erhalten werden im Bereich Wissenschaftskommunikation. Denn das, was Sie hier gezeigt haben, bringt auch Motivation in den gesamten Wissenschaftsbereich. Und das war ja eigentlich die Zielsetzung unseres Tübinger Wissenschaftspreises, nämlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu motivieren, in die Gesellschaft hinein ihre Wissenschaft vorzustellen. Und von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Eine großartige Leistung. Wir applaudieren ein weiteres Mal. Applaus 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 Gut, alles, alles Gute. Und jetzt, wenn mich die Regie nicht trügt, kommt Herr Geisweit, der eine Laudatio auf den Preisträger Professor Butter unterhalten wird. Lieber Herr Geisweit, the floor is yours. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Es wird vor ungefähr sechs Jahren gewesen sein, als in der Tübinger Amerikanistik im fünften Stock des Brechtbaus in der Wilhelmstraße eine merkwürdige Statue erschien. Sie war gut zwei Meter groß, gruselig und hätte direkt aus dem Film Alien entwischt sein können. Keiner wusste, wer diese angsteinflößende, außerirdische Gestalt hier hingestellt hatte. Aber es war klar, dass sie nicht zufällig vor der Tür von Michael Butter stand. Denn da hatte sich damals schon einen Namen gemacht als Experte für Verschwörungstheorien. Soweit, so gut. Wer aber tiefer gegraben hätte, hätte herausgefunden, dass genau diese Tür in früheren Zeiten zum Büro eines anderen Amerikanistik-Professors gehörte. Der Name dieses Professors? Bernd Engler. Jetzt natürlich Rektor der Universität Tübingen. Für jeden Verschwörungstheoretiker wäre das ein gefundenes Fressen gewesen. Denn sie wissen, es gibt keinen Zufall und nichts ist, wie es scheint. Nichts ist, wie es scheint. Über Verschwörungstheorien. So lautet auch der Titel des in 2018 erschienenen Bestsellers von Michael Butter. Indem er seine eigene sowie die internationale Forschung zu Verschwörungstheorien einem breiten Publikum zugänglich gemacht hat. Das Buch befindet sich mittlerweile in der fünften Auflage, wurde bereits ins Englische und ins Portugiesische übersetzt und hochgelobt von den Kritikern. Zu Recht, so wie ich finde. Denn Michael Butter schafft es, ein hochkomplexes Thema in klarer Sprache anhand von fünf zentralen Fragen zu analysieren und verständlich zu machen. Ob Tobias Haberkorn in seiner Rezension in der Zeit recht hatte mit seiner Behauptung, ich zitiere, Michael Butter hat das erste gute Buch über Verschwörungstheorien geschrieben. Das weiß ich nicht, aber ein gutes Buch ist es, ohne Zweifel. Das Timing des Buches war ebenfalls gut. Leider, muss man sagen. Denn Verschwörungstheorien haben zunehmend an gesellschaftlicher und politischer Bedeutung gewonnen und werden vermehrt und gezielt eingesetzt zur Destabilisierung und Polarisierung politischer Systeme und Wahl. Umso wichtiger ist es, dass Wissenschaftler wie Michael Butter ihr Wissen und Expertise über die akademischen Kommunikationswege hinaus in die Welt tragen. Wie erfolgreich er das gemacht hat, auch unter den schwierigen Bedingungen der Covid-Pandemie, wird natürlich zum Ausdruck gebracht in der heutigen Verleihung des Wissenschaftskommunikationspreises der Universität Tübingen. Damit Sie aber, liebes Publikum, wissen, dass dieser Preis wirklich hoch verdient war und es keine Verschwörung zwischen Amerikanistik-Professoren gegeben hat, möchte ich eine kurze Auswahl aus der langen Liste Liste der Medienauftritte, Veranstaltungen, Podcasts und YouTube-Videos Michael Butters vorstellen. Die Liste der Medieninterviews und Zeitungsbeiträge, die er im vergangenen Jahr gegeben und geschrieben hat, ist tatsächlich beeindruckend lang und deckt die ganze Bandbreite der deutschen Medienlandschaft ab. Vom Spiegel bis zum Zeit bis zur Zeit von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bis zum Tagesspiegel oder Süddeutschen Zeitung. Michael Butter war zu Gast im Fernsehen in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Er war zu hören in der SWR1-Sendung Leute und er diskutierte mit in der Deutschlandfunkkultur-Reihe Wortwechsel. Ein absolutes Highlight, zumindest für die Studierenden im englischen Seminar, war ohne Zweifel sein Auftritt in der ZDF-Heute-Show, wo er dem Hörsaal 037 im Brechtbau zu überregionaler Bekanntschaft verholfen hat. Es lohnt sich, nachzuschauen auf YouTube. Aber auch international war er ein gefragter Experte und wurde von der BBC, der Washington Post, der Neuen Zürcher Zeitung und sogar von dem südkoreanischen Fernsehen interviewt. Im Bereich der politischen Bildung und der Politikberatung war Michael Butter besonders aktiv. Federführend war bei der bereits genannten Erstellung eines Leitfaden Verschwörungstheorien des großen EU-Projekts Comparative Analysis of Conspiracy Theories. Zusammen mit Lehramtsstudierenden der Uni Tübingen hat Michael Butter im Frühjahr 2020 zwei Passagen eines bekannten verschwörungstheoretischen Films analysiert. Die Analyse ist ebenfalls auf der Homepage des EU-Projekts verfügbar, conspiracytheories.eu. Sie soll Lehrerin als Beispiel dienen, wie man im Schulunterricht Verschwörungstheorien analysieren und widerlegen kann. Für die Bundeszentrale für politische Bildung hat er eine digitale Politikstunde zum Thema gestaltet, die auf YouTube verfügbar ist. Im Sommer 2020 hat er die EU-Kommission und die UNESCO bei der Erstellung einer Serie von Infografiken zum Thema beraten, die in zehn Sprachen mittlerweile über die sozialen Medien in der ganzen Welt verbreitet wurden. Zudem hat er als Referent oder Diskutant an zahlreichen Veranstaltungen zu Verschwörungstheorien teilgenommen, die von Volkshochschulen, politischen Stiftungen oder anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren veranstaltet wurden. Akademisch begleitet wurden seine Aktivitäten von der Veröffentlichung des Routledge Handbook of Conspiracy Theories, das er zusammen mit Peter Knight herausgegeben hat. Schon vor Beginn der Corona-Pandemie hat Michael Butter zusammen mit Claire Birchel und Peter Knight und einem Team von The Conversation einen mehrteiligen und sehr erfolgreichen Podcast zu Verschwörungstheorien Expert Guide zu Conspiracy Theories konzipiert, zu finden auf theconversation.com. Während der Corona-Pandemie hat Michael Butter aktiv nach weiteren innovativen Wegen gesucht, seine Wissenschaftskommunikation voranzutreiben mittels Webinars, Podcast-Interviews und öffentlichen YouTube-Workshops mit Experten aus aller Welt. Die Liste ist noch deutlich länger und wird auch noch viel länger werden in Zukunft, aber ich komme zum Schluss. Eine Laudatio sollte schließlich wie eine Verschwörungstheorie nie langweilig werden. Lieber Michael, Hut ab. Hut ab vor deinem unermüdlichen Einsatz und deiner so wichtigen Arbeit. Hut ab auch vor deiner Familie, die dich in all dem entscheidend unterstützt hat. Du, ihr macht es toll und es freut mich außerordentlich, dass du jetzt der erste Preisträger des Tübinger Preises für Wissenschaftskommunikation bist. Auch im Namen des ganzen englischen Seminars der Philosophischen Fakultät ganz herzlichen Glückwunsch. Liebe Herr Geisweit, ganz ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Laudatio. Eine kurze Bemerkung. Nichts heizt Verschwörungstheorien mehr an als die Negation von Verschwörung oder ein Dementi. Sprich, wenn Sie sagen, es wäre keine Verschwörung gewesen, dass er jetzt als mein Nachfolger den ersten Preis bekommen hat, könnte das gerade wiederum eine neue Verschwörungstheorie beflügeln. Wie dem auch sei, ich muss gestehen, dass ich natürlich ganz enorm stolz bin. Ich habe es Herrn Buter noch nie gesagt. Ich glaube es zumindest nicht. Stolz bin, dass er mein Nachfolger ist. Ich hätte mir keinen besseren, würdigeren Nachfolger vorstellen können und von daher freue ich mich ganz besonders. Ich kann gleichzeitig bestätigen, auch das könnte wiederum eine Verschwörungstheorie befeuern, ich kann bestätigen, dass ich noch nicht mal wusste, wann die Kommission, die Jury zusammentrat und ich erst im Nachhinein natürlich erfahren konnte, dass er ausgewählt wurde. Gut, also soweit. Ich glaube, jetzt kommt die Urkunde. Ich gucke immer zu meiner Regie. Lieber Michael Buter, Preis für Wissenschaftskommunikation der Eberhardt-Universität Tübingen. In der Tat ist es ganz außerordentlich, dass Sie heute diesen Preis bekommen. Ich verlese den Text. Professor Preis für Wissenschaftskommunikation der Universität Tübingen. Tübingen den 2. Juli. Der Rektor. Lieber Herr Buter, sozusagen, wir stoßen auf diese Art und Weise an. Gratulation. Wir freuen uns auf den Vortrag, der jetzt gleich hier auch angezeigt wird zu Conspiracy, Conspiracy, wie auch immer. Er wird bestimmt sehr spannend werden. Ja, vielen Dank an alle, an die Jury, an Thomas, dass er mich vorgeschlagen und hier so gelobt hat. An den Kollegen Engler für die Worte, die mich fast sprachlos machen jetzt gerade. Aber das hält bei mir nicht lange vor. Man würde jetzt, wenn es die Oscars wären, auch noch sagen, Thanks to the Academy. Aber da es nicht die Oscars sind, werde ich jetzt auch nicht nach 20 Sekunden von der Bühne komplementiert hier mit einer Musik, die immer lauter wird, sondern darf etwas länger sprechen. Und möchte erst mal sagen, wie sehr ich mich freue für diese Anerkennung meiner Arbeit. Das ist mir wirklich eine große Ehre, diesen Preis erhalten zu haben, weil ich ja dafür wirklich doch letztes Jahr und auch dieses Jahr einiges an Zeit aufgewendet habe. Man könnte jetzt sagen, wir haben von höchster Stelle neulich gehört, an den Unis passiert ja wenig bis gar nichts in der Corona-Pandemie, sodass man auch Zeit hat, diese Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Aber so ist es natürlich nicht. Aber natürlich ist diese Kommunikation im Digitalen oft leichter als im Realen. Also ob ich mich nochmal in den Zug setzen würde und durch Deutschland fahren würde, um an der Volkshochschule Wilhelmshaven einen Vortrag zu halten von 60 Minuten Länge, weiß ich nicht. Ich glaube, sowas kann man auch in Zukunft ganz wunderbar per Zoom erledigen. Es ist sehr viel Zufall, glaube ich, dass ich hier heute stehe und diesen Preis bekomme. Vielleicht auch unausweichlich, denn wenn man sich als Amerikanist im Jahr 2020, im Jahr einer globalen Pandemie und der Wiederwahlkampagne Donald Trumps mit Verschwörungstheorien beschäftigt, dann hat man, glaube ich, ganz gute Startbedingungen. Aber als ich begonnen habe, mich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen 2008, war überhaupt nicht abzusehen, dass das irgendetwas ist, wofür sich mal eine breitere Öffentlichkeit interessieren würde. Ich war damals am Freiburg Institute for Advanced Studies als Junior Fellow und nur weil es da eine sehr engagierte Pressereferentin gab, die versucht hat, die Themen der Fellows in der Öffentlichkeit zu platzieren, habe ich so ein-, zweimal im Jahr mit den Medien gesprochen und deren erste Frage war eigentlich immer, warum glauben die Amerikaner so sehr an Verschwörungstheorien? Und die Implikation war, wir Deutschen tun das ja nicht. Dieses Gefühl hat sich extrem geändert in den letzten Jahren, zu Recht geändert. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel erstmal über Verschwörungstheorien sagen, sondern erstmal ein bisschen vielleicht darüber auch reflektieren, warum es, glaube ich, wichtig ist, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre Forschung versuchen, in der Öffentlichkeit zu kommunizieren und insbesondere auch Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler sehr viel beizutragen haben zu den Debatten unserer Zeit. Und dann möchte ich abschließend noch mit so zwei Mythen oder Missverständnissen über Verschwörungstheorien aufräumen, wenn ich mich nicht vorher so verquassle, dass dafür keine Zeit mehr ist, um einfach zu veranschaulichen, was eben so ein Beitrag sein kann. Apropos veranschaulichen, wenn Sie dieses Bild im Hintergrund sehen und sich fragen, was das mit dem Vortrag zu tun hat, dann kann ich sagen, nicht so wahnsinnig viel. Das liegt daran, dass Verschwörungstheorie als Thema im Ganzen nicht so sonderlich gut zu visualisieren ist, aber man es immer wieder visualisieren muss zum Beispiel, wenn das Rektorat kommt oder die Pressestelle und sagt, wir machen da einen Forschungsbericht, haben Sie nicht ein Bild für uns? Und dann ist man heilfroh, dass ein netter Kollege mal so was fotografiert hat und man das dann weiterreichen kann. Weil es gibt ja auch ganz viele Bilder, von denen man nicht möchte, dass sie in die Öffentlichkeit gelangen. Das hier zum Beispiel, das ist der angesprochene Kollege, der vor meinem Büro platziert wurde, ein Reptiloid, der eben Bezug darauf nimmt, dass es angeblich eine Verschwörung von außerirdischen Echsen gibt, die seit Jahrtausenden die Geschichte der Welt bestimmen. Dieser Reptiloid hat mir dann auch Postkarten geschrieben, obwohl er gleichzeitig in meinem Büro war, aus verschiedenen europäischen Städten über den Zeitraum eines Jahres hinweg. Dann bin ich leider eines Tages im Dunkeln etwas über ihn gestolpert und dann war es um ihn geschehen. Und zumindest so habe ich einen Teil auch zur Bekämpfung einer Verschwörung beigetragen. Aber man möchte natürlich auch nicht, dass so ein Bild in die Öffentlichkeit gerät, das ich ausgewählt habe, weil Thomas Reisweit über die Bilderberge und deren Einfluss promoviert hat. Und das ist also zur Halbzeit entstanden, dieses großen EU-Vernetzungsprojektes 2018 im Hotel de Bilderberg, wo das erste Treffen damals stattfand, dass es bisher noch jedes Jahr gibt und das eben ganz viele Verschwörungstheorien generiert immer wieder. Der Mann neben mir ist Peter Knight, mit dem ich dieses Netzwerk geleitet habe. Und ich weiß noch genau, als wir im Januar 2015 in Tübingen saßen und den Antrag geschrieben haben für dieses Netzwerkprojekt, da haben wir gesagt, wir müssen jetzt schnell machen, weil jetzt war gerade die Krim-Krise, es war die Öffentlichkeit auch in Deutschland alarmiert erstmals über Verschwörungstheorien. Wir haben gesagt, wir müssen schnell machen, damit wir das genehmigt kriegen, weil in einem halben Jahr ist es vielleicht vorbei, dann interessiert sich niemand mehr für das Thema. Wir hätten uns nicht mehr irren können. Es kam der Sommer 2015 mit den Diskussionen über die Geflüchteten und der Verschwörungstheorie des großen Austausches. Es kam die Brexit-Kampagne, es kam Donald Trump und dann kam Corona und das Ganze ist nicht weggegangen. Was kann man daraus für eine Lehre ziehen? Ich glaube, eine Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, es ist nie abzusehen, wofür sich die Öffentlichkeit irgendwann mal interessieren wird. Und insofern sollte man niemals irgendein Forschungsthema danach aussuchen, ob das von öffentlichem Interesse ist oder nicht, weil sich die Dinge einfach ganz schnell ändern. Ich glaube auch kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin sollte jemals dazu verpflichtet werden, zu etwas zu forschen, was irgendwie verwertbar oder öffentlichkeitswirksam ist. Aber was ich auch glaube ist, wenn man ein Thema hat, an dem öffentliches Interesse besteht, dann hat man als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch eine gewisse Verpflichtung, über dieses Thema mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren und zur Diskussion dieses Themas beizutragen. Das ist eine Verpflichtung, die man eingeht, die natürlich auch gewisse Gefahren mit sich bringen kann. Und das schreckt, glaube ich, manchmal auch die Leute so ein bisschen davor ab. Man findet dann im Internet solche Memes, die da zirkulieren auf den entsprechenden verschwörungstheoretischen Seiten. Wobei ich sagen muss, das ist noch so mit das Bedrohlichste, was wir widerfahren. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die ganz anders angegangen werden. Das liegt vielleicht daran, dass ich ein mittlerweile alter weißer Mann bin. Der Professorentitel schützt auch so ein bisschen, wenn man als Frau oder als nicht weißer Mensch in diesem Feld aktiv ist, kriegt man gleich noch deutlich mehr ab. Man wird zur Zielscheibe von viel polemischer und ungerechtfertigter Kritik. Man wird, wie in diesem Artikel auf einem einschlägigen Internetportal, zur Chiffre für den angepassten, systemkonformen, ideologisch verbrämten, lügenden Wissenschaftler. Auf dieser Konferenz treten nur Butters auf, und die erzählen nur Unsinn, die da beschrieben wird. Und deshalb bin ich auch manchmal ganz froh, dass meine Kinder noch nicht alt genug sind und im Netz zu unterwegs sein. Und manchmal kommt man in die unangenehme Situation, dass Verschwörungstheoretikerinnen, wenn sie einem denn dann schreiben, wild irgendwelche Leute CC setzen, gerne auch mal den Rektor oder die Pressestelle oder in dem Fall Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich zu diesem Zeitpunkt noch niemals gesprochen hatte. Und man sich dann überlegt, sollte ich denen jetzt schreiben, wenn so eine Mail kommt, oder sollte ich das vielleicht sein lassen? Das heißt, man fürchtet vielleicht manchmal um seine Reputation. Ich glaube, dass diese Sorge unbegründet ist, wenn man nicht immer kompletten Unsinn erzählt. Und ich glaube auch, dass man sich nicht sorgen muss, vielleicht irgendwie schlecht rüber zu kommen in diesen Debatten manchmal. Dass man sich lächerlich macht, dass irgendwie Zitate aus dem Kontext gerissen werden, auch wenn das unweigerlich passiert. Eine meiner ersten Interviews ist so gelaufen, dass ich mit dem Journalisten gesprochen habe, 60 Minuten, 20 Minuten später kam der Artikel. Da waren zwei Zitate von mir drin. Das waren die, auf die ich am wenigsten stolz war. Der hat in dem Artikel natürlich schon vorher geschrieben. Ist mir letztes Jahr wieder passiert, als Spiegel TV da war und über die Corona-Proteste sprechen wollte. Da wird dann so oft nachgehakt, dass man irgendwie das sagt, was die hören wollen. Und dann entkommt man dem nicht. Das ist aber die Ausnahme. Und es spricht auch dafür, vor allem solche Formate zu suchen, die, das weiß ich aus Gesprächen, viele Forschende dann gerne umgehen, nämlich Live-Formate. Das Tolle an Live-Formaten ist, dass man seine Talking Points loswerden kann. Selbst wenn einem doofe Fragen gestellt werden, kann man nach einem Satz zu dem überleiten, was man eigentlich sagen möchte und sogar Dinge unterbringen, die in dem Kontext gar nichts zu suchen haben. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn mir als einfachen Professor, der Rektor schon mal zuhört, sagen, dass es ganz toll wäre, wenn der historische Lesesaal wieder aufmachen würde, zumindest für komplett Geimpfte, weil das meiner Forschungstätigkeit zugutekommen würde. Natürlich sage ich das nicht. Ich würde dann auch nicht erwähnen, dass dieses Buch, das vorhin in die Kamera gehalten wurde, in vier Wochen in diesem Hörsaal entstanden ist. Aber Sie verstehen das Prinzip. Ich mache das jetzt nicht, aber ich wollte einfach mal darauf hinweisen. Natürlich muss man Dinge vereinfachen, wenn man seine Forschung kommuniziert. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe in ganz vielen Formaten, bei Volkshochschulen, bei politischen Stiftungen, in Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern, das ist was, was ich ganz oft mache, zurzeit über Zoom, weil die an Projekten da zu arbeiten, ist, dass man interessierten Menschen unfassbar viel vermitteln kann und auch differenziert vermitteln kann von dem, woran man arbeitet. Und man auch ganz viel, das ist ja gerade eben schon angeklangen bei den Preisträgern des Nachwuchspreises, auch zurückbekommt. Also ich glaube, ich bin auch ein besserer Wissenschaftler geworden durch die Fragen, die mir da gestellt worden sind. Nicht nur jemand, der seine Wissenschaft in wissenschaftlichen Publikationen besser verkaufen kann, sondern der noch klarer über die Dinge nachdenkt manchmal und vielleicht auch manchmal noch präziser Dinge erfasst, einfach weil mir die richtigen Fragen gestellt worden sind. Also meine Erfahrung ist, dass man in der Wissenschaftskommunikation, wenn man sich die richtigen Formate sucht, auch sehr differenziert vorgehen kann. Und ich glaube, das ist das, was wir als Wissenschaftlerinnen einspeisen können in Debatten, die oft etwas undifferenziert geführt werden. Und das gilt auch zur Debatte über die Debatte zu Verschwörungstheorien, die in der deutschen Öffentlichkeit sehr viel bestimmt wird von Leuten, die nicht unbedingt immer den besten wissenschaftlichen Hintergrund haben, die oft auch, und das will ich gar nicht verurteilen, das ist oft auch sehr berechtigt, einen aktivistischen Hintergrund haben, aber deshalb die Dinge vielleicht manchmal nicht so gut einordnen können, wie man das kann, wenn man eine vergleichende historische Perspektive hat, wie ein Amerikanist, der weiß, dass das bei den Puritanern schon rumschwirrt, dass George Washington und Abraham Lincoln auch an diese Dinge geglaubt haben und der jetzt ein Projekt leitet, in dem es auch um Ungarn und Polen geht, wo man sieht, da geht es also noch viel fürchterlicher zu in diesen Kontexten. Und insofern sehe ich meine Rolle in der Kommunikation zu Verschwörungstheorien auch wirklich als eine, die versucht, eine Mitte zu finden zwischen dem Amusement und der Sorglosigkeit, die die Debatte vor ein paar Jahren bestimmt hat. Die Frage, warum glauben das die Amerikaner? Und dem Alarmismus, der manchmal in den letzten Monaten in der deutschen Öffentlichkeit geherrscht hat, was dieses Thema angeht, wo man ja schon das Gefühl hatte, Verschwörungstheorien breiten sich noch schneller aus als das Virus selbst. Und ich möchte das veranschaulichen in den letzten fünf Minuten dieses Vortrags an zwei Missverständnissen zum Thema. Das eine ist eine aus Sicht der internationalen, aber auch der deutschen Forschung einigermaßen absurde Debatte zur Terminologie, Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählungen. Der Spiegel ist dazu übergegangen, nur noch von Verschwörern oder Verschwörungsanhängern zu schreiben. Dabei ist sich die Wissenschaft einig, man sollte das Ganze Verschwörungstheorien nennen. In diesem Netzwerk, wo wir uns im Hotel de Bilderberg getroffen haben, waren 160 Forschende aus 40 Ländern beteiligt. In jeder Sprache gibt es eine direkte Entsprechung zum deutschen Verschwörungstheorien. Nur im Deutschen wird eine Debatte über die Begrifflichkeit geführt. Die Einsicht, dass wir Deutschen historisch so viel klüger sind als andere, hat sich historisch nicht als tragfähig erwiesen. Und das sollte uns skeptisch machen. Und wenn wir die analytische Philosophie fragen, diejenigen, die es mit den Definitionen am genauesten nehmen, dann erfahren wir, dass Theorien Versuche sind, Wissen über die Welt zu generieren, auf der Grundlage miteinander verknüpfte Annahmen. Sätze würde die analytische Philosophie sagen. Und die Grundannahmen der verschwörungstheoretischen Welterklärung kann man ganz gut zusammenfassen. Nichts ist wie es scheint, nichts geschieht durch Zufall und alles ist miteinander verbunden. Ob diese Annahmen sinnvoll sind, das Wissen, das auf Grundlage dieser Annahmen generiert wird, ein sinnvolles Wissen ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt und spielt für die Debatte erstmal keine Rolle. Ich mag den Begriff Verschwörungstheorie aber auch, weil er den Graben zwischen denen, die an diese Theorien glauben und denen, die es nicht tun, nicht noch größer werden lässt, als er eh schon ist, weil man eben anerkennt, dass es auf beiden Seiten darum geht, die Welt zu erklären, wohingegen der Begriff Verschwörungserzählung, so wie er in der Öffentlichkeit verwendet wird, impliziert, die haben die Erzählung, wir haben die Wahrheit, der Begriff Verschwörungsideologie impliziert, die haben die Ideologie, wir haben die reine Erkenntnis und der Begriff Verschwörungsmythos impliziert, die haben den Mythos, wir haben den Logos. Und ganz so einfach ist es nicht immer, auch wenn natürlich Verschwörungstheorien hochproblematisch sein können, das wissen wir alle, das muss ich Ihnen nicht erklären, und fürchterliche Konsequenzen haben können. Ich wollte Ihnen auch mal ganz untypisch für den Geisteswissenschaftler ein paar Zahlen mitbringen, weil ja der Eindruck besteht, Verschwörungstheorien greifen irre um sich. Es gibt bei der Psychologie den Versuch, Verschwörungs-, eine sogenannte Verschwörungsmentalität zu messen. Man kann da sehr viel dazu sagen aus der Perspektive der qualitativen Forschung, ob das sinnvoll ist und was die Schwäche solcher Studien ist, da wird immer mit sehr allgemeinen Aussagen operiert. Aber über die letzten Jahre hatten wir da relativ konstant so eine Zustimmung teilweise oder voll von ungefähr einem Drittel, zum Beispiel in der Mitte-Studie der Ebert-Stiftung von 2018-19. Wir haben seitdem eine ganze Reihe von Studien gesehen, die Leipziger Autoritarismus-Studie oder auch die neueste Ausgabe der Mitte-Studie, die eigentlich 2021 ist und nicht 1920, wie hier fälschlicherweise steht, die zeigen, Verschwörungstheorien haben zahlenmäßig in der Pandemie auf gar keinen Fall zugenommen in Deutschland. Sie haben, wenn überhaupt, zahlenmäßig abgenommen. Das heißt nicht, dass sie unwichtiger geworden sind, das heißt nicht, dass sie immer mehr instrumentalisiert werden, aber es heißt, dass man sich die Frage stellen muss, warum sie denn so viel sichtbarer geworden sind und warum denn zum Beispiel die Dinge uns so vorkommen. Ich hatte heute Morgen meinen Kurs mit den Master of Education Studierenden, einen Examenskurs wo wir uns im ersten Teil quasi die Grundlagen der Literaturanalyse wiederholen und der Filmanalyse und im zweiten Teil uns beschäftigen mit der Frage, was kann man denn gegen Verschwörungstheorien in der Schule tun. Und da haben wir darüber reflektiert, warum das denn so ist, dass uns das so vorkommt. Das kann man eigentlich ganz leicht erklären. Das hat, glaube ich, drei Gründe. Der eine Grund ist, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben und ohnehin schon dazu neigten, vermutlich in den letzten 15 Monaten etwas intensiver geworden sind in ihren Vorstellungen. Man darf sich den Glauben an Verschwörungstheorien nicht vorstellen als etwas, was an oder aus ist, was man hat oder was man nicht hat, was schwarz oder weiß ist, sondern man muss sich das als so ein Kontinuum vorstellen. Und viele Leute, die ohnehin schon so eine Neigung dazu hatten, sind vermutlich so ein, zwei Stufen weiter in Richtung verschwörungstheoretischer Pool gerückt und werden deshalb auch etwas lauter in dem, was sie sagen. Der zweite Grund ist, dass es immer noch die Fehleinschätzung gibt, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, irgendwie psychisch krank sind und nicht anhalten können, ständig darüber sprechen wollen. Das stimmt nicht. Das wissen wir aus Jahrzehnten interdisziplinärer Forschung mittlerweile. Die meisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, die haben vielleicht das Gefühl, dass sie einen Macht- und Kontrollverlust erlitten haben. Die haben vielleicht das besondere Bedürfnis, Ambivalenzen ganz stark auflösen zu müssen, aber die sind nicht in irgendeinem Sinne psychisch krank. Und die wissen ganz genau, dass diejenigen um sie herum im Normalfall nicht an das glauben, was sie glauben, haben aber durchaus ein Interesse daran, am Arbeitsplatz, beim Sport, im Chor nicht ständig anzuecken oder auch in der Familie ständig anzuecken und halten deshalb den Mund und reden da nicht unbedingt darüber. Und man kann ja diese Themen oft auch vermeiden. Familien sind großartig darin, strittige Themen zu vermeiden, zumindest bis die Feier einigermaßen fortgeschritten ist und dann kann man es auch ganz schnell wieder unter den Tisch kehren. Selbst ein Thema wie Impfen. Wenn es jetzt aber darum geht, können wir uns überhaupt treffen? Wo können wir uns treffen? Zu welchen Bedingungen können wir uns treffen? Dann kommen diese Sachen natürlich nach oben. Und deshalb der Eindruck, den ganz viele von uns ja hatten im Freundeskreis, im Bekanntenkreis in den letzten Jahren, da sind auf einmal Menschen, die an Corona-Verschwörungstheorien glauben, denen hätte ich das nie zugetraut. Vermutlich haben die schon vorher an andere Verschwörungstheorien geglaubt. Man wusste es nur nicht, weil sie nicht drüber gesprochen haben. Und der dritte Grund, das Bedrohungsszenario der Verschwörungstheorien hat sich etwas geändert durch Corona. Einerseits sind Corona-Verschwörungstheorien überhaupt nichts Neues. Die werden nämlich einfach angebaut an bereits existierende Verschwörungstheorien. Es gab schon vorher Verschwörungstheorien zum Impfen, zum großen Austausch, zur angeblichen Abschaffung des Bargeldes, zur angeblichen Abschaffung unserer Menschenrechte und Grundrechte, zu 5G und so weiter und so fort. Und Corona wird jetzt nach dem Baukastenprinzip als letzte Strategie der Bösen im Hintergrund, wer auch immer die sein mögen, da dran gebaut. Dadurch aber ändert sich das Bedrohungsszenario der Verschwörungstheorie. Denn die Bedrohungsszenarien vieler Verschwörungstheorien sind oft einigermaßen abstrakt. Wenn Sie meinen, begriffen zu haben, dass die Twin Towers in New York am 11. September 2001 von den Amerikanern selbst gesprengt wurden, dann können Sie sich abends beruhig schlafen legen und am nächsten Morgen aufstehen, zur Arbeit gehen, vielleicht vorher noch Ihre Kinder zur Schule bringen, mittags in die Kantine gehen, Ihre Kinder abholen, mit denen in die Stadt gehen, abends zum Sport gehen und abends danach dann vielleicht noch mit Freunden grillen. Die Verschwörungstheorie hat keinen unmittelbaren Einfluss auf Ihr Leben. Wenn Sie meinen, begriffen zu haben, dass Corona Lug und Trug ist und es das Virus entweder gar nicht gibt oder es komplett harmlos ist, also das, was sich in Deutschland durchgesetzt hat an Verschwörungstheorie, dann werden Sie quasi jede Minute Ihres Wachentages daran erinnert. Sie können vielleicht gar nicht zur Arbeit gehen, Ihre Kinder gehen nicht zur Schule, Sie gehen garantiert nicht in die Kantine, Sie gehen garantiert nicht zum Sport, jedenfalls über lange Phasen des letzten und dieses Jahres. Und Sie haben das Gefühl, die Verschwörung möchte mir selbst ans Leder. Und dann werden Sie natürlich entsprechend emotionalisiert und mobilisiert und dann gehen Sie auf die Straße und protestieren, dann reden Sie mit Ihren Nachbarn darüber und so entsteht der Eindruck, dass das unfassbar zugenommen hat. Dabei hat es de facto nicht zugenommen. Ich bin mir nicht sicher, dass es abgenommen hat. Ich habe ein gewisses Misstrauen als qualitativ arbeitender Wissenschaftler gegenüber diesen quantitativen Studien, weil das oft so ein bisschen vage ist und die Zahlen doch immer so ein bisschen divergieren. Aber es hat garantiert nicht zugenommen. Und insofern ist meine Hoffnung und man soll ja immer hoffnungsfroh enden. Draußen scheint die Sonne, der Saal erstrahlt hier ein bisschen, dass wenn Corona irgendwann vorbei ist, genug Leute geimpft sind, die Maßnahmen aufgehoben sind und wir zu einem normalen Leben zurückkehren, dass dann Corona Verschwörungstheorien das vorletzte Kapitel dieser großen Verschwörungstheorien werden und man sich nicht mehr ständig dazu positionieren muss und im Alltag auch wieder anders miteinander umgehen kann. Und ich mich als jemand, der sich auch ganz stark für Dinge interessiert, für sich die Öffentlichkeit nicht interessiert, wieder Dinge zuwenden kann, zu denen ich nicht ständig interviewt werde. Auch wenn ich es vermissen werde, wenn ich einen Hustenanfall habe im bayerischen Innenministerium, dass mir dann große TV-Stars ein Hustenbonbon reichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz ganz herzlichen Dank für einen brillanten Vortrag, der uns beweist, dass Sie jede Bühne nutzen können, um die Problematik, die Sie aufgerissen haben, zu kommunizieren. Ich hätte zwei Vorschläge, wie wir jetzt richtige Verschwörungstheorien an der Universität in Gang setzen können. Das eine wissen Sie garantiert nicht. Ich habe im Jahr 2001, 2002 eine Summerschool mit Kollegen aus USA, Russland und Weißrussland, Belarus durchgeführt, über Cold War Films und Politics. Und es ist unglaublich. Ich habe damals den Begriff Verschwörungstheorie gar nicht am Horizont gehabt. Aber Sie kennen vielleicht einige dieser Filme. Irgendwelche Aliens oder Chinesen oder Russen fallen in eine amerikanische Kleinstadt ein, bauen den Leuten das Gehirn aus, schaffen ein anderes Gehirn in den Kopf und so weiter und so fort. Aber mit Viren und ähnlichen Dingen wurde hantiert, um jeweils das politische Gegenbild den Antagonisten im Kalten Krieg zu dämonisieren. Und es war ein brillantes Thema. Wir haben eine fantastische Diskussion über 14 Tage mit Doktoranden gehabt, über Dinge, die Ihnen wahrscheinlich nahegelegen wären. Man könnte jetzt natürlich die Verschwörungstheorie in die Welt setzen, dass ich dafür gesorgt hätte, dass genau so ein Typ mit solchen Interessen nach Tübingen berufen wurde. Ich kann versichern, auch das Dementi ist natürlich schon wiederum problematisch für Verschwörungstheoretiker. Ich kann versichern, dass ich keine Finger drin hatte bei der Berufungsliste. Aber nichtsdestotrotz, es gibt solche Dinge, die vielleicht gerade für Amerikanisten durchaus spannende sind, weil natürlich in Amerika von Washington bis in die Gegenwart Verschwörungstheorien immer schon ständig Hochzeit hatten. Der zweite Impuls wäre, und das wäre ein richtiges Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker. Wenn Sie sich jetzt auf meine Nachfolge bewirben und dann auch noch gewählt würden, dann hätten wir eine satte Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt, denke ich. Lieber Herr Butter, Sie müssen sich diese zwei Impulse jetzt nicht zu Herzen nehmen. Und von daher freue ich mich, dass Sie wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen mehr ganz prominent in der Amerikanistik Ihre Themen traktieren werden. Und ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind gerade in der Zeit. Tausend, tausend Dank und nochmals Applaus. Und Sie haben diesen Preis, wie auch unsere weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die den Nachwuchskreis erhalten haben, verdient. Und tausend Dank für eine wunderbare Präsentation. Alles, alles Gute. Und ich glaube, die Regie übernimmt... Ja, das tun wir. Auch von unserer Seite aus herzlichen Glückwunsch an alle Preistragenden des diesjährigen Tübinger Preises für Wissenschaftskommunikation. Wir sind schon ganz gespannt, wer im kommenden Jahr mit dabei ist. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, bevor es mit dem nächsten Programmpunkt weitergeht. Eine schöne Gelegenheit, uns ein wenig auf das nächste Exzellenzcluster einzustimmen. Dazu haben wir einen kleinen Beitrag zum Thema Künstliche Intelligenz vorbereitet. Ich bin, wie du gerade schon sagtest, am epigenetischen Regulierungsstand. Und vor mir habe ich hier ganz viele spannende Sachen. Und das sieht wirklich sehr farbig aus. Also von Rot zu Blau und Gelb. Neben mir steht die Frau Gabriele Schweikert. Und sie gehört eben auch zum Cyber Valley. Und ich sehe schon, du hast was ganz Spannendes in der Hand. Was ist es denn? Ja, ich habe ein Stückchen DNA in der Hand. Also es ist ein zwei Meter langer Faden. Ganz klar als DNA zu erkennen, würde ich sagen. Die DNA ist natürlich in unserer Zelle sehr dicht gepackt. Und da ist es sehr schwierig, bestimmte Stellen wiederzufinden. Also wenn man sich das vorstellt, da ist gespeichert ungefähr so viel wie 900 Bücher. Da ein einziges Wort zu finden, ist kompliziert. Und da hat die Zelle einige Taschenspielertricks. Und darum geht es eigentlich bei Epigenomik. Und das versuchen wir besser zu verstehen. Es ist also DNA und Zelle. Und ich sehe schon, hier ist etwas ganz Spannendes vor uns. Was ist es denn? Was kann ich mir darunter vorstellen? Eine ist, dass die DNA um sogenannte Histonproteine gewickelt ist. Das sieht man hier sehr schön. Also wir sehen zwei Histone und darum ist die DNA gewickelt. Und dadurch, dass die DNA hier so rumgewickelt ist, sind bestimmte Abschnitte der DNA gar nicht so leicht zugänglich. Aber die Zelle hat da auch wieder Techniken entwickelt, dass sie da rankommt. Und zwar kann man diese Proteine modifizieren, verändern. Das macht die Zelle selber dynamisch. Und wenn sie die richtige Kombination an das richtige Muster legt, dann kann man diese Histone öffnen, also auseinanderschieben. Du kannst es gerne mal probieren, ob du es gleich schaffst. Ja, gerne. Es geht, es passt. Danke schön. Aber ich werde dann halt einfach mal probieren, was man hier so machen kann. Also ich sehe schon, Dreieck muss bestimmt ins Dreieck. Ganz richtig, genau. Und hier, das Quadrat machen wir mal da hin und den Kreis machen wir hier hin. Und? Okay. Funktioniert das schon? Oder? Ne, es ist noch gesperrt. Es ist gesperrt, okay. Also ich soll jetzt einfach weitermachen, bis es dann entsperrt ist. Noch mal was anderes ausprobieren vielleicht. Vielleicht hier, hier und da. Klappt es jetzt? Ne, immer noch nicht. Leider Pech gehabt. Jetzt kriegst du doch leider keine Schokolade für dich. Mann, okay. Ich probiere es noch mal. Hier und so vielleicht. Das schaut schon ganz gut aus. Aha. Das muss ich zugeben. Jetzt probieren wir es mal. Ich glaube, das geht. So gehen die beiden Histone auseinander. Okay. Und man kommt also an die DNA ran. Und in dem Fall haben wir hier auch noch zwei Aufkleber herangemacht, damit man sieht, dass man hier wirklich was sehen kann, was vorher verborgen war. Und was kann man da jetzt wirklich, also was kann man da jetzt machen? Wozu kann man dann die DNA aufspalten in dem Fall? In welchen Fällen? Also die DNA macht das ganz natürlich, also in jeder Zelle. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Das kann man vielleicht hier ganz kurz sehen. Ja, wir laufen mal rüber und schauen, was es hier so Spannendes zu sehen gibt. Ja. Vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen, aber hier ist ein Chromosom und ein Ausschnitt von einem Chromosom. Und man sieht hier Bereiche, die sehr, die roten Bereiche, da ist die DNA extrem dicht gepackt. Hingegen sind in den blauen Bereichen die DNA etwas offener. Man kann sich da vorstellen, dass die Histone vielleicht ein bisschen weiter auseinander sind. Und dadurch kann der genetische Code in den blauen Bereichen leichter abgelesen werden. Und genetische Programme, die hier gespeichert sind, werden leichter zugänglich. Also das ist jetzt stark vereinfacht gesagt. Aber so kann man sich das vorstellen. Und das spielt natürlich eine ganz große Rolle, wenn man sich überlegt, wie die verschiedenen Zellen ihre ganz verschiedenen Funktionen und Formen annehmen können. Weil sie haben ja alle dieselbe DNA, dieselbe genetische Anweisung. Und in welchen Fällen wird das denn dann explizit auch verwendet? Also wenn man dann die Möglichkeit hat, wofür wird das verwendet? Wofür braucht man das? Also was wir wissen ist, dass zum Beispiel in verschiedenen Tumorzellen diese epigenetischen Muster sich ganz stark verändert haben. Und das bedeutet, dass diese Zellen auch ihre Identität verloren haben und auf einmal wieder anfangen sich zu teilen. Also ein Programm, das sie eigentlich hätten ausschalten müssen, ist wieder angeschaltet. Und wir wissen, dass die Proteine, die diese Muster, so wie du das gemacht hast, wie du dieses Muster gefunden hast und gelegt hast, wenn die Proteine, die das machen, Veränderungen haben, dann ist es auch häufig ein Indiz dafür, dass es sich um eine Tumorzelle handelt. Und wir versuchen natürlich diese Muster besser zu verstehen. Und langfristig würde das auch bedeuten, dass man da vielleicht frühzeitige Tumormarker entwickeln kann oder sogar mit CRISPR-Cas9 auch das Epigenom editieren kann, verändern kann und ganz spezifisch eingreifen kann auf die Bereiche, die verändert worden sind. Aber dafür muss man erstmal die Muster verstehen. Und die sind höchst komplex und da hilft uns maschinelles Lernen dabei. Okay. Das heißt, es wäre in der Zukunft möglich, hoffentlich dann auch wirklich solche Krankheiten eben wie den Krebs zu heilen vielleicht, wenn man dann an die DNA kommt? Zuerst wollen wir es mal verstehen, was die Prozesse sind, was die Ursachen sind, auch verstehen, was in einer gesunden Zelle eigentlich, wie die Mechanismen funktionieren. Aber dann, ich glaube, langfristig sind da tatsächlich Möglichkeiten, sowohl was Marker angeht, als auch Therapiemöglichkeiten, die sich da bieten können. Okay, gut. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich zu verstehen. Ja, im Beitrag klang es schon ein bisschen durch. Der dritte und letzte Exzellenzcluster, mit dem wir uns jetzt beschäftigen möchten, ist der Exzellenzcluster Maschinelles Lernen. Dieser Exzellenzcluster hat sich zum Ziel gesetzt, das Potenzial des maschinellen Lernens für die Wissenschaft zu erschließen, von den Naturwissenschaften bis hin zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Fragestellungen, in denen sich viele wissenschaftliche Disziplinen überschneiden. Mehr als 50 Clustermitglieder und ihre Gruppen forschen in Tübingen zu Themen des maschinellen Lernens und dessen Schnittstellen zu verschiedenen Wissenschaften. So untersuchen Machine Learning Experten etwa gemeinsam mit Polarforschern, wie sich die Modelle zu Eisbewegungen in der Antarktis verbessern lassen. Und in Kooperation mit Medizinern entstehen neue Ansätze und Methoden zur Verbesserung der medizinischen Bildanalyse. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem auch Algorithmen, die es uns ermöglichen, komplexe Strukturen und Zusammenhänge in wissenschaftlichen Daten besser zu erkennen und auf innovative Weise zu analysieren. Fest steht, neue Technologien auf der Basis maschinellen Lernens werden nicht nur unsere Alltagswelt, sondern auch die Wissenschaft in den nächsten Jahrzehnten spürbar verändern. Unsere Forscherinnen und Forscher untersuchen deshalb nicht nur, wie mit Hilfe von maschinellem Lernen neue wissenschaftliche Entdeckungen ermöglicht und beschleunigt werden können. Sie fragen auch nach den Auswirkungen und Grenzen, die damit verbunden sind. Und sie untersuchen in philosophischer und wissenschaftsethischer Perspektive, welche Hintergründe das hat. Es geht darum, die Chancen des maschinellen Lernens so umfassend und zuverlässig wie möglich zu verstehen, anzuwenden und zu reflektieren. Einige Blicke auf mögliche Anwendungsbeispiele haben wir in einem kurzen Einspieler nochmals für Sie eingefangen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Für den Vortrag schalten wir jetzt in den Tübinger Kupferbau, wo meine Kollegin Theresa Autaler übernimmt. Hallo Theresa, wie ist die Science Day Stimmung bei euch? Hi. Gut geht's uns. Bei uns im Saal ist es schön kühl. Ich hoffe, das hilft uns jetzt allen auch, dass wir uns gut konzentrieren können auf den nächsten Vortrag. Der kommt von Dr. Christian Baumgartner vom Exzellenzcluster Maschinelles Lernen – Neue Perspektiven für die Wissenschaft. Christian Baumgartner nimmt uns jetzt mit in die Welt der medizinischen Bilder. Es geht also zum Beispiel um Ultraschallbilder von Föten im Mutterleib oder auch um Bilder vom Körper aus der Kernspintomographie. In seinem Vortrag wird es darum gehen, wie gut eigentlich inzwischen künstliche Intelligenz, also Algorithmen des maschinellen Lernens, darin sind, solche Bilder zu analysieren und darin zum Beispiel Krankheiten oder Fehlbildungen zu erkennen. Kurz noch zum Prozedere hier bei uns im Saal. Wir haben hier überall so Karteikarten ausgelegt und Kugelschreiber. Wir möchten euch also bitten, während des Vortrags schon mal nachzudenken, ob euch ein paar Fragen einfallen und die dann auch auf die Karten zu schreiben. Wir sammeln die später ein. Und für unser Publikum zu Hause im Netz, Sie schreiben bitte Ihre Fragen in den Chat bei YouTube oder per E-Mail an veranstaltungen-at-uni-tübingen.de. Und jetzt wünsche ich viel Freude mit dem Vortrag von Dr. Christian Baumgartner mit dem Titel Herausforderungen und Chancen von KI in der medizinischen Bildgebung. Super, vielen Dank für die Einleitung. Wie Frau Altaler schon gesagt hat, werde ich Ihnen heute etwas über den Einsatz von KI in der medizinischen Bildgebung erzählen. Insbesondere will ich die Fragen beantworten. Was kann die Technologie bereits? Was kann die Technologie noch nicht? Und wie sieht eine Zukunft mit KI aus? KI, künstliche Intelligenz, wird ja oft als eine Technologie der Zukunft betrachtet. Aber künstliche Intelligenz transformiert bereits jetzt unsere Gesellschaft. Zum Beispiel benutzt der Fahrspurassistent in Ihrem Auto möglicherweise schon KI. Wenn Sie kürzlich mal in ein fremdes Land gereist sind oder einen Text übersetzen mussten, dann wissen Sie KI-gestützte Übersetzungssoftware zu schätzen. Wenn Sie mit Ihrem Smartphone ein Bild aufnehmen, dann läuft einem Hintergrund KI, welches das Bild verbessert und das Rauschen vermindert. Und sogar in der Landwirtschaft wird schon KI eingesetzt, um automatisch zu erkennen, wenn Felder bewässert werden müssen und um Pflanzenkrankheiten zu erkennen. Sie sehen also, KI beeinflusst jetzt schon viele Aspekte unserer Gesellschaft. Wie sieht es da im Bereich des Gesundheitswesens aus? Wird vielleicht Ihr nächster Arztbesuch schon bald bei einer KI sein? Und die Frage ist, wie Sie sich vielleicht schon denken, natürlich nein. Aber um zu erklären, warum, will ich kurz dieses Konzept von allgemeiner und enger KI vorstellen. Die allgemeine KI, das ist das, was sich viele Leute unter dem Begriff KI vorstellen. Das ist ein System, das selbstständig denkt, das rationale Überlegungen machen kann und das vielleicht sogar irgendeine Form von Persönlichkeit besitzt. Und auch wenn das in den Medien manchmal so dargestellt wird, diese Form von KI gibt es im Moment noch nicht. Und wir werden auch technisch lange noch nicht in der Lage sein, so etwas umzusetzen. Dem gegenüber steht diese enge KI. Die wird so genannt, weil sie eben nur ganz eng definierte Probleme lösen kann. Hierzu ein Beispiel. Zum Beispiel gibt es schon seit vielen, vielen Jahren KI, die Schachgroßmeister in einem Schachspiel besiegen kann. Aber es gibt keine KI, die sich aus einem Bücherregal ein Schachspiel rausnehmen kann, dieses irgendwo ausbreiten und dann die Schachfiguren richtig aufstellen. Und obwohl das eigentlich kleine Kinder schon erlernen können, gibt es keine KI, die so etwas kann. Lassen Sie mich Ihnen ein zweites Beispiel aus der Medizin geben. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Ihrer Hausärztin. Sie haben zum Beispiel hohes Fieber und Husten. Und was macht die Ärztin? Die macht zuerst mal eine Anamnese. Das bedeutet, sie fragt sie nach ihren Symptomen. Sie beurteilt ihr allgemeines Erscheinungsbild. Dann ordnet sie vielleicht Untersuchungen an. Jetzt in diesem Fall vielleicht einen Corona-Test. Dann, wenn die Ergebnisse von diesem Test zurück sind, verbindet sie die Ergebnisse der verschiedenen Tests und verbindet die Ergebnisse auch mit ihrer Krankheitsgeschichte und verschreibt dann eine Therapie. Jetzt vielleicht in diesem Fall viel Flüssigkeit und ein Schmerzmittel. Und vielleicht bemerkt sie auch gleich noch so nebenbei, dass sie an der Backe ein Muttermal haben, das sie noch nie bemerkt hat. Dann nimmt sie sich noch das Dermatoskop und schaut das auch noch kurz an und entscheidet dann, ob weitere Abklärungen nötig sind oder nicht. Das alles kann die enge KI nicht, außer dem letzten Schritt, den ich erwähnt habe. Die enge KI ist nämlich extrem gut, diese ganz engen Probleme zu lösen, wie zum Beispiel gutartige von veränderten Muttermalen zu unterscheiden. Dazu werden der KI in der Regel Tausende, sogar Hunderttausende von Bildern gezeigt, von denen man schon weiß, ob das ein normales oder ein verändertes Muttermal ist. Aus diesen Bildern kann dann die KI Muster ableiten und dieses Muster kann sie dann auf ein neues Bild, das sie noch nie zuvor gesehen hat, anwenden. Genau, also fassen wir kurz zusammen. Also eine enge künstliche Intelligenz, die lernt aus großen Datenmengen Muster zu erkennen. Sie kann diese Muster auf neue Daten anwenden, macht aber keine komplexen Überlegungen, so wie ihre Hausärztin. Sie sehen also, die KI wird ganz bestimmt keine Allgemeinmediziner ersetzen, aber sie hat extrem großes Potenzial für diese engen Anwendungen. Das größte Potenzial meiner Ansicht besteht in diesen Medizinzweigen, die sich mit Mustern beschäftigen. Das sind einerseits die Dermatologie, die ich ja schon erwähnt habe, andererseits die Radiologie, die sich damit beschäftigt, in den Körper hineinzublicken und auf Bildarten wie Röntgenbildern oder Magnetresonanz-Tomografiebildern Muster zu erkennen oder auch die Histopathologie, die sich damit beschäftigt, Gewebeproben unter dem Mikroskop anzuschauen, digital abzulichten und dann die Zellstrukturen, die man da sieht, zu analysieren, zum Beispiel um zu schauen, ob das Gewebe krebsartig ist oder gesund. Ich nenne jetzt mal die Ärzte, die sich mit dieser Art von Bildern beschäftigen, für diesen Vortrag Musterärzte. Das ist jetzt nicht, weil die so vorbildhaft sind, sondern eben, weil die sich halt alle mit Mustern beschäftigen. Ich selbst hatte zum ersten Mal Kontakt mit medizinischen Bildern in meinem Studium. Ich habe eigentlich Elektrotechnik studiert, aber während einer Projektarbeit konnte ich mit medizinischen Bildern arbeiten und das hat mich einfach von Beginn an fasziniert, dass man in den Körper hineinblicken kann, ohne ihn aufzuschneiden und das fasziniert mich nach wie vor. Sie sehen hier ein Bild, das habe ich während meiner Dissertation aufgenommen. Das ist ein Magnetresonanz-Tomografie-Bild von mir selbst. Sie sehen hier links einen solchen Schnitt, dann hier einen solchen Schnitt und hier noch zwei weitere Schnitte, so und so. Wenn wir jetzt das laufen lassen, Sie sehen eigentlich, Sie können mir jetzt beim Atmen zuschauen, währenddem ich hier vor Ihnen stehe. Ich finde das nach wie vor einfach super, dass das technologisch möglich ist. Während meiner Dissertation wurde dann auch künstliche Intelligenz immer mehr zu einem Thema und das hat mich dann auch motiviert zu erforschen, wie KI halt auf solche Bilder angewertet werden kann. Es stellt sich die Frage, wozu brauchen wir überhaupt KI in der medizinischen Bildanalyse? Weil die Ärzte, die können das ja grundsätzlich schon. Und ein großer Vorteil von KI ist, dass es uns erlaubt, Bilder viel effizienter zu verarbeiten. Dazu ein paar Statistiken. In Deutschland sind zwischen 2007 und 2017 die Anzahl der aufgenommenen MRT-Bilder um 80% gestiegen, allerdings die Anzahl der Ärzte nur um 20%. Sie sehen, da ist also ein Mismatch. In Großbritannien, da werden etwas genauere Statistiken erhoben. Da kam eine Studie zum Schluss, dass im Jahr 2023, das bedeutet eigentlich schon in zwei Jahren, fast 2000 Radiologen fehlen werden. Und das steht 6000 Radiologen gegenüber, die es dann geben wird, circa. Das entspricht einem Mangel von circa 30%. Das ist ein großer Mangel. Und KI kann eben diese Lücke füllen. Sie kann diesen Radiologen, die es halt gibt, erlauben, mehrere Bilder effizienter zu verarbeiten. KI kann auch helfen, Fehler zu vermeiden. Sie sehen hier zum Beispiel auf der rechten Seite ein Histopathologie-Bild von einer Brustgewebeprobe. Unten links sehen Sie gesunde Zellen und oben rechts sehen Sie veränderte Zellen. Und die Aufgabe des Pathologen ist es jetzt, für seine Gewebeprobe zu schauen, ob da halt krebsartiges Gewebe drin ist oder nicht. Jetzt ist eine Studie zum Schluss gekommen, dass in 25% der Fälle sich Pathologen uneinig sind über die Diagnose von Brustkrebs. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist in vielen Medizinzweigen der Fall. Und das ist sehr problematisch, weil diese Diagnosen, die werden verwendet, um die weitere Therapie zu bestimmen. Das heißt, wenn die Diagnose falsch ist, kann da großer Schaden für den Patienten entstehen. Eine andere Studie kam zum Schluss, dass ein Pathologe, der ein KI-Tool benutzt, seine Fehlerrate um 85% reduzieren kann. Sie sehen, auch hier ist ein großes Potenzial, wie wir mit KI die Medizin besser machen können. Lassen Sie mich ein Beispiel aus unserer eigenen Forschung vorstellen. Sie sehen hier vor sich ein Ultraschallbild von einem Baby. In vielen Ländern, wie auch in Deutschland, ist es so, dass nach 20 Wochen Schwangerschaft ein großer Check-up gemacht wird, bei dem alle Aspekte des Kindes untersucht werden. Also es wird von Kopf bis Fuß geschaut, ist das Kind gesund. Und es werden auch viele Messungen gemacht, zum Beispiel den Bauchumfang, den Kopfumfang. Und das gibt dann auch Aufschluss darüber, ob die Schwangerschaft normal im Verlauf ist oder nicht. Jetzt ist es so, dass es auch da ganz viele Unsicherheiten und Fehler gibt. Aber zunächst mal eine kurze Frage ans Publikum. Also wir sehen hier einen 2D-Schnitt durch das Kind. Aber die Frage ist, was sehen wir eigentlich genau? Welcher Teil vom Baby ist hier abgelichtet? Sie können es einfach nach vorne rufen, wenn Sie eine Idee haben. Ja, der Schädel wurde gesagt. Aber das ist tatsächlich der Mund, den wir hier sehen. Das ist die untere Lippe, die obere Lippe und das ist die Nasenspitze. Und das drumherum, das ist Gewebe von der Mutter. Sie sehen also, diese Bilder sind extrem schwierig auszuwerten. Was noch erschwerend dazu kommt, ist, dass das Kind in diesem Alter nur etwas so groß ist wie eine Paprika und gewisse Organe nur etwas so groß wie eine Kirsche, wie zum Beispiel das Herz. Das heißt, es ist für den Arzt oder die Ärztin eine extrem schwierige Aufgabe, da die richtige Ebene mit dem Ultraschallgerät zu finden. Und das führt dann halt zu Messungen auch, die ungenau sind. Und das kann die Eltern verängstigen, kann aber auch zu falschen Behandlungen führen oder zu einer falschen Sicherheit, dass die Schwangerschaft normal am Verlaufen ist. Um diesen Prozess zu verbessern, haben wir zur Unterstützung der Ärzte und Ärztinnen ein KI-System entwickelt. Es handelt sich sogar um eine Verbindung von zwei KI-Systemen. Das erste System geht über diese Bilder drüber und sagt, was zu sehen ist. Hier unten sehen Sie die Vorhersage. Das ist eine abdominale Ansicht. Das bedeutet eine Bauchansicht. Und sobald die richtige Ansicht gefunden wurde, kommt eine zweite KI ins Spiel, die dann eine Messung durchführt. Jetzt in diesem Fall ist die Messung der Bauchumfang. Und auf diese Weise ist es eben möglich, diese Messungen reproduzierbarer und genauer zu machen und es den Ärzten zu erlauben, diese Daten schneller zu verarbeiten. Möglicherweise das größte Potenzial von KI ist es, uns zu erlauben, Dinge in medizinischen Bildern zu sehen, die die Ärzte gar nicht erkennen können. Das heißt, neues klinisches Wissen zu gewinnen. Wir sehen hier auf der rechten Seite ein sogenanntes Fundusbild. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als mit einer Kamera ins Auge rein fotografiert und ein Abbild der Netzhaut gemacht. Und diese Bilder, die werden normalerweise verwendet, um Augenkrankheiten zu diagnostizieren. Es hat sich aber herausgestellt, dass eine KI auf solchen Bildern auch das Alter eines Patienten erkennen kann und sogar das Risiko, dass ein Patient ein schwerwiegendes kardiovaskuläres Ereignis sowie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall erleiden wird in den nächsten fünf Jahren. Und solche Bilder können sogar dazu verwendet, Alzheimer früh zu diagnostizieren. Und der springende Punkt ist, das können Ärzte alles nicht. Das kann wirklich halt nur die KI. Sie sehen das großes Potenzial. Vielleicht wird es schon bald neue diagnostische Möglichkeiten geben. Vielleicht, wenn Sie das nächste Mal eine Brille anpassen, bekommen Sie gleich noch einen Gesundheitscheck auf diese Weise. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Beispiele gegeben, wie KI die Medizin unterstützen kann. Und vielleicht erstaunt es Sie zu hören, dass KI in den wenigsten Spitälern und Praxen tatsächlich schon benutzt wird. Die Frage ist, warum ist das so? Ein Grund ist, dass die Medizin natürlich ein mit starken Risiken behafteter Anwendungsbereich ist. Die KI soll ja nichts Falsches vorhersagen. Und wenn sie doch etwas Falsches vorhersagt, soll der Fehler zumindest erkennbar sein. Und deswegen müssen diese Algorithmen wie auch Medikamente und medizinische Geräte auf Sicherheit überprüft werden und zertifiziert werden. Das verlangsamt natürlich den Prozess von der Umsetzung dieser Technik in der Klinik, ist aber gut und richtig so, um den Patienten zu schützen. In meiner eigenen Forschung interessiere ich mich stark, wie wir Algorithmen entwickeln können, die diesen Prozess der Sicherheitsabschätzung und Zertifizierung unterstützen können. Ein großer Bestandteil davon ist die Unsicherheitsabschätzung. Sie können sich vorstellen, wenn jetzt eine KI zum Beispiel in dem hier Bild sagt, da ist alles in Ordnung, dann wollen wir auch wissen, ja wie sicher ist sich die KI, dass das tatsächlich stimmt. Hier ein Beispiel aus unserer Forschung. Sie sehen hier ein Bild, ein Magnetresonanzbild der Prostata. Die besteht aus zwei Teilen, die zentrale Zone und hier die peripherale Zone. Die Aufgabe hier ist es, automatisch einzuzeichnen, wo die Prostata im Bild ist. Dazu brauchen wir, wie ich schon erwähnt habe, Trainingsdaten. Das heißt, wir fragen einen Arzt, ob er uns mal die Prostata einzeichnen kann. Das ist hier als Maske dargestellt. Sie können sich vorstellen, das kann man so drüberlegen. Genau. Wenn wir jetzt aber einen zweiten Arzt fragen, kriegen wir eine leicht andere Antwort. Und wenn wir noch vier weitere Ärzte fragen, kriegen wir vier weitere Antworten. Das heißt, da ist eine Unsicherheit drin, die nicht mal die Ärzte überwinden können in diesen Bildern. Es ist wichtig, die Prostata einzuzeichnen, damit man zum Beispiel einfach messen kann, wie groß sie ist. Aber auch für weitere Behandlungen, wie zum Beispiel die Strahlentherapie, damit man weiß, welche Organe man bestrahlen muss und welche man quasi vermeiden muss. Und auch vor allem in dieser zweiten Abwendung ist es natürlich ganz wichtig, dass man auch diese Unsicherheiten richtig abschätzen kann. Wir haben dazu einen KI-Algorithmus entwickelt, der Proben ziehen kann aus der Verteilung der möglichen Masken. Also es gibt nicht nur eine zurück, sondern man kann ganz viele Proben ziehen. Und daraus kann man sich dann so eine Unsicherheitskarte, wie hier rechts, erzeugen. In den grauen Bereichen ist sich der Algorithmus ganz sicher, dass da Prostata ist. In den grünen Bereichen ist sich der Algorithmus unsicher. Ein weiteres Thema, welches noch unzureichend erforscht ist, ist die Interaktion von Mensch und Maschine. Wenn man die Ärzte mit KI ausrüstet, dann müssen die auch irgendwie mit dieser KI zusammenarbeiten. Und dabei ergeben sich oft Probleme. Sie können sich ganz konkret ein Beispiel vorstellen. Stellen Sie sich vor, eine Frau wird eingeladen zum Brustkrebs-Screening. Die geht dahin, bekommt ein Mammogramm, so wie das jetzt hier rechts abgebildet ist. Und die Ärztin, die die Untersuchung durchführt, sagt, da ist alles okay. Da gibt es nichts zu beanstanden. Dann lässt sie aber noch eine KI drüber raufen und die KI sagt, oh doch, da stimmt was nicht. Und die Ärztin, die versteht jetzt aber nicht, warum die KI das sagt. Ja, weil die KI sagt einfach, das ist so. Ja, und wie soll jetzt die Ärztin weiterverfahren? Soll sie die KI einfach ignorieren? Oder soll sie der KI folgen und eine möglicherweise mit Nebenwirkungen behaftete Folgeuntersuchung verordnen? Dieses Problem lässt sich beheben, wenn wir Algorithmen entwickeln, die ihre Entscheidungen gegenüber den Ärzten und auch den Patienten rechtfertigen können, die sich quasi erklären können. Das ist der Bereich der interpretierbaren künstlichen Intelligenz. Ein großes Problem, insbesondere in der medizinischen Bildgebung, ist, dass die Annotierung von Daten extrem kostspielig ist. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass diese KI-Algorithmen sehr datenhungrig sind. Das heißt, es ist eine suboptimale Kombination. Sie sehen hier rechts im Bild ein Video von Schichten von MRT-Bildern, die durch Gehirn durchfliegen quasi. Und drüber gelegt ist eine Maske von Gehirnstrukturen. Und da musste sich effektiv ein Arzt hinsetzen und diese Gehirnstrukturen einzeln von Hand einzeichnen. Auf jeder Schicht. Jetzt nochmal eine Frage an Sie. Wie lange, denken Sie, benötigt ein Arzt, um ein solches Bild zu annotieren? Also die Strukturen einzuzeichnen. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich kann es Ihnen verraten. Es dauert tatsächlich eine Woche. Das ist eine Woche Arbeit für einen Arzt. Das heißt, wenn Sie einen Datensatz mit 50 Bildern haben, dann hat ein Arzt ein Jahr seines Lebens investiert, um diesen Datensatz zu erzeugen. Also das sind wirklich sehr, sehr kostspielige Daten. Aber es ist auch ein Problem, das wir mit Algorithmen in Angriff nehmen können. Hier nochmal ein Beispiel aus unserer Forschung. Sie sehen jetzt hier ein MRT-Bild des Herzens. Hier draußen, das ist der Herzmuskel. Das ist das Ventrikel und das ist ein Vorhof. Und die Aufgabe ist es wiederum, die Strukturen des Herzens automatisch einzuzeichnen. Normalerweise benötigen wir solche vollen Annotierungen, wie hier rechts dargestellt. Aber wir haben jetzt einen Algorithmus entwickelt, der mit so Kritzeleien auskommt, wie hier dargestellt. Ach, Entschuldigung. Genau. Das heißt, der Arzt muss nur einmal mit dem Strift drüber, solange das auf dem richtigen Organ ist, ist egal wo. Wir haben festgestellt, dass die Annotierungen so 14 Mal schneller sind und der Algorithmus trotzdem noch 98 Prozent der Genauigkeit erreichen kann. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Hürden aufgezeigt, die noch überwunden werden müssen. Aber Sie sehen, KI hat Potenzial, um medizinische Pflege besser zu machen. Sie ist noch nicht bereit für die Klinik, aber wir arbeiten daran. Aber jetzt ist die Frage, wenn die KI dann mal fertig ist, wird sie diese Musterärzte, die ich erwähnt habe, ersetzen? Und dazu möchte ich nochmal zurückkommen auf diese Folie, die allgemeine und enge Intelligenz miteinander vergleicht. Das heißt, Menschen können ja besonders gut diese allgemeinen Probleme lösen. KI kann besonders gut diese ganz engen Probleme lösen. Zum Teil besser als Menschen. Das heißt, es ist eigentlich ein ideales Team, das gemeinsam seine jeweiligen Schwächen ausgleicht. Lassen Sie mich das nochmal veranschaulichen. Hier ist eine Übersicht der Aufgaben, die ein Radiologe jeden Tag zu bewältigen hat. Das ist jetzt nicht der Radiologe, der schaut sich nicht jeden Tag nur Bilder an, sondern er macht ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel muss zuerst mal bestimmt werden, muss überhaupt ein Bild aufgenommen werden in der Patientenaufnahme? Und wenn ja, welche Art von Bild? Wie dringend ist es? Ja, weil eine Schulterzerrung ist nicht gleich wichtig wie ein Knochenbruch. Dann muss das Bild tatsächlich aufgenommen werden. Der Patient muss in den Scanner geschoben werden und so weiter. Die Bilder müssen nachbearbeitet werden. Zum Beispiel, wenn es mehrere Bilder von gleichen Patienten gibt, müssen die vielleicht übereinander gelegt werden. Dann müssen die Bilder ausgewertet werden. Das sind viele von den Sachen, die ich schon erwähnt habe, wie zum Beispiel das Einzeichnen von anatomischen Strukturen oder feststellen, ob da ein Krebs ist oder nicht. Dann müssen aus diesen Ergebnissen Schlussfolgerungen gezogen werden. Und dann muss zum Schluss noch ein Bericht geschrieben werden und die Ergebnisse müssen an den Patienten und an den behandelnden Arzt kommuniziert werden. Und für jeden dieser Schritte oder zumindest für viele dieser Schritte kann KI zum Einsatz kommen. Es gibt aber allerdings keine KI, die alle diese Schritte auf einmal kann. Um das nochmal zusammenzufassen, wie ich mir das vorstelle, also die Musterärzte der Zukunft, die werden nicht nur Bildexperten, sondern die werden auch zu Algorithmenexperten. Die werden wissen müssen, für welchen Fall muss ich welchen Algorithmus nehmen. Also Sie können sich vorstellen, für eine Krebsdiagnose braucht man nicht den gleichen Algorithmus wie für eine Herzsegmentierung. Sie werden mehr Bilder mit weniger Fehlern verarbeiten können und sie werden mehr mit Kliniken und Patienten interagieren können. Weil sie halt mehr Zeit haben, weil die KI die zeitaufwendigen Aufgaben übernimmt. Es besteht ja bei manchen Menschen die Angst, wenn sie von KI in Medizin hören, dass die Medizin anonym und unpersönlich wird. Ich denke aber, es ist genau das Gegenteil der Fall. Ich denke, KI in der medizinischen Bildgebung wird zu einer persönlicheren und personalisierteren Pflege führen. Persönlich, weil, wie vorhin schon erwähnt, die Ärzte mehr Zeit haben werden, sich mit den Patienten zu beschäftigen, weil viele der sehr zeitaufwendigen Schritten von KI erledigt werden. Personalisiert deswegen, weil mehr Information verarbeitet werden kann und damit genauere diagnostische Ergebnisse erzielt werden können und auch genauere therapeutische Vorschläge gemacht werden können dadurch. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie mehr über meine Forschungsgruppe wissen möchten, können Sie unter dieser Webseite nachschauen. Falls Sie mehr wissen möchten über das Exzellenzcluster, welches unsere Forschung finanziert, können Sie gerne unter dieser Webseite nachschauen. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dr. Christian Baumgartner vom Exzellenzcluster Maschinelles Lernen. Neue Perspektiven für die Wissenschaft, für die spannenden Einblicke in die Forschung. Ich habe manche hier im Saal jetzt schon schreiben sehen. Ich glaube, ich warte noch mal eine kleine Runde, bis vielleicht die ersten Kartallkärtchen zu mir kommen. Da waren ja auch ein paar steile Thesen dabei, so zu der Rolle der Ärztinnen und Ärzte in der Zukunft. Mal gucken, ob da vielleicht jemand was zu gefragt hat. Moment. Das ist eine ganz konkrete Frage, das ist vielleicht ganz schön zum Einstieg. Also, woran erkennt eine KI anhand von Augenaufnahmen Alzheimer? Also diese Verbindung, die vorhin kam, kann man die vielleicht noch ein bisschen erklären? Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich zeige es uns vielleicht ganz kurz, die Bilder nochmal, damit alle wissen, worum es geht. Genau, also wie kann eine KI aus solchen Bildern erkennen, ob da Alzheimer drin ist oder nicht? Und für all diese Aufgabenbereiche, die ich hier erwähnt habe, die Information, die steckt schlussendlich in den Blutgefäßen, die man hier auch sieht in dem Bild. Und es wurde zum Beispiel gezeigt, dass diese Plugs, die Alzheimer auslösen, dass die sich ganz früh schon in den Blutgefäßen im Auge absetzen. Und dadurch wird vermutet, kann die KI das dann erkennen. Ist die Frage dann mit einem Gassen beantwortet? Ja, okay, dann machen wir weiter. Das ist eine ganz typische Frage beim Thema KI, immer der Blick in die Zukunft. Wann wird KI in ärztlichen Untersuchungen Alltag sein? In welchen Zeiträumen, denken Sie hier? Das ist ein bisschen tricky, aber... Ja, das ist natürlich auch eine spannende Frage. Also es ist so, dass viele KI-gestützte Algorithmen und KI-gestützte Software, die ist bereits im Zertifizierungsprozess und ist zum Teil schon zertifiziert. Also ich denke, es wird sich um wenige Jahre handeln, bis das zum Teil eingesetzt wird, in manchen Spitälern. Ich denke, das ist jetzt einfach eine Behauptung oder eine Schätzung, aber ich denke, in zehn Jahren wird die Technologie weit verbreitet sein. Und es werden die meisten Spitäler zumindest teilweise mit KI-Algorithmen arbeiten. Okay, jetzt geht es um eine recht typische Frage, glaube ich, bei KI. Wer labelt die Aufnahmen? Also die Aufnahmen, die vorhin gezeigt wurden. Wer labelt die Aufnahmen? Wer labelt. Ja, also wer erzeugt die Trainingsdaten, ist die Frage. Oder woher kam die Frage? Wer erzeugt die Trainingsdaten? Ja, das sind tatsächlich die Ärzte halt idealerweise. Also es müssen halt Menschen sein mit medizinischer Expertise, die das halt tatsächlich auch können, weil das sind schwierige Probleme. Und genau, das machen in erster Linie die Ärzte. Und deswegen sind diese Daten auch so enorm kostbar und so schwierig zu bekommen. Darin unterscheidet sich mein Forschungsbereich zum Beispiel von, ich sag mal, Übersetzungssoftware oder sowas. Weil man da einfach im Internet Sprachpaare suchen kann. Das geht bei uns nicht. Ja, bei uns muss sich effektiv ein Arzt hinsetzen und das von Hand einzeichnen. Genau. Auf dem Kärtchen steht eine zweite Frage, die geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung von zentralen oder dezentralen Programmen. Werden im Internet verfügbare Programme mit Aufnahmen gefüttert oder werden eigene Programme entwickelt? Ich nehme das an, es geht jetzt spezifisch um diese medizinischen Thematiken. Entschuldigung, könntest du die Frage nochmal wiederholen, Theresa? Werden im Internet verfügbare Programme mit Aufnahmen gefüttert oder werden eigene Programme entwickelt? Ich nehme an, Programme steht für KI-Systeme. Ja, genau. Also die Frage kommt vermutlich auch von Ihnen. Genau, das ist so, also das ist natürlich eine Frage von der Privatsphäre. Da wird auch stark darauf geachtet, dass diese Daten dann nicht im Internet rumschwirren. Das heißt, da gibt es verschiedene Ansätze. Auf keinen Fall werden die einfach ins Internet hochgeladen und da trainiert. Wir jetzt zum Beispiel in unserer Forschungsgruppe, wir machen das alles lokal. Wir haben da ein Computing-Cluster. Es gibt aber auch Forschungsansätze, wo die Daten das Spital gar nie verlassen. Das heißt, anstatt dass die Daten zum Algorithmus gehen, geht der Algorithmus zu den Daten. Also eigentlich der Algorithmus wird dann dem Spital übergeben und da trainiert. und dann kommt nur das trainierte Modell zurück zur Software, ohne dass die Daten sich je bewegt haben. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Okay, jetzt geht es an ein wichtiges Thema in der KI-Forschung, die Unsicherheit. Wie wird die Unsicherheit der KI trainiert? Ja. Oder vielleicht nicht trainiert, sondern verbessert? Nee, nee, also das ist schon eine, ich meine, wie weiß man, was man nichts weiß quasi, das ist schon eine gute Frage. Also jetzt in dem Beispiel, das ich gezeigt habe, lernen wir die Unsicherheit effektiv von den Ärzten. Also da ist, da wissen wir, da gibt es eine Unsicherheit, die ist einfach fix in den Bildern drin. Weil die Ärzte, die können es quasi auch nicht genau sagen. Und durch das, dass wir quasi mehrere von diesen Wahrheiten betrachten, können wir halt lernen mit unserem Algorithmus, wo die Unsicherheit ist. Es gibt auch andere Arten von Unsicherheit, zum Beispiel, ob das Modell vielleicht unzureichend trainiert wurde. Und das kann man dann anders bestimmen. Das kann man zum Beispiel dann aus dem Trainingsprozess selber ableiten, ob das Modell schon zureichend gut etwas gelernt hat oder nicht. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ich weiß nicht, woher sie kam. Aber ja, gut. Auf dem Kärchen steht noch eine weitere Frage. Wie viele Daten werden benötigt? Geht es da auch um die Unsicherheitsquantifizierung oder generell? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Machst du kurz wiederholen, was er gesagt hat? Achso, ja, okay, genau. Also die Frage war ganz allgemein, wie viele Daten braucht man, um so einen KI-Algorithmus zu trainieren? Also jetzt nicht bezogen auf die Unsicherheitsabschätzung, sondern ganz allgemein. Und das hängt nicht nur, das hängt halt von der Aufgabe ab. Jetzt in dem Fall, so diese sogenannten Segmentierungsaufgaben, wo man was einzeichnen will, die brauchen eigentlich gar nicht so viel Daten. Ich glaube, da haben wir jetzt circa 100 Patienten verwendet. Das ist ein Modell, das wir halt selbst entwickelt haben. Ein neuronales Netz, genau. 100 Patienten, aber Sie müssen bedenken, jeder Patient besteht aus mehreren Schichten. Jeder Patient hat vielleicht circa 10 Bildschichten. Genau, aber wenn es um so zum Beispiel dieses Problem der Krebserkennung, Hauptkrebserkennung geht, da braucht man dann schon so eher Zehntausende, Hunderttausende Bilder in der Größenordnung. Genau. Mit Blick auf die Uhr kommen wir leider schon zur letzten Frage. Die weite zum Abschluss nochmal so ein bisschen den Blick. Jetzt ging es ja die ganze Zeit um die medizinischen Bilder. Und jetzt ist die Frage, kann eine KI auch andere medizinische Datensätze, zum Beispiel Gewicht, Blutwerte und so weiter, analysieren und auswerten? Ja, also nicht, genau. Also die Frage ist, ob man quasi auch nicht bildmedizinische Daten, die aber keine Bilddaten sind, auswerten kann mit KI. Und das kann man selbstverständlich auch, das wird auch gemacht. Das ist jetzt nicht mein Forschungsschwerpunkt, aber das ist durchaus auch ein Forschungsgebiet, ein großes Forschungsgebiet, muss man dazu sagen. Was natürlich auch ein sehr spannender Bereich ist, der mich persönlich interessiert, ist diese verschiedenen Daten miteinander zu verbinden. Also dass wir jetzt zum Beispiel von einem Patienten nicht nur das Bild haben, sondern auch, ich sage jetzt mal, genau das Gewicht, das Alter oder vielleicht sogar die Blutwerte. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Forschungsthema. Okay, ich glaube leider für den Moment müssen wir hier im Saal die Fragerunde leider beenden, aber wir haben vorhin schon abgesprochen, wer noch weitere Fragen hat, und zwar in ein, zwei auch hier in meinem Stapel noch dabei, kann nachher gerne bleiben. Christian Baumgartner hat noch ein paar Minuten, das heißt, wir können noch ein bisschen weiter reden. Hiermit auf jeden Fall schon mal vielen Dank an Christian Baumgartner vom Excellenz-Taster Maschinelles Lernen, neue Perspektiven für die Wissenschaft, für die spannenden Einblicke in seine Forschung. Vielen Dank an euch hier im Saal für viel Interesse und viele Fragen und damit geben wir zurück an Michael Pelzer ins Studio. Ja, vielen Dank. Und das waren sie, die Einblicke in unsere drei Tübinger Exzellenzcluster, das Universitätsmuseum und die Verleihung des ersten Tübinger Preises für Wissenschaftskommunikation. Ein großer Dank geht an die Exzellenzstrategie von Bund und Ländern, die all dies überhaupt erst möglich gemacht hat, an alle Vortragenden und das gesamte Team hinter diesem Tag, aber vor allem auch an Sie zu Hause. Danke für Ihr Interesse und danke für Ihre Fragen. Und wenn Sie mögen, haben wir heute Abend noch ein ganz besonderes Highlight für Sie. Denn zum Ausklang dieses langen Tages im Zeichen von Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation wagen wir uns in die Wildnis. Zu eben diesem Thema startet um 21 Uhr ein spezielles Event aus der Reihe des Science Notes. Wir begegnen wild gewordenen Pflanzen wie dem Japan-Knüterich, hören die spannende Geschichte zweier Menschen im Wettlauf durch die Wildnis, ergründen ethische Fragen hinter dem Gesetz des Dschungels und wir diskutieren, ob man Tiere töten darf, um die Artenvielfalt zu bewahren. Mit all dem geht es in Kürze auf einem separaten Live-Channel weiter. Den Link dorthin finden Sie weiter unten im Video in der Beschreibung des Streams, gleich beim Programmpunkt der Science Notes. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dabei zu bleiben und weiter reinzuschauen. Von meiner Seite aus schon jetzt einen schönen Abend und bleiben Sie neugierig.